... und dass sie gehalten sind, dort den Spitzenkandidaten oder Kandidatin von der stärksten Fraktion vorzuschlagen. Das war dann ein Argument für die Parteien, wieder die 3-Prozent-Hürde einzuführen, die wahrscheinlich im Januar vom Bundesverfassungsgericht auch wieder gekippt werden wird. Ich glaube nicht, dass jetzt die Konstellation, dass eine Fraktion den Kommissionspräsidenten oder Präsidentin stellen wird, auf einmal dazu führen wird, dass da eine extreme Konkurrenzsituation im Europaparlament entstehen wird. Also ich glaube, auch dort muss die Fraktion sich Mehrheiten suchen in den anderen Fraktionen. Man muss probieren, einen Konsens herzustellen. Vielleicht wird es dort irgendwelche Deals geben. Okay, wir nehmen jetzt den Kommissionspräsidenten von dieser Fraktion, dafür unterstützt ihr uns in anderen Themen oder sowas. Sowas läuft eigentlich ständig im Europaparlament. Ich glaube jetzt nicht, dass das Europaparlament dadurch auf einmal handlungsunfähig wird. Ich glaube auch nicht, dass das Europaparlament durch neue Parteien, die einziehen mit wenigen Menschen, dass die jetzt alle fraktionslos werden und dass das Europaparlament handlungsunfähig zum Beispiel beim Budget wird. Das Budget wurde 2013 bis 2020 beschlossen. Das heißt also, in der nächsten Wahlperiode stellt sich das Problem eh nicht. Deine Antwortzeit ist um... Europa-Parlament wird weiterhin handlungsfähig. Gut, herzlichen Dank. Dann kurz die Bitte doch in die Versammlung hinein. Ich finde es relativ unruhig. Er hatte jetzt auch selbst Schwierigkeiten, obwohl wir in dem Monitorbox 1,50 Meter von mir entfernt haben, zu verstehen, was er gesagt hat. Insofern also, kommt leise an, die Geschmacksrichtungen des Frühstückscafés und alles möglichst dann draußen diskutieren, wenn es notwendig ist. Aber gebt uns allen die Gelegenheit zu hören, was die Kandidierenden auf die jeweiligen Fragen antworten. Dann hast du das Wort und 30 Sekunden für deine Frage, bitte. Okay, alles klar. Machen wir uns nichts vor. Piraten braucht man im Europaparlament nicht, um sich mit Agrarpolitik und Fischereipolitik auseinanderzusetzen. Wir brauchen Piraten für konkrete Arbeit. Sag mir mal, wie du deine kommunalpolitischen Erfahrungen, die du da hast, für uns nutzbringend im Europaparlament einbringen kannst. Weil das würde mich schon interessieren. Das ist eine einfache Frage, weil das habe ich zum Teil schon gemacht. Also, Amelia hatte mich bisher zweimal eingeladen in der Expertenrunde. Nein, dreimal genau genommen. Das erste Mal war, da ging es um die PSI-Direktive, Public Sector Information. Die PSI-Direktive, die wurde inzwischen verabschiedet. Da ging es zum Beispiel um Informationsfreiheit, um Open Government Data, Open Data. Und da war die Frage einerseits, inwiefern die Kommunen dazu verpflichtet werden sollen, auch ihre Daten, ihre Verwaltungsdaten offen zur Verfügung zu stellen. Und andererseits war die Frage, inwiefern kulturelle Institutionen dort eingebunden werden sollen. Da war ich als Experte geladen, war das erst mal im Europaparlament und gleich vorne auf der Bühne und durfte dann zehn Minuten einen englischen Vortrag halten. Was ganz befriedigend war, ich hatte im Vorfeld zum Beispiel dann mit der Sabine Verheyen, der CDU-Abgeordnete aus Aachen im Europaparlament, geredet, weil man auch die Konservativen überzeugen musste. Und die hat insofern dann ihre Bedenken zurückgefahren, dass da jetzt unendliche Kosten für die Kommunen entstehen würden, weil man Open Data Portale schafft. Und die Kultur hat es auch ins Open Data reingeschafft. Also wir haben Projekte wie Europäaner, die jetzt damit enthalten sind. Ein anderes Ding, die Wasserrahmenrichtlinie, Privatisierung des Wassers. Halbe Minute. Ja, betrifft ganz stark die Kommunen, also gerade auch Frankfurt, wo ich herkomme. Ein anderes Ding, wo ich eingeladen war, von der, ja nee, das ist jetzt nicht kommunal, aber wo ich meine technische Expertise einbringen konnte, war Digital Rights Management in HTML, wo es auch momentan Standards gibt und wir noch keinen politischen Entschluss dazu haben. Also deine Zeit ist um. Ich denke, das hilft. Gut, herzlichen Dank. Dann die letzte Frage an diesen Kandidaten. Du hast 30 Sekunden, bitte sehr. Jo, morgen Martin. Zwei kurze Thesen. Und zwar einmal, der Euro ist unumkehrbar. Wir brauchen den Euro für einen weiteren Prozess der Zusammenwachsenden europäischen Volker. Die zweite These wäre, der Euro ist nicht zwingend notwendig. Unser Europa hat kulturelle Wurzeln, keine wirtschaftlichen. Wenn der Euro uns nicht weiterhilft, dann sind wir gerne auch bereit, andere Wege zu gehen. Wo stehst du da zwischen diesen zwei Thesen? Also ich stehe genau mit drin, denn es ist keine binäre Entscheidung. Also einerseits, der Euro hilft beim Zusammenwachsenden von Europa. Gerade also was den Binnenmarkt angeht, ist der Euro sehr hilfreich, auch wenn jetzt mehr Länder mitmachen. Und gerade Deutschland profitiert extrem davon, von diesem Binnenmarkt. Andererseits gibt es natürlich eine europäische gemeinsame Kultur, was man so erstmal nicht bemerkt. Es sei denn, man geht aus Europa raus und sieht dann eigentlich, dass die verschiedenen Länder doch gemeinsame Werte teilen, auch wenn sie in sich nochmal unterschiedlich sind. Also ich denke, der Euro ist da. Wir werden von ihm nicht abkehren. Deutschland wird nicht aus dem Euroverbund ausscheiden. Und wir werden auch südeuropäische Länder dort nicht rausdrängen. Und das wäre auch sehr dumm, die dort rauszuträngen. Ich denke, Europa ist eine Solidargemeinschaft, die wir leben müssen, sowohl wirtschaftlich, aber eben auch sozial. Also ich finde es zum Beispiel extrem unfair oder unethisch, dass Griechenland dazu genötigt wurde, seine Wasserrechte zu privatisieren, nur weil sie eben unter den Rettungsschirmen kommen. Also Wasser ist ein Menschenrecht letzten Endes auch. Und bei Menschenrechten haben wir sehr starke Positionen. Herzlichen Dank. Damit ist die Befragungsrunde von Martin Kliem abgeschlossen. Vielen Dank. Dann ergeht der zweite Aufruf für Anne Helm und auch die Bitte, sich in der Befragungsschlange einzureihen für alle, die an Anne Helm eine Frage stellen möchten. Ich gebe dafür wieder nochmal ungefähr so 20 Sekunden Zeit, gucke dabei auf die Uhr. Und gleichzeitig ergeht der erste Aufruf an Martina Pöser. Erster Aufruf zur Befragungsrunde an Martina Pöser. Und die darauffolgenden Kandidierenden, das sind Schiffer, Domscheit, Berg und Kramm, können, ich hoffe, sie sind im Saal, zwei davon sehe ich schon alle. Ah, wunderbar. Das ist gut, ich sehe alle drei. Dann gibt es da auch kein Problem in der weiteren Folge. Vielen Dank. Dann ist da keine Bewegung mehr zu erkennen. Dann schließe ich die Liste für die Befragung oder die Schlange. Und ist eine Auslosung notwendig? Ja, dann bitte ich um das Auslosen. Und ja, genau, die erste Fragestellung kann natürlich während der Auslosung schon erfolgen. Dann, du hast das Wort, bitte sehr. 30 Sekunden. Okay, Anne, du hast gestern sehr eindrucksvoll über deine Kernkompetenz. Flücht, Migration hier in deiner Bewerbungsrede was gesagt, über die Verbindung mit unserem Menschenbild, warum wir offene Grenzen wollen und so weiter. Es haben sehr viele Leute sich im Folge darauf gesagt, okay, das ist klasse, das macht sie gut. Da wären sie eine gute Themenbeauftragte. Sag uns doch mal, warum wir deine Kompetenz in diesem Bereich dringend im Europaparlament brauchen. Danke. Also ich bin ja auch auf Kommunalebene aktiv und da mache ich vor allem auch Stadtentwicklung und Mietenpolitik. Das sind aber Themenfelder, die gehen bis hoch zur Bundesebene, sind aber auf EU-Ebene und nicht weiter interessant. Ich glaube, dass wir Fachpolitikerinnen brauchen. Das ist das EU-Parlament und ich würde sehr gerne die Ausschüsse, die für Menschenrechte, Sicherheit und Fremdenverkehr zuständig sind, besetzen. Ich glaube, dass ich mich da schon ganz gut eingefuchst habe und dass das uns nur zugute kommen kann. Ich kann aber auch sehr gut GO-nerden. Das heißt, auch auf kommunaler Ebene ist das so, dass dort relativ wenig Entscheidungsbefugnisse sind. Deswegen will ich ja auch weiter nach oben gehen und die Folgen, die man auf kommunaler Ebene hat, eben dort zu bekämpfen, wo sie teilweise verursacht werden. Aber genauso kenne ich das halt auch, dass man mit wenig Möglichkeiten an GOs rumschrauben muss, sich in Verwaltungen einfuchsen, um rauszufinden, an welchen Schrauben kann man tatsächlich drehen, wo muss man nachhaken, aufdecken, nachfragen, um Transparenz zu schaffen. Das ist mir also nicht unbekannt und ich freue mich sehr darauf, das auf EU-Ebene zu machen. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Spielraum, der noch überhaupt nicht ausgeschöpft ist. Und da freue ich mich drauf, das mit einem guten Piratenteam zu machen. Und die Themenbereiche, die ich besetze, sind breiter, als man vielleicht erst scheinen mag. Es sind mindestens drei Ausschüsse, die das betrifft, die mich interessieren. Und ich glaube, dass ich da eine sehr gute Besetzung für wäre. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage. 30 Sekunden, du hast das Wort. Morgen, Anne. Wir kennen dich alle als Aktivistin, Refugee Camp etc. Jetzt ist im Parlament oftmals sehr, sehr trocken. Wie willst du dir dein Feuer bewahren, um in dieser Maschinerie dort nicht irgendwie auszubrennen und irgendwie zu veröden? Weil ein Parlament ist sehr, sehr trocken und hat sehr wenig mit aktiver, politischer, auf der Straße Arbeit zu tun. Oftmals. Wie willst du das hinkriegen, dass du da drin nicht uns verloren gehst, letzten Endes mit dem, was sich auszeichnet? Also zunächst habe ich ja schon gesagt, ich kenne die trockene Parlamentsarbeit natürlich in einem anderen Rahmen, nämlich in einem Freizeitparlament, wie es so schön heißt, auf kommunaler Ebene. Ich kenne das also, dass es teilweise sehr, sehr trocken sein kann. Ich kenne sechsstündige Plenarsitzungen. Zum einen werde ich es mir bewahren, indem ich natürlich den Kontakt halten muss. Das heißt, ich will Verbindungsstelle bleiben. Ich will natürlich auch weiter gucken, was machen die Aktivistinnen, die für sich selber sprechen und ihnen eine Stimme geben. Ich denke, wenn diese Verbindung abbrechen würde, dann könnte ich es mir vielleicht auch nicht bewahren. Aber ich habe auch durchaus Sitzfleisch und habe auch gerade Lust daran, mich in Dinge einzufuchsen, bei denen man gerne davon ausgeht, dass darauf keiner Lust hat oder wo davon ausgegangen wird, dass niemand so genau hinguckt und da genauer hinzugucken. Und dafür habe ich, glaube ich, das Sitzfleisch. Abgesehen davon haben wir auch einige andere Kandidatinnen, die, glaube ich, richtig Bock auf Europa haben und die da ein Feuer für haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell verglüht. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage wieder, 30 Sekunden, bitte. Ja, moin. Siehst du einen Zusammenhang zwischen fortschrittlicher Migrationspolitik und Wirtschaftspolitik beziehungsweise Rentenpolitik? Welche positiven Einflüsse kann also quasi eine Migrationspolitik auf Wirtschaft und Renten haben? Also zunächst mal ist eine humanitäre Asylpolitik nicht dazu da, Renten zu sichern. Also ich glaube, da muss man von der Motivation her ein bisschen unterscheiden. Zum Zweiten gibt es natürlich mit offenen Grenzen auch positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Also es gibt ja teilweise auf dem Arbeitsmarkt, darüber wurde gestern auch schon viel gesprochen, diese seltsame Diskrepanz, dass auf der einen Seite man die Sozialsysteme abschotten möchte, weil man behauptet, sie würden sonst überlastet und überfremdet, auf der anderen Seite aber Menschen vom Arbeitsmarkt abhält. Ich denke, dass ein regerer Austausch von Arbeitskräften und ein offenerer Arbeitsmarkt sehr, sehr positive wirtschaftliche Auswirkungen haben würde. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, 30 Sekunden, bitte. Ja, hallo. Eine Frage zur Situation Berlins, vielleicht speziell. Da ist ja durchaus dann doch die Kommunalpolitik sehr stark verknüpft, gerade im Bereich der Asylpolitik, vielleicht bis mit der europäischen Ebene und berührt dann auch andere Bereiche wie Stadtentwicklung. Kannst du da kurz was zu sagen noch, vielleicht für die Berliner Situation? Die Verknüpfung von der Asylpolitik bis zur Kommunalpolitik. Also zurzeit ist es so, dass die Kommunen teilweise sehr alleine gelassen werden mit der Situation. Das heißt, wir müssen Unterkünfte schaffen, die teilweise nicht den Standards entsprechen, die sie haben sollten. Wir wollen eigentlich menschenwürdig in Wohnungen unterbringen. Stattdessen werden Containerlager gebaut. Weil die Kommunen teilweise überfordert sind mit der jetzigen Situation. Und das hat natürlich insofern was mit Europa zu tun, dass es auch damit zusammenhängt, dass es einen solidarischeren Ausgleich geben müsste, indem die Kommunen auch entlastet werden und indem sich alle Kommunen ausgleichend beteiligen, damit wir diese Lagersituation nicht mehr haben in Zukunft und Menschen dezentral untergebracht werden können. Und dazu muss es langfristige Konzepte geben, denn wenn es die Situation gibt, dass es Bürgerkriege gibt und mehr Menschen international auf der Flucht sind, muss man darauf reagieren können, anders als dass man Menschen einpfercht in Lagern. Ja, herzlichen Dank. Dann die letzte Frage an Anne Helm. Du hast auch 30 Sekunden für die Fragestellung, bitte. Ja, hallo Anne. Mein Name ist Chris Horn. Ich wollte dir eine Frage, besonders in Englisch, und ich würde dir das in Englisch antworten, wenn du kannst. Was ist deine Erfahrung mit einem IT-System, das ist symbolisiert von diesem Tier? Ich bin sorry für das, aber ich muss sagen, dass ich bin ein Apple-User. Ja, für sure, es ist Kapitalismus. Das ist ein System, und vielleicht sollten wir das nicht verletzten. Aber meine Erfahrung mit dem, ist, ja, ich bin ein Apple-User. Ich bin sorry für das. Vielen Dank, sehr viel Dank. Das war die letzte Frage für Anne Helm. Vielen Dank. Du bist willkommen. So, I think we can go on in German now. Es ergeht der zweite Aufruf für Martina Pöser. Last and second call for passenger Martina Pöser. Die sich eingefunden hat und auch die Bitte an alle potenziellen Fragestellenden, sich dort hinten einzufinden. Ich gebe dafür wieder ungefähr 20 Sekunden Zeit, gucke dabei auf die Uhr. und es ergeht der erste Aufruf an Patrick Schiffer. Erster Aufruf an Patrick Schiffer, den ich auch sehen kann. Da wird es also keine Ablaufprobleme geben, denke ich. Ist bei den Fragestellenden noch Bewegung? Da rennt noch jemand. Andi, rennst du da hin? Andi rennt da hin. Hat mir das deutlich angezeigt. Da sind auch noch Bewegungen. Es ist bei dem Losverfahren ja schönerweise egal, an welcher Stelle man in der Liste steht, auch wenn es nur Pseudo-Zufallszahlen sind. Gut, dann sehe ich da keine Bewegung mehr, schließe die Reihe der Fragestellenden. Ist eine Auslosung notwendig? Eine Auslosung ist nicht notwendig? Dann bitte ich den ersten Fragesteller zum Fragen-Mikro. Well, I will continue in German too. Martina, Standardfrage. Warum soll ich dich wählen? Was kannst du einbringen, was andere nicht haben an Qualitäten, dass du im Europaparlament genau die Richtige bist? Zum einen kann ich natürlich eine fachliche Kompetenz als Jurist mitbringen. Parlamentsarbeit ist in erster Linie auch rechtliche Arbeit. Wir müssen Gesetze lesen, also Verordnungen in dem Fall und Richtlinien, hunderte von Seiten in verschiedenen Sprachen, diese analysieren und durchdringen und dann selber Entwürfe schreiben, andere Änderungsentwürfe lesen. Ich habe auch einen Abschluss im Master im europäischen Recht und entsprechend die Ausbildung dazu. Zum anderen bin ich halt vielseitig einsetzbar dadurch. Also ich kann mich schnell in verschiedenste Bereiche im europäischen Recht einarbeiten. Das heißt, ich habe zwar meine bevorzugten Fachgebiete, wäre aber auch in der Lage, in anderen Ausschüssen tätig zu sein oder auch anderen Parlamentariern in ihrer Arbeit zu helfen. Zum anderen sehe ich mich halt auch als jemand, der sehr teamorientiert arbeitet. Wir werden, ich werde da ja nicht alleine sein als Parlamentarierin, sondern wir werden eine Gruppe bilden. Und es ist natürlich schwierig, diese Truppe dann zusammenzuhalten. Und da habe ich auch schon die Erfahrung auf internationaler Ebene, auch wenn andere aus anderen Piratenparteien dabei sind, durch meine Arbeit mit der Europäischen Piratenpartei und dem gemeinsamen Programm, genauso wie eben halt auch in der internationalen Koordination in Deutschland und der Zusammenarbeit mit den verschiedenen AGs und Gruppierungen und sehe da halt auch eine starke Kompetenz meinerseits, eben den Laden zusammenzuhalten. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, wieder 30 Sekunden, bitte. Sollte der Europarat weiter bestehen oder ist er durch die EU, wie sie sich bis heute entwickelt hat, überflüssig geworden? Nun, der Europarat beschäftigt sich ja in erster Linie auch noch mit Menschenrechten und enthält natürlich auch, also Mitglieder im Europarat sind ja auch nicht nur EU-Länder, sondern eben halt auch Länder außerhalb der EU, vor allen Dingen auch in Osteuropa beziehungsweise halt auch die Türkei. Von daher sehe ich im Moment keinen, nicht den Europarat als überflüssig an. Auch ist der Stand der Grundrechteentwicklung meines Erachtens auf EU-Ebene eben halt auch noch nicht so weit vorgedrungen, dass diese so gewahrt werden vom EuGH, wie das eventuell über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolgt. Dann, von daher sehe ich den Europarat weiterhin als erforderlich an. Ja, danke sehr. Dann die nächste Frage, bitte. 30 Sekunden. Ja, ich hätte gern gewusst, wie hieß der erste Vertrag EU-betreffend, der geschlossen wurde und wann wurde er geschlossen? Okay, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es war entweder der EGKS oder der Europäische Atomvertrag danach dann. Diese wurden Anfang der 50er Jahre geschlossen im Hinblick auf die Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg, dass man eben diese Produktionsmittel Kohle, das damals noch ein sehr wichtiges Energiemittel war, eben halt auch und die Atomkraft regulieren wollte auf europäischer Ebene, um eben friedenssichernd auch für Europa einzugreifen. EGKS war richtig, Montan-Union. Genau. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann die vorletzte Frage, 30 Sekunden, bitte. Ja, ich hätte von dir gern gewusst, Martina, wir alle wissen, dass der TTIP oder TAFTA vor der Tür steht. Da gibt es bestimmte Sachen, die gefährlich sind. Welches würdest du als den virulentesten, also als den gefährlichsten Punkt in dem, was wir bisher über TTIP wissen, sehen? Als Juristin sehe ich auf jeden Fall als sehr gefährlichen Punkt die Frage Investitionsschutz. Die ist eben ermöglicht, Unternehmen vor Schiedsgerichten außerhalb von staatlichen Gerichtsbarkeiten zu klagen. Das will die EU auch nicht ändern. Sie wollen zwar dort gewisse Reformen einführen, aber es soll weiterhin für Unternehmen eine andere Gerichtsbarkeit gelten als für Bürger und insbesondere für ausländische Unternehmen, eben als für inländische Unternehmen. Und ich sehe da auch eigentlich keinen Grund, das so zu handhaben, insbesondere gerade bei einem Vertrag zwischen USA und Europa, wo man davon ausgehen kann, dass in beiden Staaten eine rechtsstaatliche Gerichtsbarkeit existiert. Da drohen den jeweiligen Ländern unkalkulierbare Risiken, was Schadensersatzforderungen angeht, die von Lobbyanwälten beschlossen werden, ohne Möglichkeit dagegen anzugehen. Und dadurch wird halt die europäische Gesetzgebung oder halt auch die Gesetzgebung der Parlamente stark eingeschränkt, weil man eben immer unter dieser Gefahr besteht, wenn ich jetzt strengere Auflagen im Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Ähnlichem mache, dann könnte es sein, dass eben Unternehmen extrem hohe Schadensersatzforderungen stellen. Und das lähmt natürlich Politik. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr am TTIP. Natürlich hat der TTIP noch viele andere Probleme, wie eben alle Freihandelsabkommen, die zum Beispiel das Urheberrecht regeln. Selbst wenn diese Verträge nicht über das hinausgehen, was bereits jetzt internationales Recht ist, werden dadurch halt die Regeln gefestigt und festgelegt und wenig demokratisch legitimierbar veränderbar, bleiben sie dann veränderbar. Ja, wie gesagt, ein anderes Problem ist natürlich bei diesen Handelsabkommen, dass sie wenig demokratisch zustande kommen, intransparent zustande kommen, nur Lobbyisten darauf Einfluss haben und wir eben diese Gefahr haben, dass Sozialstandards, Gesundheitsstandards, Ähnliches unterlaufen werden über vertragliche Regelungen. Danke. Herzlichen Dank. Dann die letzte Frage an Martina Pöser, 30 Sekunden. Martina, du bist wahnsinnig gut mit den anderen europäischen Piratenparteien vernetzt, deswegen ganz speziell an dich die Frage, kannst du ein, zwei Ideen für einen gemeinsamen europäischen Wahlkampf einwerfen, in denen auch kleine europäische Piratenparteien mitstemmen können? Ich sehe einen Vorteil, gerade in der Vernetzung, auch eben für kleine europäische Piratenparteien darin, dass zum Beispiel die deutsche Piratenpartei zum Beispiel das Designteam oder ähnliches große Hilfe dort leisten kann. Das heißt, wir können halt dort die entsprechenden Kompetenzen zur Verfügung stellen, gemeinsame Plakatentwürfe oder Ähnliches, sodass da halt auch Ressourcen für den Wahlkampf frei werden. Über das gemeinsame Programm haben wir natürlich auch eine gemeinsame inhaltliche Basis. Das heißt, wir werden uns auch in den nächsten Monaten zusammensetzen und dort überlegen, inwieweit wir europaweit eben dieses gemeinsame Programm schon im Wahlkampf fruchtbar machen können. Zum Beispiel in vielen unserer Kernkompetenzen haben wir da eher gemeinsame Positionen, dass wir Kampagnen zum Urheberrecht, zu TAFTA oder Ähnlichem gemeinsam auch fahren können. Und wie gesagt, da sehe ich für kleine Parteien den Vorteil, dass sie eben die Möglichkeit haben, sich an die Logistik der größeren Parteien anzuhängen und dadurch halt sehr viel an eigenem Aufwand, den sie nicht zwingend notwendig leisten müssten, sparen. Ja, herzlichen Dank. Damit ist die Befragung von Martina Pöser abgeschlossen. Vielen Dank. Und es ergeht der zweite Aufruf an Patrick Schiffer, der in Bewegung ist. Wunderbar, dann können sich Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die an Patrick Schiffer eine Frage stellen möchten, schon mal bei der Befragungsschlange einfinden. Auch hier wieder so etwa 20 Sekunden Zeit. Und es ergeht der erste Aufruf an Anke Domscheit-Berg. Der erste Aufruf an Anke Domscheit-Berg. Ein bisschen habe ich noch. Dann die darauffolgenden Kandidierenden. Das sind die mit den Nachnamen Kram, Zirkovic, Reda, Amanatidis und Engels, können sich auch schon mal bereithalten. Ist da noch Bewegung zu erkennen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Liste der Fragestellenden. Ist eine Auslosung notwendig? Dann bitte ich um Auslosung. Und wie gesagt, die erste ausgeloste Person kann sich dann ja schon mal nach vorne bewegen. Dann hast du das Wort und 30 Sekunden für die Frage. Wir sind ja eine Mitmachpartei, auch international. Hast du schon irgendwie Kontakt aufgenommen zu den Leuten, die wir schon im EU-Parlament haben? Hast du da irgendwie partizipiert oder versucht, irgendwie das Ganze mitzuverfolgen, Kontakt aufnehmen? Was hast du da schon gemacht? Ich hoffe, die Zeit reicht. Ich habe schon zu internationalen Piraten Kontakt gehabt, bevor ich in die deutsche Piratenpartei eingetreten bin, unter anderem zu den tunesischen Piraten, den französischen, den belgischen Piraten. Ich habe versucht, zum Beispiel in der belgischen Piratenpartei, eigene Kreisverbände, sogenannte Crews oder Squads, zu gründen. Ich hatte in meiner Rede schon erwähnt, dass ich Mitglied der belgischen und der niederländischen Piratenpartei bin. Ich bin Blogautor bei der Pirate Times. Das heißt, ich habe eigentlich mit weltweit allen Piratenparteien zu tun, weil die zu mir kommen und mich fragen, ob sie Blogartikel einbringen können. Oder wieder umgekehrt, ich frage sie, ob sie für mich über Veranstaltungen oder Themen berichten. Dann habe ich zu den europäischen Piraten und Mandatsträgern jetzt den schwedischen Piratenkontakt gehabt, schon seit geraumer Zeit, also so seit anderthalb Jahren, weil ich mich von Anfang an bei der PPU, bei der Gründung in dieser Statuten- und Programmgruppe eingebracht habe, zusammen mit Martina und noch ein paar anderen Piraten. Ich war bei vielen Veranstaltungen. Ich habe teilweise Slots belegt auf irgendwelchen Kongressen und Konferenzen. In einer Konferenz war ich auch. Also ich bin bekannt in der internationalen Piratenszene. Ich werde immer wieder gefragt von irgendwelchen Leuten, dass ich irgendwie vernetzen kann oder Dinge anstoßen kann. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, wie immer 30 Sekunden Zeit. Du hast das Wort, bitte. Hi, Patrick. Ich will Sie von dem Flying Spaghetti Monster, zuerst zu gehen. Kann ich ein bisschen louder, bitte? Das ist wieder eine Frage in Englisch. Bitte antwortet in Englisch, wenn Sie können. Ja. Die deutschen Armstforszen haben repetitiviert gesagt, dass sie unmetteträchtige Fahrzeuge, die sogenannten Drones, in order to keep sie safe in Afghanistan. Was ist Ihre Meinung auf die Dronesung? Ich liebe Dronesung. Sie sind aus dem Moment der Gelegenheit für Soldaten. Also, der ethische Prozess in Ihrer Meinung kann nicht die Unterschiede, was Sie da machen. Also, es kommt etwas ein bisschen aus, Ich muss nur den Knopf pushen und dann ist es fertig. Für mich ist das sehr, sehr schade. Ja, danke sehr. Dann die nächste Frage, wieder 30 Sekunden, bitte. Moin Paki. Siehst du im deutschen und europäischen Datenschutzrecht ein Problem, ganz systematisch gefragt, beziehungsweise im System des Datenschutzrechts, wenn ich den Begriff zum Beispiel Datenverarbeitungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt sehe? Da bin ich jetzt gerade überfragt. Kannst du das nochmal wiederholen? Datenerlaubnisvorbehalt? Im Paragraf 1 Absatz 3 Bundesdatenschutzgesetz ist beispielsweise die Nachrangigkeit des Bundesdatenschutzgesetzes gegenüber anderen Bundesgesetzen geregelt. Darüber hinaus gilt das Prinzip des Datenverarbeitungsverbotes mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, das, was nicht im Datenschutz geregelt ist, beziehungsweise was in anderen Gesetzen erlaubt ist, das kann quasi dann durchgeführt werden. Gut, ist das verstanden? Ja, habe ich verstanden. Im Moment wird ja der Datenschutz da reformiert auf EU-Ebene. Und ich will ja gar nicht so genau darauf eingehen, weil ich jetzt nicht genau weiß, was du damit meinst. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die deutschen Datenschutzbestimmungen im Vergleich zu den europäischen Datenschutzbestimmungen sehr strikt sind. Und dass ich mich dafür einsetze, dass die auf jeden Fall nicht ausgehöhlt werden. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage. Wieder 30 Sekunden Zeit. Ja, ich möchte von dir wissen, darf die EZB Eurozonen Staatsanleihen aufkaufen? Die Europäische Zentralbank kauft doch, soweit ich weiß, schon Staatsanleihen auf. Ich verstehe dich nicht. Die Frage, die Rückfrage. Ich möchte wissen, ob die das schon darf. Soweit ich weiß, ja. Nein, darf sie nicht. Okay, dann. Gut. Ja, die Fragesteller sollen möglichst nah ans Mikro, sonst ist es schlecht zu verstehen. Wir kommen zur letzten Frage an Patrick Schiffer. Wieder 30 Sekunden Zeit, bitte. Du bist ja im Moment Landesvorstand NRW. Wie stellst du dir eine vernünftige Übergabe an deinen Nachfolger vor, wenn du jetzt voll in den Wahlkampf einsteigst und eventuell dann auch gewählt wirst? Ja, das bin ich, danke für die Frage. Das bin ich jetzt schon mehrfach gefragt worden. Also ich sage mal so, als Landesvorsitzender würde ich mich natürlich sowieso schon sehr stark im Europawahlkampf einbringen. Ich bin auch vom Bundesvorstand gefragt worden, wer jetzt Ansprechpartner ist im Landesverband und habe mich dazu bereit erklärt, aufgrund meiner Erfahrungen im Europabereich da auch Ansprechpartner zu sein. Das heißt, ich würde dafür sorgen, dass im Landesverband NRW der Europawahlkampf nicht zu kurz käme. Und darüber hinaus würde ich natürlich mein Amt im Falle einer Wahl ins Europaparlament sofort niederlegen und das an meine Stellvertreter. Ich habe zwei Stellvertreter, den Christian Gebel und den Daniel Neumann, abgeben. Ich habe auch mit den beiden schon geredet, das ist soweit geklärt und würde die dann darin unterstützen, auf diese Aufgaben, die in meinem Bereich liegen, also Öffentlichkeitsarbeit und Kontakt zu den anderen Landesverbänden, zum BUFO, darin vorzubereiten. Das geht aber sowieso schon Hand in Hand. Wir arbeiten da sehr eng zusammen und ich denke nicht, dass das in irgendeiner Form den Landesverband aus den Fugen geraten lässt. Ja, herzlichen Dank. Dann ist die Befragung von Patrick Schiffer damit abgeschlossen. Danke sehr. Ich bitte alle, die an Anke Domscheit-Berg eine Frage stellen möchten, sich zu der Fragestellenliste zu begeben. Dafür ist ein bisschen Zeit. Und denn es gibt gleich auch noch eine Ansage des Wahlleiters und es ergeht der erste Aufruf an den nächsten Kandidaten, der sich vorstellen wird, Bruno Gerd Kramm, der auch schon da sitzt. Und ich übergebe kurz, während wir noch auf Fragestellen warten, an den Wahlleiter für eine Ansage. Wunderschönen guten Morgen. Ein erster Hinweis zum Ablauf der gleichfolgenden Wahl. Wir werden außerhalb dieses Saales wählen. Stimmzettel sind gedruckt, die werden ausgegeben. Dazu haben wir extra auf der Nein-Karte für die AV ein paar mehr Felder als üblich. Wenn alles ideal läuft, werden die Helferinnen, die ich im Augenblick nicht rekrutieren kann, weil meine Bereichsleiterinnen gerade den Wahlgang vorbereiten, eine halbe Stunde benötigt werden zum Auszählen des ersten Wahlgangs. Also überlegt euch schon mal, ob ihr nicht vielleicht doch helfen wollt. Ihr braucht leider einen Laptop dafür. Ja, das war's. Ja, herzlichen Dank. Dann hatten, glaube ich, Fragestellende genügend Zeit jetzt, um sich noch zur Schlange zu begeben. Ich schließe die Schlange der potenziellen Fragestellenden und bitte um Auslosung. Die scheint mir notwendig zu sein. So, dann hast du das Wort und 30 Sekunden für deine Frage. Ja, hallo Anke. Bitte erklär uns doch ganz kurz, wie du mit Lobbyisten umgehen möchtest. Ich glaube, der einzig mögliche Umgang mit Lobbyismus ist maximale Transparenz. Lobbyismus per se ist ja nicht schlecht. Auch Greenpeace und Transparency und ich selbst für Open Government zum Beispiel betreiben Lobbyismus. Was ich aber extrem wichtig finde, ist, dass man erkennen kann, welche Einflüsse und auf welche Weise auf Politiker stattfinden, weil ich sonst gar nicht weiß, wer eigentlich zum Beispiel Gesetze entwickelt hat. Heute passiert das ja vielerorts in der Ministerialbürokratie und auch wenn in Europa das Parlament theoretisch Legislative heißt, hat es ja gar nicht Initiativrecht für Gesetze. Das heißt, da ist es natürlich besonders wichtig. Andererseits wird im Parlament eine Menge getan. Auch ich hoffe, da eine Menge zu tun. Und ich möchte einen Lobbykalender machen, weil ich glaube, dass das Lobbyregister, das es in der EU ja bereits gibt, das übrigens zehnmal besser ist als das Bundesdeutsche, da stehen auch Budgets drin und wie viele Personen Lobbyismus machen, und zwar pro Unternehmen, nicht bloß für Verbände wie bei uns im Bundestag. Ich möchte aber einen Lobbykalender haben, in dem schon vorher drinsteht, wann ich mich mit wem treffe, wo die Menschen herkommen, über was die mit mir reden wollen. Und dann kann mir zum Beispiel jemand auch Fragen mitgeben oder Feedback mitgeben oder mir Informationen mitgeben, die ich vielleicht gar nicht weiß über die Personen, die mich da beeinflussen wollen. Ja, danke sehr. Dann die nächste Frage, wieder 30 Sekunden bitte. Ja, guten Morgen erstmal. Frage an dich. Du hast ja gestern sehr viel von deiner Vita erzählt, was sich bewogen hat, sich so einzusetzen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Ja, ich kann aber nicht reinbrüllen. Wie willst du dich vernetzen mit deinen Piraten? Wir haben insgesamt, glaube ich, neun Piraten aus deinem Landesverband da, wo du jetzt ein Landesvorsitzender bist. Wie willst du dich vernetzen mit den Piraten überhaupt rückkoppeln? Würde mich interessieren. Dankeschön. Also die Vernetzung, wenn man ganz weit weg in Brüssel die meiste Zeit sieht, ist exorbitant wichtig. Insbesondere, da man als Einzelperson nicht alle Themen kennen und vertreten kann. Und irgendwo muss die Expertise herkommen. Die kann natürlich auch aus anderen Piratenparteien kommen. Das hoffen wir ja anders zu machen als andere Parteien, dass wir da eine wirklich internationale, europäische Perspektive haben. Da kann man auch Fachexpertise poolen. Aber natürlich ist auch die Fachexpertise hier bei den deutschen Piraten extrem wichtig. Und da hoffe ich, dass wir das Instrument der Themenbeauftragten auch sehr gut nutzen können. Ich bin ja selber in Klammern noch Themenbeauftragte. Das würde ich im Falle einer Aufstellung abgeben, weil alles schafft man nicht. Es gibt aber genug andere Experten für Open Government. Und die Themenbeauftragten wiederum, die wären für mich der direkte Kontakt zu den Arbeitsgemeinschaften, die für die jeweiligen Fachbereiche arbeiten. Es wäre, glaube ich, vermessen und komplett unrealistisch zu sagen, dass man es selber schafft, mit allen AGs direkt für alles zu kommunizieren. Und deswegen glaube ich, dass es toll wäre, wenn man das über die Themenbeauftragten machen kann. Aber natürlich muss es auch direkte Kontakte geben. Also ich hoffe, keinen Bundesparteitag zu verpassen. Auch nicht als potenzielle EU-Abgeordnete, wenn das klappt mit der Wahl heute und bei der Wahl im Mai. Ja, danke sehr. Dann die nächste Frage. Wieder 30 Sekunden, bitte. Ja, hi. Die Afelia hat mal in einem Interview gesagt, dass wir die Einwanderungspolitik stärker regulieren müssten, falls wir ein BGE einführen. Wie siehst du das genau? Ich würde diese Themen nicht miteinander mischen, denn wie Anne schon sehr zutreffend gesagt hat, ist Einwanderung nicht zur Rentensicherung da und hat auch mit den anderen Themen wie BGE nur sehr begrenzt zu tun. Ich glaube aber trotzdem, dass eine Lösung oder ein Projekt wie BGE zumindest langfristig, ist ja ohnehin ein langfristiges Projekt, nicht sehr begrenzt gemacht werden kann. Ich möchte das gerne für Deutschland zuerst. Es wird aber mittelfristig nicht ohne ein BGE auf europäischer Ebene gehen. Aber wenn Flüchtlinge irgendwo bedroht werden, dann hat das für mich mit BGE nichts zu tun. Und wir haben aktuell so viel Regulierung, wir sind eine Ausschließungsregion. Also wenn wir da irgendwas brauchen, ist es eine Deregulierung, die Einwanderung einfacher macht und nicht komplizierter macht als jetzt. Komplizierter als Sterben im Mittelmeer geht eigentlich gar nicht. Ja, dann die nächste Frage, wieder 30 Sekunden bitte. Danke. Es haben sich viele Kandidaten Whistleblower-Schutz auf die Fahnen geschrieben. Was möchtest du konkret umsetzen? Was kannst du Whistleblower innerhalb der EU-Parlaments, ja auch der Institution der EU oder auch außerhalb anbieten? Was hast du da an Briefkasten, an verschlüsselten E-Mail-Systemen und wie willst du dich gegen die EU-IT durchsetzen, die ja massiv gegen verschlüsselte E-Mails vorgeht? Das war mir noch gar nicht bekannt, dass die massiv gegen verschlüsselte E-Mails vorgehen. Das wäre offensichtlich ein Handlungsfeld, um das man sich auch kümmern müsste. Ich selber verschicke meine E-Mails verschlüsselt, sofern das bei der anderen Person auch möglich ist. Meinen Schlüssel findet man bei ankedomschalberg.de unter Kontakt. Ich habe auch meine Festplatte verschlüsselt und ich finde, dass es ein Akt der Not wäre, und Selbstverteidigung ist. Wir sollten aber sehr vorsichtig sein, wenn wir Whistleblowern sagen, schick mir eine verschlüsselte E-Mail, dann ist alles gut. Also wenn das entsprechend gefährliche Dokumente sind, ist das nicht sicher. Und ich kenne im Moment keine sichere Plattform, auf der man hochbrisante Dokumente hin- und herschicken kann. Das sollte man dann mit einem braunen Briefumschlag machen und sich analog irgendwo treffen. Das halte ich im Moment für die sicherste Variante. Was wir ungeachtet dessen brauchen, ist ein gesetzlicher Whistleblower-Schutz. Den brauchen wir in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene. Was ich ganz erschütternd fand, ist, dass auf die Bundesregierung oder auch alle Parteien eigentlich kein Verlass ist hier in Deutschland. Deswegen muss es offensichtlich eins höher gehen. Vor der Sommerpause haben drei Oppositionsparteien ein Whistleblower-Schutzgesetz eingebracht. Es wurde abgelehnt, nicht nur von der Regierungskoalition, das ist ja wenig überraschend, aber die drei Oppositionsparteien haben auch jeweils das andere Whistleblower-Schutzgesetz den Vorschlag dafür abgelehnt, obwohl fast das gleiche überall drin stand. Also das möchte ich zum Beispiel auch anders machen. Wenn andere Parteien, die ich als Partei insgesamt blöd finde, einen sehr guten Antrag einbringen, der mit unseren Werten und Inhalten konform geht, und das ist jetzt nicht gerade eine rechtsradikale Partei, dann werde ich dafür stimmen. Ich finde Sachentscheidungen sehr wichtig. Ja, herzlichen Dank. Dann kommen wir zur letzten Frage an Anke Dumscheid-Berg. Bitte wieder 30 Sekunden. Die English-Question. Ja, hallo Anke. Strictly no comment is my Wiki name. A bit louder if you can. I bless you from the invisible pink unicorn. My question is, little over one year ago, the German government has passed a law that allows, for religious reason, circumcision for boys. What is your take on this? I did not understand the last part of your sentence for acoustical reasons. Ich mache es vielleicht nochmal schnell in Deutsch, dass es einfacher ist. Was ist... It's not a problem of English. I have studied in England, and I wrote my master thesis in English, and I got an excellent for it. So it's definitely an acoustical problem. Dann nochmal zur Klarstellung, der letzte Teil auf Deutsch, und dann machen wir mit der Antwort. Was ist deine Einstellung zur nicht-medizinisch indizierten Beschneidung? This is a very difficult and ethical moral question. And I followed the debate, the very hot debate we had in Germany about this. But honestly, I did not see myself in a position to have a clear answer, a clear opinion myself on that, because I see good arguments on both sides of the debate. I understand both sides, but I cannot take either of them. Ja, herzlichen Dank. Damit ist die Befragungsrunde von Anke Dumscheidberg abgeschlossen. Danke sehr. Und es ergeht der zweite Aufruf an den Kandidaten Bruno Gerd Kramm. Zweiter Aufruf Bruno Gerd Kramm. Die Bitte an potenzielle Fragestellende, sich einzufinden in der Liste, in der Schlange der Fragestellenden. Dafür wieder so etwa 20 Sekunden Zeit und in der Zwischenzeit der erste Aufruf für Stefan Zirkovic, der auch schon da sitzt. Und die nächste Kandidierende auch. Vielen Dank, dass das so gut klappt und wir so nahtlos weitermachen können. Das ist super. So, wir warten noch kurz. Ein paar Sekunden habe ich hier noch. Ist da noch zielgerichtete Bewegung zu erkennen? Die sehe ich nicht. Dann schließe ich die Reihe der Fragestellenden und ich denke, ihr müsst losen. Dann bitte ich um Auslosung. Ja, dann die erste Frage. Bitte 30 Sekunden dafür. Guten Morgen, Bruno. Morgen. Du hast als politischer Geschäftsführer und Spitzenkandidat in Bayern 1,9 Prozent geholt. Warum soll es diesmal besser laufen? Warum soll es diesmal besser laufen? Weil ich glaube, dass die Themen, für die ich spezifisch antrete, gerade Urheberrecht, die Harmonisierung der Infosorg-Richtlinie, all diese Aspekte, die so unglaublich viel mit unseren Kernthemen, aber vor allem mit dem digitalen Wandel zu tun haben, endlich in der Europawahl auch wirklich eingesetzt werden können. Themen wie TTIP, die so wesentlich sind und so tiefgreifend in Europa Dinge verändern könnten, das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige. Leider war es im Bundestagswahlkampf so, dass ich kaum meine eigentlichen Kernthemen fahren konnte. Ich war zwar Spitzenkandidat, aber wir hatten uns dann sehr schnell darauf geeinigt, dass es nicht wirklich einen Spitzenkandidaten gibt. Es gab auch noch lange diese Idee von Themen statt Köpfen, die zu der Zeit leider auch noch existiert hat. Und ich glaube, jetzt in diesem Europawahlkampf kann ich wirklich gerade bei den Kernthemen, die so wichtig sind, auch wirklich durch meine Expertise ganz, ganz viel für ein großartiges Europaergebnis beitragen. Ja, herzlichen Dank. Da wir bald zur Wahl kommen, ganz kurz eine Durchsage. Es gibt noch einen gefundenen Stimmzettelblock, wenn ich das richtig hier erkennen kann. Der ist für die Aufstellungsversammlung, wird also jetzt bald relevant sein und hat die Nummer 014824. Der ist beim Frontoffice abholbar für die Person, die das entsprechende Bändchen auch hat. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wieder 30 Sekunden, bitte sehr. Am Vertrag von Lissabon wurde und wird heftig kritisiert, dass der Europäische Rat durch das vereinfachte Änderungsverfahren zu viel Macht erhält. Wie siehst du das? Ich sehe generell, wir müssen dem Europäischen Parlament viel mehr Gewicht der Bürgerkammer, wie es auch genannt wird, einräumen. Das heißt, der Rat und die Kommission müssen generell zurückgedrängt werden in ihrer Kraft, in der Art und Weise, wie sie europäische Politik bestimmen und dort vor allem dann auch gerade in der Kommission viele nationale Richtlinien versuchen, ganz klar zu forcieren. Ich bin der Meinung, dass wir diesen Gedanken, diese Idee eines Europas, in dem wir uns alle als Europäer zu Hause fühlen, nur hinbekommen, in dem wir der Bürgerkammer, dem Parlament, dem Europäischen Parlament, die eigentliche Macht geben. Und das ist die Form von Partizipation, die ich auch hoffe, weiter vorantreiben zu können. Das wird die Europäer viel enger an ihr Parlament binden. Ja, danke sehr. Dann die nächste Frage, bitte. Ja, du bist ja sehr eloquent. Ich schätze dich natürlich sehr gerne als Wahlkämpfer. Das wissen wir alles, schätzen wir auch alle. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du im EU-Parlament bist? Insbesondere, wie stehst du da zu dem Konstrukt der Delegiertenrechtsakte? Danke. Zu der Art und Weise, wir wissen ja alle, dass in der Vergangenheit europäische Abgeordnete bis auf ein paar wenige kaum auffallen. Es hat auch ganz viel damit zu tun, wie das Europäische Parlament strukturiert ist, wie bisher europäische Politik eigentlich nur als ein Stiefkind wahrgenommen wird, wie europäische nationale Parteien zwar einen Europawahlkampf machen, aber im Endeffekt wirklich nur rein nationale Themen fahren. Diese Art und Weise muss sich verändern. Und ich glaube, ich bin jemand, der durch seine Öffentlichkeitswirksamkeit, gerade mit Kernthemen der Piraten, die so wesentlich wichtig im digitalen Wandel sind, die Möglichkeit hat, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit nach außen zu machen, an die Medien zu treten, an Künstler zu treten, Urheber, die es oft genug schwer mit uns hatten, an Nutzer klar zu machen. Ich kenne die Verbandstrukturen und möchte dort in der Öffentlichkeit ganz viel auflegen und vor allem auch offenlegen von Dingen, die heutzutage in Europa vor allem im Hintergrund passieren. Und ich glaube, da sehe ich wirklich meine Stärke, auch in Zukunft dieses Europa nach außen für die Bürger Europas als die wirkliche Vertretung eines gemeinsamen Europas darzustellen. Ja, danke sehr. Die nächste Frage, wieder 30 Sekunden, bitte. Ja, du hast es ja schon angesprochen, die Macht des Parlaments ist begrenzt und die Gruppe der Piraten wird wahrscheinlich, wenn es denn überhaupt eine gibt, relativ klein sein. Was können denn die Piraten überhaupt machen im EU-Parlament und hast du dir da schon irgendwie konkrete Ideen überlegt? Natürlich, also wir werden sicher keine große Fraktion sein und uns wahrscheinlich sogar anschließen der Grünen-Fraktion, je nachdem, wie das Ergebnis ausschaut, der Grünen- und Regionalparteienliste. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass wir ganz, ganz viel bewegen können. Das hat viel damit zu tun, wie wir in der Öffentlichkeit auftreten, wie wir vor allem auch junge Menschen und die jungen Menschen sind die Menschen Europas, die sich heute schon begreifen als Europäer. Und diese jungen Menschen, die suchen ihre Politiker, die schaffen diesen europäischen Gedanken des Miteinanders, der nicht so viel von nationalen Interessen und Neidkultur geprägt ist, sondern des Miteinanders nach vorne zu bringen. Und ich glaube, gerade wenn wir es schaffen, dann als europäische Piraten auf Tournee durch Europa zu gehen, junge Menschen ansprechen, dann werden wir es schaffen, eben auch Politik, europäische Politik, endlich auch wieder interessant zu gestalten und die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, dafür spielt es überhaupt keine Rolle, wie groß die Fraktion ist. Es kommt auf die Menschen an, die es schaffen, für dieses Europa zu brennen. Danke sehr. Dann die letzte Frage an Bruno Gerd Kramm. Bitte 30 Sekunden. Bruno, Er hatte mich jetzt nur gerade gefragt, weil ich das auch bei mir im Protokoll, ich spreche ja einige Sprachen, französisch, englisch und eben auch Mandarien. Und das wollte er, glaube ich, gerade überprüfen. Und ich habe ihm nur gesagt, dass ich eben auch ein bisschen Chinesisch spreche. Gut, herzlichen Dank. Dann ist die Befragung von Bruno Gerd Kramm damit abgeschlossen. Es ergeht der zweite Aufruf an Stefan Zirkovitsch. Der ist gerade schon auf dem Weg. Ich bitte alle potenziellen Fragestellenden, die an Stefan Zirkovitsch eine Frage stellen möchten, sich zur Schlange zu begeben. Dafür gebe ich auch wieder so etwa 20 Sekunden Zeit. Rufe in der Zwischenzeit zum ersten Mal die Kandidatin Julia Reda auf. Erster Aufruf an Julia Reda. Wir haben danach noch zwei Kandidierende, also nach Julia Reda noch zwei Kandidierende, die befragt werden sollen. Das sind Fotios Amanatidis und Gregory Engels. Die können sich ja auch schon mal entsprechend bereit machen. Die sind dann als Nächste und Letzte dran, bevor wir zum ersten Wahlgang kommen können. Wir liegen ausgezeichnet in der Zeit. Ich erkenne da keine zielgerichtete Bewegung in Richtung Fragestellenden-Liste mehr. Dann schließe ich die Schlange der potenziellen Fragestellenden, muss ausgelost werden. Dann bitte ich um Auslosung, bitte sehr. Und der oder die Erste kann dann ja auch schon mal gleich wieder nach vorne kommen. Ja, dann hast du das Wort. 30 Sekunden. Ich hätte gern gewusst, was hältst du davon, dass der ESM eine unbegrenzte Banklizenz für Kredite hat? Ich halte davon nicht viel, weil so letztlich die Rechenschaft ausgehebelt wird. Die Rechenschaft, die Politiker, die Rechenschaft, die Banken vor ihren Gläubigern haben müssen, faktisch ausgehebelt wird, da es so eine Möglichkeit gibt, das auszugleichen mit kleinen Tricks, die nichts mehr mit ordentlicher Finanzführung zu tun haben. Und in dem Feld habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt, auch mit den größeren Aspekten der Euro-Krise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einen Teil der Lösung der Euro-Krise darin sehe, dass sich Deutschland verdammt nochmal an Regeln hält, die es selbst mit beschlossen hat. Und dazu gehört zum Beispiel das Inflationsziel von 1,9 Prozent. Das ist unbedingt notwendig einzuhalten und nicht zu unterschreiten, nicht zu überschreiten, damit wir eine stabile Währungsunion überhaupt schaffen können. Ja, danke sehr. Dann die nächste Frage, bitte. Dafür auch wieder 30 Sekunden Zeit. Bitte sehr. Hallo, Stefan. Hi. This is going to be an English question. If you can, please answer in English. The question was before, the German armed forces have repeatedly asked for the support of unmanned aerial vehicles called drones. And this is, according to what they say, to keep them safe in Afghanistan. What is your take on the drones? My take on drones is, and first I have to say that in last June, I worked on a position paper of our Pirate Party to oppose unmanned aerial vehicles, especially those who are fully automatized, because they actually create more insecurity and are the best recruiter for tomorrow's terrorists, I think. In Pakistan, people live in constant horrors, and I think that's just horrible for world security and is not enhancing and, in fact, is creating a false feeling of security like all previous wonder weapons have. And that's my take on it. And we should oppose those new developments that I've heard on just yesterday on the radio that the U.S. Army is actually developing new fully automatized self-thinking drones. That's my take on it. Thanks. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, wieder 30 Sekunden, bitte und nah ran immer. Ja, ich wollte fragen, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, wie du persönliche Konflikte oder auch politische Konflikte innerhalb der Piratengruppe oder der Fraktion, wenn sich die Piraten einer Fraktion anschließen, lösen möchtest? Also ich antworte jetzt erstmal auf die zweite Frage, weil die für mich ja zuerst kommt. Ich habe mich dem Pledge angeschlossen und auch ein bisschen an ihm mitgearbeitet und dort haben wir gesagt, dass wir uns zusammen auch europaübergreifend, länderübergreifend einigen wollen, wem wir uns anschließen wollen. Zur Klarstellung erstmal, warum wir wahrscheinlich keine Fraktion bilden werden. Wir brauchen 19 Piraten und Piratinnen aus fünf verschiedenen europäischen Ländern. Das sehe ich bei aller Liebe derzeit nicht. Vielleicht schaffen wir es in ein paar. Und deshalb stehen wir real vor der Frage. Und ich würde mich in einem solchen Fall erstmal einer Mehrheitsentscheidung beugen, die, glaube ich, relativ eindeutig auch ausfallen würde für die grüne Fraktion. Und die andere Frage war ja, inwiefern ich mit persönlichen oder thematischen Konflikten umgehen würde. Und da sage ich erstmal, ich bin jemand, der eigene Prinzipien mitbringt, der Ideale hat, aber der seine Meinung grundsätzlich nicht über die anderer Leute stellt, wenn er dafür nicht Anlass aufgrund von fehlenden Sachargumenten auf der anderen Seite hat. Und deshalb nehme ich mich erstmal nicht so wichtig, versucht zuzuhören und mich schlichtweg nicht dadurch in den Vordergrund zu bringen, mich über andere Personen zu profilieren. Das bedeutet für mich, ganz kurz und knapp nochmal zusammengefasst, ich werde mich nicht so wichtig nehmen, dass ich persönliches Prestige unbedingt darauf kreiere, Entschuldigung für das Rumgeeier, ganz kurz und knapp, ich werde mich nicht so wichtig nehmen und deshalb für mich steht die Sacharbeit auch im Fokus. Und ich glaube, wenn es nur um Sachargumente geht, dann kann man da auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wir sind nicht so weit auseinander. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, wieder 30 Sekunden und nahe ans Mikro. Guten Morgen. Ich sage, auf deiner Wiki-Seite steht, dass du noch mitten im Studium steckst. Wie gehst du damit um, wenn du gewählt werden solltest? Also ich werde im nächsten Semester alle Module, die ich noch brauche, abschließen und dann tatsächlich nur noch die Bachelorarbeit übrig haben. Das machen tatsächlich einige Abgeordnete, die nebenher noch eine Bachelorarbeit schreiben. Da kenne ich zum Beispiel Agnieszka Brugger von den Grünen. Die macht das zurzeit auch und ich glaube, das ist möglich. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und bereite mich auch jetzt schon bereits thematisch auf meine Bachelorarbeit vor. Insofern sehe ich da kein Problem. Danke sehr. Dann die letzte Frage an Stefan Zirkovic. Wieder 30 Sekunden. Ja, hallo. Ich wollte fragen, wie du denn dir die Medienarbeit vorstellst? Was du für Erfahrungen hast mit Journalisten, mit Medien? Ja, ich war ja letztes Jahr schon Bundestagskandidat und da habe ich grundsätzlich eigentlich in allen verschiedenen Medienformen einen Auftritt gefunden, vor allen Dingen natürlich in der Zeitung. Ich habe öffentliche Reden gehalten, zum Beispiel dreimal anlässlich von Stopwatching als Kundgebung und habe es dabei immer geschafft, eine Zeile von mir in die Überschrift zu bekommen. Ich denke mal, das sagt auch schon einiges. Darüber hinaus hatte ich ein Audio-Interview, ein Radio-Interview, also ein Live-Radio-Interview und war auch schon mehrmals vor der Kamera gestanden. Insofern denke ich, ist das kein Problem. Die Talkshow-Kompetenz werde ich sicherlich noch entwickeln müssen, aber das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ansonsten glaube ich, dass ganz wichtig auch Hintergrundgespräche sind, wo man erklärt, eben in mehr als den 30 Sekunden, die dann am Ende gesendet werden oder die paar Zeilen, in denen über uns geschrieben wird, was eigentlich für ein Verständnis hinter unseren Forderungen steckt, damit es in der kurzen und knappen Zeit auch ordentlich rüberkommen kann. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Damit ist die Befragung von Stefan Zirkovic abgeschlossen. Es ergeht der zweite Aufruf an die Kandidatin Julia Reda, die ist auf dem Weg. Hier jetzt auch wieder die Bitte an alle potenziellen Fragestellenden, die an Julia Reda eine Frage stellen möchten, sich in die Fragenschlange einzureihen. Dafür auch wieder so etwa 20 Sekunden Zeit. Und in der Zwischenzeit der erste Aufruf an den nächsten Kandidaten, der sich befragen lassen wird, das ist Fotios Amanatidis. Erster Aufruf für die Befragungsrunde von Fotios Amanatidis. Danach haben wir dann noch Gregory Engels, dann sind wir damit durch. So, ich warte noch kurz. Da ist keine zielgerichtete Bewegung mehr erkennbar. Dann schließe ich die Reihe der potenziellen Fragestellenden. Ich glaube, es ist eine Auslosung erforderlich. Dann bitte ich darum, auszulosen. So, wir sind bereit. Dann, du hast das Wort. 30 Sekunden für die Frage. Alles klar, danke. Julia, meine Frage bezieht sich auf deinen Antrag W030, wo im Antrag geschrieben wird, alle anderen Anträge zum Europawahlprogramm außer zu einem gemeinsamen Verfallen. Das ist aus meiner Sicht gegen jeden basisdemokratischen Grundsatz. Bist du bereit, für den Fall, dass der Antrag behandelt wird, diesen Satz zu streichen? Oder stehst du dazu, dass du andere Positionen ausgrenzen willst? Ich will keine anderen Positionen ausgrenzen mit diesem Antrag. Es gibt einmal Änderungsanträge zu dem Antrag, die eine ähnliche Idee verfolgen, nämlich kurz und knapp einzelne Thesen pointiert darzustellen. Der Antrag ist ein Angebot für eine andere Art von Europawahlprogramm, weil ich denke, dass wir bei der Europawahl ein ganz anderes Problem haben als bei der Bundestagswahl. Die Wahlbeteiligung liegt bei 43%. Das heißt, wir müssen es schaffen, die Leute überhaupt erst mal für diese Wahl zu interessieren. Deshalb haben wir einen Antrag geschrieben, der wirklich sehr, sehr kurz und in einfachen Worten erklärt, wie wir uns die Arbeit in Europa vorstellen. Das heißt aber nicht, dass andere Positionen der Piratenpartei von mir als Kandidatin nicht vertreten werden würden. Und ja, also es ist ein Angebot, es ist insofern basisdemokratisch, dass wir heute darüber abstimmen. Und ich will das einfach der Versammlung überlassen, du bleibst dabei, danke schön. Welche Art besser ist. Julia hat noch eine Minute. Okay. Du hast noch eine Minute Zeit, weiter. Ist okay. Gut, damit ist die Frage beantwortet. Wir haben die nächste Fragestellerin, bitte 30 Sekunden für die Frage. Und nah ans Mikro. Hallo Julia. Du hast gestern in deiner Vorstellung gesagt, dass du schon praktische Erfahrungen im Europaparlament gesammelt hast. Wie sieht das denn aus? Was hast du denn gemacht? Also ich war im Jahr 2012 für etwa drei Monate Praktikantin der schwedischen Piratin Amelia Anderstotter. Zu meinen Aufgaben hat gehört, einmal eine Bildungsreise der jungen Piraten zu organisieren. Dort haben wir uns mit vielen Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen getroffen, haben uns über die Themen unterhalten, die da gerade auf der Tagesordnung standen. Die Datenschutzreform ging da gerade los. Wir haben uns mit NGOs vernetzt, unter anderem mit EDRI und mit AXIS. Es war also einmal diese Vernetzungsarbeit. Außerdem haben wir an der PSI-Richtlinie gearbeitet. Das ist die Richtlinie zur Weiterverwendung von öffentlichen Werken, also im Prinzip Open Government. Und ein weiteres Thema war natürlich noch die letzte Mobilisierung gegen ACTA. Also das heißt, die Kommunikation wirklich mit den Menschen, die nochmal aufzurufen, ihre Parlamentarier zu kontaktieren, zu zeigen, warum ACTA eben Probleme darstellt für die Grundrechte. Und das waren so die wichtigsten Themen während meiner Arbeit dort. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage wieder 30 Sekunden. Ja, hallo Julia. Du hast geschrieben, du befürwortest den EU-Beitritt der Türkei. Eine Frage hierzu. Die EU-Außengrenzen würden dann ja quasi an den Iran und an Syrien angrenzen. Welche Folgen hätte das, deines Erachtens, für die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik? Ich halte, das ist richtig, den EU-Beitritt der Türkei für sehr, sehr wichtig. Ich finde es ehrlich gesagt ein Unding, dass zu einem Zeitpunkt, wo Beitrittsverhandlungen schon veröffentlicht sind und gestartet sind und es klare Kriterien für den Beitritt gibt, dass einzelne Regierungen, vor allen Dingen eben auch die Regierung Merkel, sich hinstellen und sagen, eigentlich sind wir gar nicht für einen Beitritt, wir wollen eine privilegierte Partnerschaft. Das hat die Zustimmung in der Türkei für den Türkei-Beitritt extrem gefährdet und die Zustimmung geht dort zurück und ich glaube, das haben wir uns auch durch, oder hat sich die deutsche Regierung auf die Fahnen zu schreiben. Ich muss ehrlich sagen, die Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht mein Fachgebiet. Ich denke aber, dass eine ganz wichtige Sache ist, ist, dass bei der Fortführung vor allen Dingen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik das Europäische Parlament mehr Mitbestimmungsrechte bekommt. Es ist im Moment so, dass die Regierungen auf europäischer Ebene über Militäreinsätze entscheiden und dann hängt es von dem einzelnen Mitgliedstaat ab, ob es einen Parlamentsvorbehalt gibt oder nicht. Das halte ich für demokratisch problematisch und deshalb wäre meine Forderung an der Stelle, dass das Europäische Parlament auch einen Parlamentsvorbehalt bei militärischen Einsätzen im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bekommt. Herzlichen Dank. Dann die nächste Frage bitte. Wieder 30 Sekunden und nah ans Mikro. Danke. Julia, du hast eben und auch gestern deine Erfahrungen im Europaparlament geschildert. Du hast daraus gestern die Schlussfolgerung gezogen, dass du sehr viel international reisen wirst. Bei 3,1 Prozent haben wir drei Abgeordnete im Europaparlament. Das heißt, ein Drittel der Bundesrepublik ist politisch von deinem Mandat abhängig. Wie willst du diese beiden Absichten miteinander verknüpfen? Es ist leider so, dass bei der Europawahl, also dass die Europawahl eigentlich gar keine Europawahl ist, sondern 28 nationale Wahlen zu einem gemeinsamen Europäischen Parlament. Ich finde das nicht richtig und ich würde mich als Abgeordnete aller Menschen in Europa verstehen und nicht nur der Deutschen. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage an Julia Reda. Wieder 30 Sekunden bitte. Und bitte etwas mehr Ruhe im Saal. Es wird schon wieder etwas unruhig und ich kann immer weniger verstehen, was gesagt wird. Bitte, du hast das Wort. Im Vorfeld der Abstimmung im Bundestag zum Lissabon-Vertrag wurde teilweise heftig kritisiert von den Bundestagsabgeordneten Gauweiler, Nietzsche oder auch von Professor Schachtschneider, dass das Grundgesetz durch diesen Vertrag ausgehebelt würde. Wie siehst du das? Ich denke, dass der Vertrag von Lissabon absolut notwendig und ein Schritt in die richtige Richtung war. Natürlich bedeutet die europäische Einigung auch, dass Nationalstaaten Kompetenzen abgeben müssen. Ich halte das nicht grundsätzlich für ein Problem, sondern ich halte es für notwendig, dass im Zuge dieser Übergabe an Kompetenzen die demokratischen Rechte des Europaparlaments und die Demokratisierung der EU im gleichen Zuge vorangetrieben wird. Ich denke, das ist in einem akzeptablen Maße geschehen im Vertrag von Lissabon. Das Mitentscheidungsverfahren, also im Gesetzgebungsverfahren, wurde zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren gemacht. Das heißt, das Europäische Parlament hat sehr viel mehr Mitspracherechte bekommen. Die Europäische Bürgerinitiative wurde eingeführt, obwohl die immer noch große Schwächen in der Umsetzung hat. Insofern ist an der Stelle wirklich meine Aussage, es ist in Ordnung, wenn Kompetenzen an die EU übertragen werden. Nur wir müssen bei jeder dieser Vertragsänderungen eben sehr genau darauf achten, dass die Demokratisierung der EU im gleichen Maße vorangetrieben wird. Ja, herzlichen Dank. Damit ist die Befragung von Julia Rieder abgeschlossen. Es ergeht der zweite Aufruf an den Kandidaten Fotios Amanatidis. Der ist unterwegs. Und die Bitte an alle potenziellen Fragestellenden, sich zur Fragestellenden-Schlange zu begeben, während wir noch die Standard etwa 20 Sekunden warten. habe ich eine Durchsage zu machen. Diese Durchsage betrifft alle Kandidierenden. Ich bin hier von der AV-Organisation beziehungsweise dem Beauftragten des Bundesvorstands gebeten worden, Folgendes an alle Kandidierenden durchzusagen. Die Kandidierenden sind bereits im Vorfeld gebeten worden, sich Gedanken über ihren Schwerpunkt zu machen. Es geht also um einen thematischen Schwerpunkt. Hintergrund, ein Drittel der Themen für den Wahlkampf sollen von den Kandidierenden gesetzt werden. Dieser gemeinsame Schwerpunkt der Kandidierenden soll heute Abend feststehen. Daher sollen die Kandidierenden zum Front-Office kommen. Das ist von mir aus gesehen zu meiner Rechten, von euch aus zu eurer Linken. Und ihren einen Hauptschwerpunkt angeben, damit das zentral gesammelt und in eine Liste eingetragen werden kann. Also alle Kandidierenden bitte im Laufe der nächsten Stunden sobald als möglich zum Front-Office kommen und dort ihren thematischen Hauptschwerpunkt angeben, damit das gesammelt und dann entsprechend ausgewertet werden kann. Herzlichen Dank. Dann denke ich, können wir die Liste oder die Schlange der Fragestellenden schließen. Ich erkenne da auch keine Bewegung mehr. Es ist eine Auslosung von Nöten. Dann bitte ich darum, die durchzuführen. Und wir warten auf die erste Fragestellerin oder den ersten Fragesteller. Und es ergeht in der Zeit noch der erste Aufruf für den letzten zu befragenden Kandidaten Gregory Engels, der auch schon bereit sitzt. Erster Aufruf Gregory Engels. Und die erste Frage bitte 30 Sekunden. Ja, ich hätte gern gewusst, ob du die Eurogen4 ausbauen würdest oder abschaffen würdest. Die europäische Eingreiftruppe. Meinst du die Battle Forces oder welche Einheiten genau? Eurogen4 genannt. Okay. Da ist Deutschland gar nicht daran beteiligt. Du meinst die europäische Gendarmerie. Entschuldigung. Ja, also ich kenne die Problematik und verstehe es auch, dass Leute sagen, wir wollen sowieso keine Bundeswehr im Inneren. Das ist ja eine ganz klare Aussage bei uns. Und mit der Eurogen4 hätte man die Problematik, dass man über eine europäische Gendarmerie Truppen, die zwar keine Bundeswehr sind, aber schon besser oder, sagen wir mal, militärischer ausgestaltet sind als normale Polizeikräfte, die dann in europäischen Nachbarländern möglicherweise zum Einsatz kommen. Ich sehe das sehr kritisch, muss ich sagen. Ich habe aber, wenn ich die letzten Diskussionen zu diesem Thema gesehen habe, nicht das Gefühl, dass dieses Thema weiterkommt. Also Frankreich, Spanien und Italien sind soweit, ich weiß, schon darin beteiligt. Aber dass es da irgendeinen Fortschritt gab, außer den Willensbekundungen, sehe ich nicht. Ich glaube, dass man da auch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten muss, um auch den Menschen klarzumachen, was dort entsteht. Und ich glaube, dass wir auch als Piraten erst mal selber eine Meinung dazu finden müssen. Herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, bitte. Auch wieder 30 Sekunden und nah ans Mikrofon. Ja, ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Also ich bin etwas geschockt, das muss ich ehrlich sagen, von einer Spitzenkandidatin zu hören, dass eben die Beschneidung von Jungs und so weiter da eine moralische Frage ist. Und ich finde das einfach nicht okay. Ich finde, das ist eine gewaltende Freiheitsberaubung. Und ich möchte die Frage damit stellen, wie siehst du das? Findest du das auch gut, dass die Jungs also auch beschnitten werden können und so weiter? Siehst du das auch so altmodisch wie Anke Domscheit-Berg oder sagst du? Nee, da müssen wir aufpassen, dass da auch Jungs keine Tattoos und so weiter bekommen. Also die Fragezeit ist vorbei. Ich bitte dann doch auch alle noch folgenden Fragesteller und weise dich auch darauf hin. Es geht um Fragen an die jeweils zur Befragung vorgesehenden Kandidierenden. Und ich möchte auch darauf hinweisen, sich dann auch darauf zu beschränken. Gleichwohl, ich denke, die Frage ist einigermaßen klar geworden. Hast du jetzt zwei Minuten zur Beantwortung Zeit? Also ich weiß nicht, soll ich jetzt kommentieren, was andere Kandidaten für Ausgaben gemacht haben? Das, also ich würde sowohl in der Befragung als auch, also wenn du zu der politischen Angelegenheit, ich denke dazu ist Anke ja auch befragt worden. Das würde ich zulassen, aber ansonsten. Ja, aber ich glaube, die Beschneidungsfrage ist jetzt kein Thema für jetzt, oder? Dann wird die Frage nicht beantwortet. Und wir kommen zur nächsten Fragestellung, auch hier wieder 30 Sekunden Zeit. Ja, hallo Foti, eine Frage, und zwar laut den Reportern ohne Grenzen steht die Türkei derzeit auf Platz 154 in der Pressefreiheit von 179 Ländern. Laut den deutsch-türkischen Nachrichten sind mehr Journalisten im Knast dort als in China oder im Iran. Wie stehst du angesichts dieser Tatsache zum EU-Beitritt der Türkei? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich habe, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ich habe meine Abschlussarbeit über den Zypern-Konflikt und den Beitritt Zyperns zur Europäischen Union unter den Bedingungen der Besatzung Nordzyperns geschrieben. Und deshalb habe ich ziemlich viele der Dokumente zu dieser Thematik gelesen. Der Stand der Dinge ist, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei eröffnet worden sind. Es ist so und es ist auch richtig so. Jeder hat die Chance, beizutreten, wenn er die ganzen Kapitel abarbeitet. Und du kommst aber in bestimmten Fällen, und es gab auch der Grund, wieso die Beitrittsverhandlungen gerade stillstehen, ist zum Beispiel die Öffnung der türkischen Häfen für zypriotische Schiffe. Das liegt auch daran, dass die Türkei Zypern, die Republik Zypern nicht anerkennt. Es liegt an den Verhandlungsführern, sich entsprechend der Verhandlungspunkte damit zu beschäftigen. Und wenn die Türkei nicht die Kapitel abschließen will, die eröffnet worden sind, dann liegt es an den Verhandlungsführern. Ich persönlich habe da auch keine abschließende Meinung zu, trotz aller Verträge und Unterlagen, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, wieder 30 Sekunden und nah ans Mikro. Morgen, Foti. Du hast gestern in einer Rede gesagt, du siehst einen Schwerpunkt deiner Arbeit in der internationalen Vernetzung, in der Piratenpartei, in der Piratenbewegung. Skizziere doch kurz, was du da bislang so gemacht hast und vor allem auch, was du da für Pläne hast, falls du ein Mandat in der EP bekommst. Ja, also ich habe in den letzten drei, vier Jahren mit Gregory sehr viel zusammengearbeitet auf der internationalen Ebene. Wir waren auf verschiedenen PPI-Konferenzen. Ich habe Deutschland schon mal auf der PPI-Konferenz in Friedrichshafen vertreten. Dann habe ich Griechenland zur PPI gebracht. Nachdem ich die Partei mitgegründet habe, war ich in Prag Vertreter der griechischen Piratenpartei. Dann habe ich jetzt in Luxemburg für den PPEU-Vertrag die Piratenpartei Zypern vertreten. Und ich habe natürlich auf diesen ganzen internationalen Konferenzen auch alle möglichen Piraten kennengelernt, mit denen wir auch zusammen ein Programm geschrieben haben, nämlich unseren gemeinsamen europapolitischen Antrag der Piratenpartei, CEEP. Ich komme total durcheinander durch Ihren Namen. Und ich habe vor, diese Parteien auch zu vertreten. Ich sage ja immer den Leuten, sagt nicht deutsche Piraten, sagt nicht luxemburgische Piraten, sagt immer Piraten aus. Weil es gibt nur Piraten. Wir brauchen 25 Abgeordnete aus sieben Ländern nach derzeitigem Bestand. Und es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis die anderen Piratenparteien soweit sind. So eine halbe Minute. Aber wir können das strategisch angehen. Wir können gucken, welche anderen Piratenparteien schon soweit sind, auch unter den Umständen, mit denen sie dort zur Wahl stehen. Ich hatte mit Luxemburg gesprochen und Jerry sagt zu mir, Luxemburg hat sechs Abgeordnete und sie bräuchten zehn Prozent. Das ist leider im Moment nicht machbar. Aber es gibt andere Länder, wo man sicherlich unterstützend eingreifen kann. So, danke sehr. Wir hatten gerade wieder, es blinkt auch gerade rot. Aber gut, die nächste Frage, bitte wieder 30 Sekunden. Rot blinken ist gut. Auch an dich die Frage, wir haben ja auch konkrete Fragen zur Europaparlamentin heute wenig an den Worten gehört, auch gestern. Auch hier an dich die Frage, wie kannst du deine persönlichen Fähigkeiten einbringen, damit man dich wirklich wählen kann? Und welche sind das? Also das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Verstaunlich. Ja, wie gesagt, ich bin Politikwissenschaftler, ich habe das eben auch erwähnt, meine Abschlussarbeit ging über den Zypern-Konflikt und den Beitritt Zyperns zur Europäischen Union. Das heißt, ich habe die Verträge schon zumindest alle schon mal gelesen. Ich kenne sie nicht auswendig, falls jemand jetzt auf die Idee kommt, da was zu fragen. Auswendig kenne ich sie nicht, aber einige Stellen doch. Das heißt, ich müsste mich nicht darin einarbeiten, erst mal herauszufinden, womit sich dieses Parlament beschäftigt. Reicht das? Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Herzlichen Dank. Damit ist die Befragung von Fotios Amantidis abgeschlossen. Und wir kommen zum zweiten und überhaupt letzten Kandidierendenaufruf für die Befragungsrunde an Gregory Engels. Der ist da. Und ich bitte dann potenzielle Fragestellende, sich in die Fragereihe einzureihen. Gebe dafür auch wieder so etwa 20 Sekunden Zeit. In der Zwischenzeit, während wir warten, schon mal ganz vielen Dank an die beiden, die das mit der Auslosung und der Befragungsschlange gemacht haben und da die ganze Zeit stehen, damit wir dieses Verfahren überhaupt durchführen können. So. Und die Zeit ist auch rum. Zielgerichtete Bewegung erkenne ich keine mehr. Dann schließe ich die Liste der Fragestellenden und ihr könnt ein letztes Mal losen, wenn es notwendig ist. Ich bitte keine englische Frage. Bitte sehr, 30 Sekunden. Überraschendes Losglück. Auch an dich die Frage, welche Qualitäten hast du, die dich quasi wählbar machen. Das erkläre mir nochmal, weswegen ich dich wählen muss und weswegen du mein Vertreter im Europaparlament sein kannst. Und was sich unterscheidet von deinen Fähigkeiten. von anderen. Wir haben viel gehört, aber nicht so ganz so viel mit Inhalt. Ich bin glaube ich, der einzige Kandidat, der geblieben ist, der Unternehmer ist, aber ich kann mich irren, also wenn ich jemandem Unrecht tue, nicht mit Absicht. Ich habe relativ reichhaltige, vielfältige Lebenserfahrungen gemacht, verbunden mit Leben in mehreren Ländern, internationalen Beziehungen. Ich habe mehrere Unternehmen auch gegründet gehabt, Startups gehabt, bin unternehmerisch tätig, bin auch viel in der Welt unterwegs, auf Konferenzen, halte interessante Dialoge mit vielen interessanten Menschen und bin auch in der Piratenbewegung sehr gut vernetzt, also wahrscheinlich der vernetzteste Pirat weltweit überhaupt. Ich habe auch bei den verschiedensten Events auch viele Parlamentarier direkt jetzt schon aus dem EU-Parlament kennengelernt, bin Mandatsträger seit zweieinhalb Jahren und habe durch diese Erfahrung relativ viel diplomatisches Verhandlungsgeschick aufgebaut, dass ich tatsächlich die Themen orientierte Verhandlungspolitik beherrsche, wo es nicht darum geht, wer am Ende auf der, wessen Name am Ende auf dem Vorschlag steht, sondern dass ich der Vorschlag, den wir wollen, auch umgesetzt wird. Das heißt, ich kann dafür garantieren, dass Vorschläge aus der Piratenpartei auch in Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen tatsächlich in Parlament dann auch angenommen werden, in der eine oder andere Form. Das ist sicher. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, auch wieder 30 Sekunden und nah ins Mikro. Ein Punkt, den du in deiner Vorstellung gestern kurz angedeutet hast. Was ist dein Leitbild, deine Vision von Europa? Der Aufbau eines Bundesstaates mit einer tiefen inneren Identität aller Bürger oder der Aufbau eines Staatenbundes als Wirtschafts-, Stabilitäts- und Friedensraum? Und kennst du die Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes dazu? Jawohl. Ich möchte ein bisschen ausweichend erklären, weil die Realität ist nicht schwarz und weiß zwischen diesen beiden Alternativen. Ich mag das Wort Staatenbund nicht, ich mag das Wort europäische Bundesstaat noch viel weniger. Ich vertrete so mehr oder weniger die Position, die nah an den europäischen Föderalisten sich bewegt. Das heißt, ich möchte ein Europa, das im Fokus die Bürger und die Regionen, das heißt, der Lebensraum des Menschen hat. Das heißt, ich möchte die regionale Ebene gestärkt sehen und die nationale Ebene vielleicht weniger wichtig, als es zu Zeiten von Bismarck war, als die Nationalstaaten gegründet worden waren. Das heißt, die Schulen, die gebaut werden, sollen regional bestimmt werden und auch dafür Finanzierung festgelegt werden, was jetzt im regionalen, kommunalen Selbstverwaltung teilweise nicht so wirklich funktioniert mit den ganzen Schulden, die die Kommunen haben. Gleichzeitig, wenn es darum geht, welche Inhalte in den Schulen vermittelt werden, dann sehe ich nicht ein, dass die Kinder in Lissabon anderen Globus benutzen sollen als die Kinder in Berlin und weil die Welt ist die gleiche und das heißt, dort harmonisieren, wo es Sinn macht und dort lokalisieren, wo es auch Sinn macht. Think global, act local. Ja, herzlichen Dank. Dann die nächste Frage, bitte nah ans Mikro und auch wieder 30 Sekunden. Morgen, Gregory. die Frage ist folgende und zwar, du hast gestern ja gesagt, du begrüßt den polnischen und den weiteren Ausbau des Euros und auch dass Polen zum Euro dazukommt. Wie willst du den gesellschaftspolitischen Konsens in Deutschland erreichen, wenn dann, Stichwort europäische Länder Finanzausgleich, erhebliche Zahlungen in die anderen europäischen Länder notwendig werden? Wir müssen mal sagen, dass die Zahlungen in anderen europäischen Ländern bisher ja zum Vorteil Deutschlands waren, weil letztendlich sind sie auch irgendwann zurückzuzahlen und die Diskussion muss weg davon, dass der deutsche Steuerzahler für die Rettung griechischer Banken zahlt, weil darum geht es nicht. Es geht um die Solidarität in Europa, es geht darum, dass wir in einer Union leben. Gestern hat ein Kandidat sehr treffend gesagt, ich kann mir eine nicht solidarische Union gar nicht vorstellen. Ich finde es ein klasse Zitat und möchte gerne mich zu eigen machen. Und es ist so, dass vieles, was in Diskussion geführt wird, gar nichts mit Fakten zu tun hat. Und die Diskussion muss versachlicht werden und weniger von der angstpolitischen Rhetorik weg. Danke sehr. Dann die nächste Frage, auch wieder 30 Sekunden und nah ans Mikro. Morgen, Gregory. Guten Morgen. Wir alle beobachten mit großer Sorge eine Entwicklung in Südeuropa und in Westeuropa, auch in Frankreich, das Wiedererstarken der Rechten. Viele von uns verfolgen das mit heißem Herzen, das ist auch richtig so, allerdings muss man einen kühlen Kopf bewahren. Und meine Frage an dich wäre, an der Stelle, kannst du eine Verbindung dieser Entwicklung zur Politik von Frau Merkel herstellen? Ja. Ich weiß, ob diese Frage nicht vorbereitet. ich muss mal aufpassen, was ich jetzt sage. Den kühlen Kopf bewahren ist sehr wichtig in der Politik, weil häufig sind die Gesprächspartner, die Kritikobjekte auch Gesprächspartner von morgen. Jetzt bei Frau Merkel kann mir das zwar wenig vorstellen, aber ich muss trotzdem aufpassen. Ja, ich denke, da ist vieles dran, vieles Wahres dran. Auch vieles Verschließen der Augen von der etablierten Politik vor den Problemen, die die Menschen wirklich bewegen und im Gegenteil versuchen, Scheinprobleme vorzuschieben, wie die angebliche Armutszuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, die in den Fakten überhaupt nicht zu belegen ist und Forderungen nach irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen, wer betrügt, fliegt und solche Sachen, was von CSU jetzt kommt, das ist alles so ein größter Quatsch, was ich eben mit Angstrhetorik meine. Das hat mit Fakten nichts zu tun. Und wer sowas verbreitet, sät eben die Saat, deren Früchte die Erfolge eben von den nationalgerichteten Parteien sind. Und ich sehe die Gefahr, dass wir in Deutschland auch dieser Entwicklung auch in Deutschland zusteuern. Und das macht mir persönlich Angst. Herzlichen Dank. Dann die letzte Frage. Noch mal 30 Sekunden. Bitte sehr. Guten Morgen, Gori. Und fröhliche Weihnachten, denke ich mal, für dich heute. Und frohe Ostern, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, nee, aber heute ist ja orthodoxes Weihnachten. Egal. Du weißt um die Vorgänge in Kiew auf dem Platz der Unabhängigkeit, auf dem Maidan. Der eine oder andere hat vielleicht gesehen, dass in Kiew auch eine Lenin-Statue umgerissen wurde und alles wurde im Westen propagiert als wir wollen zu Europa. Könntest du bitte mal kurz analysieren, wer sich hinter der sogenannten Europa-Opposition in Kiew auch noch verbirgt? Gut. Wir kriegen hier in Deutschland ein Medienbild, was einseitig ist durch einseitige Berichterstattung. Wenn man ein umfassendes Bild machen möchte, muss man mehrere Nachrichtenquellen auch aus anderen Ländern beziehen. die Realität ist wie immer komplex und nicht schwarz und weiß, sondern grau. Es ist, ja, es gibt pro-europäische Kräfte, die auch vorhanden sind, aber die Wahrheit ist zum Beispiel, dass die ukrainische Piratenpartei, die in Grünung sich befindet, Flugzettel verteilt, ein ganzer Stapel davon, verschiedene Sachen, da steht drauf zum Beispiel, ich bin nicht für Europa, ich möchte nur, dass ein Ende mit Korruption ist und deswegen gehe ich auf Maidan. Und viele Leute, die auf Maidan gehen, denen ist es wichtig, dass die Gesellschaft, in der sie leben, verändert wird. Sie möchten, dass es ein Ende ist, dass man Schmiergeld bezahlen muss, nur um einen Arzttermin zu bekommen beim guten Arzt. Sie möchten, dass es ein Ende ist, dass man Schmiergeld bezahlen muss an der Schule, damit ein Kind einen Abschluss kriegt. Und deswegen sind die Leute da. Und nicht alle davon sind pro-Europa. Es ist viel komplizierter. Viele davon wollen nur diese Umstände verändert werden, in denen sie leben und sind in Wirklichkeit von Russland. Auch in der Anhörung von Russland nicht abgeneigt. Ein Beispiel dazu ist, dass Vitalik Klitschko auf dem Maidan, der angeblich hier in Deutschland propagierte Oppositionsführer in Ukraine, auf dem Maidan in Russisch spricht und nicht in Ukrainisch. Es ist komplex. Herzlichen Dank. Damit ist die Befragungsrunde von Gregory Engels abgeschlossen. Danke sehr. Gerne. Und die Befragungsrunde insgesamt ist abgeschlossen. Wir sind einen großen Schritt weiter gekommen. Ein paar Sachen habe ich noch. Es gibt zunächst eine organisatorische Durchsage, die, wenn ich es richtig verstanden habe, das Essen betrifft. Das ziehen wir vor. Ja, hallo, Babak Tubis. Ich bin hier einer der Hauptverantwortlichen für das Catering. Es gab gestern ein kleines Problem bezüglich des veganen Essens mit dem externen Caterer hier. Da haben einige Leute dort was missverstanden. Bei mir ist auch etwas nicht ganz sauber gelaufen, weil ich das nicht sauber kontrolliert habe. Das ist für heute geregelt. Es gibt jetzt veganes Essen. Es ist zwar nur Reis und Tomatensauce und ähnliches, aber es gibt auch bitte auf Anfrage einfach Bescheid geben, die kümmern sich drum. Danke. Herzlichen Dank. Dann habe ich auch noch ein paar Dinge, bevor ich dann an den Wahlleiter übergebe. Zum einen möchte ich mich beim Vorher wollte ich noch sagen, bei allen Fragestellenden, ich würde jetzt sagen, beim ganz überwiegenden Teil aller Fragestellenden dafür bedanken, dass wir gar nicht in die Probleme gekommen sind, jemandem großartiges Wort entziehen zu müssen. Die Frage kam ja gestern auf, sondern dass die Fragen doch alle sehr vernünftig, konstruktiv und seriös gewesen sind und auch praktisch keine unzulässigen Fragen dabei waren. Also an alle Fragestellenden vielen Dank da an der Stelle für die Disziplin. Das Gleiche schon für gestern Abend und auch für heute vielen vielen Dank auch an alle Kandidierenden, dass das heute so vollkommen reibungslos geklappt hat mit der jeweiligen Übergabe und der jeweiligen nächsten Befragungsrunde. Da hatten wir ja gar kein Problem, also auch hier trotz der frühen Stunde. Vielen Dank an alle, dass das so ohne Probleme geklappt hat und wir gleich weitermachen konnte. Ich habe dann noch mehrere Karten Funde bzw. Material Funde durchzugeben. Es ist immer noch der Stimmzettel Block, den ich eben noch mal vorhin durchgesagt habe. Der ist noch abholbar. Das ist der Stimmzettel Block für Nein-Karten gefunden worden. Einmal die Grün-Violetten für die Aufstellungsversammlung mit der Nummer 14424. Ja-Nein-Karten Grün-Violett für die AV Nummer 14424. Ein weiterer Stimmkartensatz Blau-Rot für den BPT mit der Nummer 54210. Blau-Rot BPT Stimmkartensatz 542110. Ein weiterer Stimmblock für die Aufstellungsversammlung ist ebenfalls gefunden worden mit der Nummer AV 053590 053590 für die Aufstellungsversammlung. Alle diese Materialien können im Frontoffice abgeholt werden. Ich wiederhole meine Ansage von eben mit der Bitte an alle Kandidierenden die es noch nicht getan haben sich zum Frontoffice zu begeben um dort ihren thematischen Schwerpunkt bekannt zu geben. Das soll gesammelt und ausgewertet werden, damit dann am Ende so wie es vorgesehen ist, ein Drittel der thematischen Ausrichtung des Europawahlkampfs durch die Kandidierenden bestimmt wird. noch 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 eine letzte Ansage von mir Ich habe gestern auf Twitter gesehen die Frage ob die Tatsache dass wir hier so außerordentlich seriöslich angezogen sind obwohl Thorsten Wirt in seiner Eröffnungsrede gesagt hat dass wir nicht seriöslich sein müssen ob das mit irgendeiner Form von Professionalisierung zu tun hat die Antwort auf diese Frage ist nein der Hintergrund ist folgender wir haben uns im Vorfeld entschlossen eine klare und deutliche optische Trennung der beiden Veranstaltungen vorzunehmen und beschlossen dass die Aufstellungsversammlung in Jahranzügen Abend Garderobe unähnlichem vom Bühnenteam gemacht wird und der Bundesparteitag in Bademänteln Die Bademäntel sind eigens angefertigt worden für diesen Zweck von einem Piraten aus Sachsen ist das richtig Sachsen Anhalt Verzeihung ist also eine Spezialanfertigung nur für diese Veranstaltung ihr werdet also später sehen wenn wir zu einem BPT-Teil kommen was heute dann auch bald der Fall sein wird dass das Bühnenteam in Bademänteln hier oben sitzen wird es wird sich auch das BIMA-Bild farblich leicht verändern so dass dann auch klar ist in welchem Veranstaltungsteil wir stecken es gibt ja auch zwei verschiedene Stimmkartensätze das wird die Versammlungsleitung nachher noch erklären für die AV hatten wir ja diese beiden hier also grün und violett und für den Bundesparteitag wird der andere Stimmkartensatz gelten mit blau und rot das soweit zu dem was ich noch zu sagen hatte ich werde jetzt gleich im Anschluss gibt ein GO-Antrag dann ist jetzt ja gut GO-Antrag auf dem Meinungsbild vor der Wahl ist das zulässig gerade ich lasse das Meinungsbild zu dann eben weil bei einigen war das vorher so im Gespräch einmal die Frage ob die Versammlung der Meinung ist dass so um die 20 Kandidaten auf der Liste in Ordnung ist oder nicht also ob man der Meinung ist dass das ausreichend ist oder lieber weniger oder lieber weniger es muss eine Frage sein die mit ja oder nein zu beantworten ist oder ist nicht mit ja oder nein okay ich formuliere es mal eben um ist man der Meinung dass die Liste um die 20 Leute lang sein sollte dann frage ich das Meinungsbild ab die Frage ist ist die Aufstellungsversammlung der Ansicht dass die Liste um die 20 Personen lang sein sollte ich bitte um das Kartenzeichen genau grün und violett ich teile dem Antragsteller und der Versammlung mit dass ich keine klare Mehrheit im Meinungsbild erkennen kann das Meinungsbild ist durchwachsen ok ok danke gut dann kommen wir zu ahja einige Materialien sind schon abgeholt worden das ist schön bevor ich das Wort an den Wahlleiter übergebe was gleich geschehen wird der Wahlleiter wird also im Anschluss Dinge zum Wahlverfahren erklären und alles mit dem Wahlgang tun die Versammlungsleitung übergebe ich Jochen Bokor ist der Bokor derjenige der Bokoren der gerade neben mir sitzt der andere Bokor also Florian Bokor an den übergebe ich dann die Versammlungsleitung und das Wort hat jetzt der Wahlleiter Jochen Bokor und ich verabschiede mich einst weil bis später so als allererstes ich habe ausreichend Helferinnen dass es irgendwie darstellbar ist dass wir heute eine Liste gewählt bekommen vielen Dank dafür all diese Helferinnen bitte jetzt in den ersten Stock ins Foyer bitte alle Wahlhelferinnen jetzt hoch gehen und einen Rechner mitnehmen und Dreifachstecker wenn ihr irgendwie Stromtransport Möglichkeiten habt nehmt diese mit und nehmt eure Laptops mit und begebt euch in den ersten Stock hoch so der Rest bitte Ruhe bewahren und zuhören es wird folgendermaßen ablaufen ihr geht dort aus den Türen raus biegt rechts ab zur Treppe vor der Treppe werden Stimmzettel ausgegeben diese Stimmzettel werden ungefähr so aussehen wenn ihr einen Stimmzettel erhaltet wird auf eurer lila Karte abgekreuzt dass ihr einen Stimmzettel bekommen habt mit diesem Stimmzettel in der Hand geht ihr dann die Treppe rauf und ich sehe hier schon fluchtartige Strömungen ah das sind meine Helfer Entschuldigung halt bitte keine Panik der Wahlgang wird lang genug laufen dass jeder drankommt versucht diesmal anders als saubere Schlange zu bilden so viel dazu des weiteren wer Unterstützung beim Ausfüllen des Stimmzettels benötigt meldet sich bitte bei meinen Wahlhelferinnen und sagt wer die Vertrauensperson ist die er mitnehmen will in die Wahlkabine um Unterstützung zu bekommen beim Ausfüllen des Zettels des weiteren wer mobilitätseingeschränkt ist kann sich an Antonia wenden die momentan dort unten sitzt und winkt die wird während des Wahlgangs draußen am Infopoint ungefähr sein und euch dort unterstützen wenn ihr Hilfe habt dann muss ich euch liebe Versammlung um Verständnis bitten dass die Leute die Aufgaben zu erfüllen haben von mir ganz krass bevorzugt werden wer ein Badge hat darf sich in der Reihe vorne anstellen es ist einfach so dass auch während des Wahlgangs der Parteitag weiter laufen muss und das ist die einzige Möglichkeit die wir haben gut dann noch ein paar formale Sachen ich muss explizit erwähnen dass geheim gewählt werden wird ihr werdet feststellen wenn ihr die Treppe rauf kommt wir haben knapp 100 Wahlkabinen aufgebaut nutzt diese ja mir ist bewusst dass die Wahlkabinen mit dem Rücken zum Publikumsverkehr stehen dann müsst ihr euch ein wenig enger vor euren Stimmzettel setzen wenn ihr wirklich geheim geheim wählen wollt des weiteren muss ich feststellen dass das Stimmrecht all derjenigen die Anspruch auf Stimmabgabe erhoben haben festgestellt wurde das hat die Akkreditierung gemacht dennoch muss ich nachfragen ob es irgendwelche Zweifel gibt dass Menschen an dieser Wahl jetzt teilnehmen wollen die nicht akkreditiert sind und nicht berechtigt sind akkreditiert worden zu sein also gibt es irgendwelche Zweifel dass es Versammlungsteilnehmerinnen gibt die keine solchen sein sollten ich sehe das ist nicht der Fall vielen Dank gut dann machen wir weiter mit dem Wahlgang auf dem Stimmzettel stehen 62 Namen für jeden einzelnen Namen habt ihr die Möglichkeit mit Ja Enthaltung oder Nein zu stimmen das Ganze schaut so aus ich musste sie in zwei Spalten verteilen und jeweils rechts von den Namen habt ihr drei Möglichkeiten anzukreuzen ihr dürft pro Zeile okay gut ihr dürft für jeden Kandidierenden eine Möglichkeit ankreuzen ankreuzen dies ist der Vorsortierungs Wahlgang das heißt die Leute die jetzt gewählt werden sind auf der Liste drauf wer nicht gewählt wird ist nicht auf der Liste drauf das heißt ihr legt jetzt auch die Listen Länge fest so und jetzt erwarte ich Fragen am mittleren Mikrofon ja Fragen am mittleren Mikro wie enthält man sich nein eine Frage nur damit ich das richtig verstehe das ist der Vorsortierungs Wahlgang das heißt wenn wir jetzt das ist ja Approval da kreuzen die meisten nur den Liebling an wenn da jetzt nur zwei Leute über 50 Prozent kommt ist die Liste auch nur zwei Leute groß das ist korrekt ist sich die Wahlleitung sicher dass die Anwesenden die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens verstanden haben und insbesondere die Konsequenzen die es hat wenn hier in diesem Verfahren jetzt taktisch gewählt wird ich kann leider keine Aussagen über die Zurechnungsfähigkeit der Versammlung treffen ich formuliere die Frage ein bisschen anders ist die Wahlleitung der Meinung dass es Sinn machen könnte diese Punkte noch mal detaillierter zu erläutern ich kann es versuchen noch einmal zu erläutern also es ist wie aus der Frage von Klaus auch schon hervorgehen dies der Vorsortierungs Wahlgang in dem implizit die Listenlänge festgelegt wird das heißt wenn viele Menschen taktisch wählen und nur wenige Ja Stimmen verteilen kann dies dazu führen dass eine sehr kurze Liste gewählt wird ich habe irgendwo gehört wir brauchen 3,1% für zwei Abgeordnete wenn wir nur eine Liste mit einer Person drauf haben stünden wir dann schon dumm da Nächste Frage bitte Via Twitter kam gerade die Frage wo sich der Aufzug für gehbehinderte Menschen befindet Der Aufzug für gehbehinderte Menschen befindet sich wenn ihr aus dem Saal raus kommt rechts dann müsst ihr zunächst an der Treppe einen Stimmzettel abholen dann dürfen Gehbehinderte anders als Gehfähige den Tisch der Stimmzettelausgabe nicht Richtung Treppe sondern nach hinten verlassen denn direkt neben der Treppe ist der Aufzug Ja bis vorhin war alles klar bis zur Frage meines geschätzten Kollegen Beugert aus der sich eine Nachfrage gegeben hat und zwar auf diesem Stimmzettel ist es jetzt Approval oder ist es Ja Nein Es ist kein Approval es ist ein parallelisierter Einzelwahlgang mit jeweils den Optionen Ja Enthaltung Nein Dankeschön Ja ich wollte mal fragen ob vielleicht irgendjemand im Saal ist der schon mal durchgerechnet hat wir hatten das glaube ich in NRW bei einer Aufstellungsversammlung im Schnitt wie viele Kreuze gemacht werden müssen oder wie viele Ja-Stimmen vergeben werden müssen um zum Beispiel eine Liste hinzukriegen die 10 oder 20 Leute lang ist weil meine Befürchtung ist dass die Leute sparsam Kreuze vergeben und hinterher sich furchtbar aufregen wenn die Liste sehr kurz ist und wir dann hier Tumulte haben Oh Gott die Liste darf nicht nur drei Leute lang sein was machen wir wir müssen alles von vorne anfangen oder sowas vielleicht kann das irgendjemand durchrechnen und twittern oder so das wäre nicht cool wir haben ja auch Computer Eine Anregung Ja ich kann es selber nicht machen Hallo Meine Frage sehr kurzen Liste das Risiko besteht beim guten Wahlergebnis entweder keine Nachrücke auf einer Europaliste zu haben oder dass sogar Sitze frei bleiben Ja wir können da in die Berlin-Falle tappen Ja eine Frage dazu wie denn Enthaltungen gezählt werden gibt es einen Unterschied zwischen aktiver und passiver Enthaltung also wenn ich Enthaltung ankreuze bedeutet das was anderes als wenn ich gar keinen Zettel abgebe Nein das ist genau das gleiche aktive und passive Enthaltung oder Zeile leerlassen ist genau das gleiche Auf der Liste sind ja auch Kandidaten die zurückgezogen haben wird ein Stimmzettel ungültig wenn dort Kreuze gemacht werden Nein weil Kandidaturen zurückziehen eigentlich nicht möglich ist Also ich wollte doch noch mal wissen die Enthaltung wie zählt die eigentlich also wie wird das nachher ausgezählt ist das eine Nein Stimme oder eine Enthaltung ist eine Nicht Stimmabgabe nach erzählen wir die Ja Stimmen und die Nein Stimmen und gewählt ist wer mehr Ja als Nein Stimmen Die Enthaltungen faktorieren dort nicht rein Und wie ist das jetzt Wann ist ein Stimmzettel ungültig Ein Stimmzettel ist dann ungültig wenn er den Wählerwillen nicht erkennen lässt zusätzlich Bemerkungen erhält sonstige Identifikationsmerkmale enthält Also wenn ihr Sprüche drauf schreibt ist er auf jeden Fall ungültig und wenn nicht zu erkennen ist was ihr ausdrücken wollt dann ist er auch ungültig Und wenn man sich mal vertippt hat oder verkreuzt Wenn ihr ein Kreuz falsch gesetzt habt streicht dieses deutlich aus am besten füllt ihr dann das ganze Kästchen aus und setzt ein neues Kreuz daneben Wenn ihr ganz ganz viel Mist gebaut habt gibt es die Möglichkeit dass ich Stimmzettel austauschen lasse gegen Abgabe des alten Stimmzettels der dann vernichtet wird könnt ihr notfalls wenn ihr wirklich ganz dämlich wart Entschuldigung einen neuen Stimmzettel erhalten Also wenn Sie recht verstanden haben werden die Nein-Stimmen von den Ja-Stimmen abgezogen Wer da positiv ist ist gewählt Frage gibt es noch ein 50% Quorum oder ist das das mal hinfällig dann Das ist das 50% Quorum Okay Die nächste Frage bitte Eine Frage zur Frage die eben gestellt wurde Wenn auf dem Stimmzettel Kandidaten stehen die ihre Kandidatur zurückgezogen haben sie allerdings jetzt bei der Wahl gewählt werden stehen sie faktisch auf der Liste obgleich sie ihre Kandidatur zurückgezogen haben habe ich das falsch verstanden Da kann der Andi glaube ich mehr dazu sagen Alle Bewerber die jetzt auf diesem Zettel stehen haben eine Zustimmungserklärung abgegeben Eine Zustimmungserklärung ist laut Europawahlordnung unwiderruflich das heißt das ist das was ich gesagt habe einmal die Zustimmung erklärt darf man erstmal nicht mehr zurückziehen es gibt so ein ich sag mal möglich so Loophole Möglichkeiten über den Wahlausschuss aber da sind wir halt auf die Zustimmung des Wahlausschusses angewiesen ich kann halt im Zweifel den Leuten bitte nur raten halt dann die Leute die halt zurückgezogen haben dann deren Willen halt ernst zu nehmen sie dann bitte nicht zu wählen Noch ein weiterer Hinweis von mir ihr dürft übrigens alles mitnehmen in die Wahlkabine was ihr mitnehmen wollt also wenn ihr irgendwie euch Notizen auf dem Rechner Tablet sonst wie gemacht habt Notizzettel und so weiter zu Kandidierenden dürft ihr alles mitnehmen aber die nächste Frage bitte dazu danke Andy für deine Ausführung ich habe mitbekommen dass ein Kandidat zurückgezogen hat zwischendurch hatte ich nicht die Gelegenheit die gesamte Versammlung in Gänze nachzuverfolgen gibt es eine Möglichkeit dass ihr nochmal sagt welche Kandidaten tatsächlich zurückgezogen haben sodass der Fall den du gerade beschrieben hast eventuell nicht einzutreten braucht danke ich habe es nicht mit geschrieben Andi hat es anscheinend auch nicht mit geschrieben ich sehe hier dass nur Paul Weiler gesagt hat dass er nicht kandidieren will nächste Frage bitte üblicherweise kommt am Ende der Wahl doch immer die schöne Frage nehmt ihr die Wahl an üblicherweise diesmal nicht weil die Annahme bereits zuvor schriftlich erklärt worden ist und mir wurde mitgeteilt dass tatsächlich alle Kandidaten Kandidierenden Entschuldigung wo waren wir stehen geblieben ach ja nächste Frage bitte für den Fall dass bei einer bei einem Kandidaten der Wählerwille nicht eindeutig gekennbar ist zum Beispiel ja und nein angekreuzt ist ist dann der komplette Stimmzettel ungültig oder nur für die Person ungültig beziehungsweise es zählt demnach als Enthaltung nur für die also wenn sich der Fehler tatsächlich auf eine Zeile eingrenzen lässt dann wird dieser Fehler nur auf eine Zeile Auswirkungen haben und dann zählen wir diese wie eine Nichtabgabe also eine Enthaltung so weitere Fragen gut keine weiteren Fragen Sebastian nicht wegrennen hier vorne sind die Wahlurnen die wir einsetzen werden meine Helfer zeigen euch jetzt dass diese Urnen leer sind die Urnen werden jetzt verschlossen und nach oben gebracht werden wo die Stimmen abgegeben werden ihr könnt hoch gehen so ich bin jetzt soweit ich bitte euch jetzt keine panikartigen Zustände was war das die violette Karte wird abgekreuzt werden weil wir werden die violette Karte benutzen so ich wäre jetzt dann soweit ich möchte euch noch darauf hinweisen dass dies keine Übung ist sondern ein scharfer Wahlgang und ich eröffne den Wahlgang hiermit ihr könnt wählen hallo wir haben hier einen gewinner und zwar der gewinner mit der nummer 14947 kann nicht an der Wahl teilnehmen ich wiederhole der teilnehmer mit der akkreditierungs nummer 14947 kann nicht an der Wahl teilnehmen da wir hier seine sämtlichen Stimmzettel haben ich bitte kurz um eure aufmerksamkeit ein paar um nicht zu sagen etliche der Piraten die bereits gewählt haben haben den Kugelschreiber als Souvenir mitgenommen das stellt uns jetzt vor ein erhebliches Problem wer das getan hat oder wer bereit ist auf irgendeinen Kugelschreiber zu verzichten möge ihn bitte ganz spontan hier nach vorne bringen wir brauchen dringend schnell Kugelschreiber ich wiederhole wir brauchen jetzt dringend schnell Kugelschreiber hier vorne Kugelschreiber hier bitte nach vorne einfach hier ablegen wir brauchen Kugelschreiber schnell Kugelschreiber nach vorne bitte es geht hier alles Hauptsache es schreibt lieber Parteitag lieber Parteitag so lange wird dieser Wahlgang nicht mehr dauern ich habe gerade gehört dass die Schlange nicht mehr ganz so lange ist also diejenigen von euch die noch nicht ihre stimme abgegeben haben sollten das bei Gelegenheit machen auch dieser Wahlgang wird zu einem Ende kommen die Schlange die Schlange schon recht kurz also ich kann sie von hier aus das Ende nicht mehr sehen das heißt falls ihr noch wählen wollt begebt euch in die Richtung mir wird gerade mitgeteilt dass die letzten Wählerinnen bei der Stimmabgabe sind also wenn ihr noch nicht gewählt habt dies noch tun wollt lauft los ich habe mich gerade persönlich vor Ort überzeugt es gibt keine Schlange mehr also wenn ihr noch wählen wollt jetzt loslaufen ich habe einen Speer oben mit Funkgerät der mir sagt wann die letzte Stimme abgegeben ist und in einer Minute ungefähr oder vielleicht auch zwei ich weiß nicht wie lange ich dorthin brauche werde ich die Stimmzettel Ausgabe schließen also lauft jetzt los wenn ihr noch einen Stimmzettel haben wollt ich warte jetzt noch auf die letzten Stimmabgaben und meine Helferinnen können sich schon mal bereit machen und loslaufen Richtung Wahlbereich wo auch ausgezählt werden wird mir wird gerade von oben mitgeteilt dass immer noch nicht alle Wahlhelfer oben sind also falls ihr euch vorhin gemeldet habt zu helfen lauft bitte jetzt los des weiteren wurde mir mitgeteilt dass die Wahlhandlungen alle abgeschlossen sind damit schließe ich diesen Wahlgang und habe noch eine Mecker Ansage wir haben dort oben so analoge Schreibgeräte ausgelegt die sind kein Souvenir bitte 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 lasst diese liegen oder lasst sogar mehr zurück als ihr vorgefunden habt aber weniger zurücklassen als ja okay hiermit unterbreche ich die Aufstellungsversammlung und beende die Unterbrechung des Bundesparteitages es kommt das mit den Bademänteln wir kommen zu dem Formalkram als erstes wie immer die Wahl der Versammlungsleitung ich würde euch bitten mir weiterhin das Vertrauen auszusprechen dass ich auch diese Versammlung leiten darf kriege ich dafür bitte euer Kartenzeichen und es ist ein Test ob ihr begriffen habt es ist die andere Versammlung mit diesen Stimmkarten sehr schön vielen Dank für euer Vertrauen und vielen Dank dass ihr schon gleich die richtigen Stimmkarten verwendet habt ich übergebe die Versammlungsleitung an die Lara Lembke für eine kurze Rede. Amelia, dein Redeslot. Okay, she's on our way. Right. So, good morning, well, good lunch, everybody. Pirates, friends. Coming before a large crowd after New Year is always a bit scary. It's a time for new hopes, and it's a time for new futures. Europe faces many challenges. Luckily, there are no challenges that pirates cannot answer. We need to put the Internet back into the hands of the people. The Internet needs to fulfill the promises of social interaction, decentralization, and empowerment that it promised. Neuland, as it were, is the place which empowers us. It empowers Europeans and pirates to live and create freely. I will speak about copyright and security doctrines. From both of those areas, it is clear that Europe doesn't follow a good path. European political leaders failed to identify Europe's strengths, and they failed to draw upon Europe's strengths. This is why pirates matter, and why we need to lead. This is our contribution to European policy, and it's not merely that we understand the Internet. It's also that we understand Europe. In Europe, we are peers, we will always be peers, and that's what pirates stand for. In the beginning of 2014, the copyright reform draws ever closer. This reform is much awaited. There is not a single European citizen who has not felt the boundaries of copyright law restricting them. Increasingly, technology makes law, and removes us from the freedoms that the legislation tries to grant us. Monolithic and centralized companies control our friendships, they control our culture, and they control our communities. Centralization doesn't work in Europe. We are a place of many peoples, many cultures, and many platforms. It's actually no accident that the most successful distributed technologies were always European. Mininova was Dutch, Oink was British, Demonoid was Ukrainian, and the Pirate Bay still is Swedish. It's not an accident that these are our technologies, because this is exactly our way. The European way is decentralization and cooperation, decentralization and cooperation between peers. It's also no accident that Europe is a place of remixes, philosophy, and science. We collect from each other's experiences and knowledge, we remix, and we create new stuff. In Europe, this has always been the platform for advancement, which copyright law now restricts. It's no accident that in Europe we have libraries in every town and almost every school. They are an integrated part of the European culture. We have universities in every place, because Europe is a place where diversity in culture is preserved. It's a place where diversity in culture is cherished and used to make new culture, new innovation, and new leadership. And yet copyright tries to restrict this, and we need to make that stop. Copyright law, as it currently stands, is no instrument for Europe. It's no instrument for 2014. It's made in a way that is inherently inconsistent with the European ideas of decentralization, cultural diversity, and cooperation. We cannot build a Europe which works for us if we are consistently stopped by a legal framework for a much more centralized regime. In Europe, we are peers, and that's what we, the pirates, stand for. Thank you very much. Centralized control over information system, however, manifests itself in many ways. The Snowden revelations cast a particularly shady light on the centralized functions of security systems. Europe doesn't work with centralized government. European governance must be based on transparency and trust. Instead, we have persistent problems of member states backstabbing each other. The Swedish government monitors our Finnish peers, and then we wonder why they are unhappy. In trade negotiations, there's virtually no member state that is safe from the betrayal of their peer member states. In space cooperation, it's been particularly apparent that even when member states know that they should be cooperating to save our communications satellites from flying around the debris, they actually don't dare. Instead, they work against each other and they spread mistrust. The fear of member states against each other is also rubbing off on Europeans. Fear of the unknown and distrust for that which we do well. Both the UK military and the Swedish military consider themselves at war in access points and routers on the internet. They want to control what companies do and what private persons do. They do it in the name of security, and they're turning Noyland into no man's land. It's a dreadful mistake, and not the least for Europe. And still, the Snowden revelations actually show only part of the problem. Sure, we can be angry with the governments for being stupid, and they are, and we can tell them to stop being bad, and we do. But in my view, this approach is bound to be unsuccessful. What Europe lacks is an idea about what security needs to be for Europe. The political establishment fails to see why the internet is good for Europe. We, the pirates, have a vision for why the internet is good for Europe. We don't lack a vision for what works for us. There were many places in the European Union where the centralized planning of the economy by a security agency proved not to work. We have tried and failed with this model. Our future lies in something like open source software and transparency. Europe is good with innovation, and we are good with open. We are good with distributed. In Europe, we are peers, and we will always be peers, and that's what pirates stand for. At the core of the European Union lies human rights, and we need for our security strategies to reflect that. In the words of Alciro Spinelli, one of the founding fathers of the European Union, modern civilization is based on the principle that we are not mere instruments to be used by others, but autonomous living beings. The data protection regulation is, of course, the flagship initiative of the European Union at this time, which is blocked by member states, but it's not the only piece of the puzzle. We can't solve neither our security nor our privacy problems with only the one law. We require a pirate ideology for European future, because we need an ideology that's based on what we're good at in Europe. We need an ideology based on transparency, diversity, and human rights. At the end of the day, this is not America. We're not the one-flag union. What works over there doesn't necessarily work here. The challenge for both pirates and for Europe is to find out what our future is, and then we need to build that. European cooperation is deeply distrusted by Europeans today. The pirate ideology of transparency, decentralization, and human rights is the solution that we need. Some form of net peace agenda where trade means peace, and where we come together. Especially for the internet, and for Europe, we, the pirates, will make the difference. We need to put Neuland back into the hands of the people. It's the place where we're empowered, Europeans and pirates, to live and create freely. It's where we live, and it's our homeland. Decentralization has always made the European Union strong. Strength in diversity might seem an old cliché, but still it's always worked for Europe. Trust and cooperation is created when peers work together across borders. It's created when we share culture, and when we act openly with respect to one another. This is the platform for European security, and also for European industry. It's a platform for European and Neuland, which serves Europe, and technologies that work for us. In the words of Robert Schumann, a former French foreign minister, and a founding father as well, of the European Union, Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements, which first create a de facto solidarity. The Internet is the greatest of tools for all of these purposes, and we have the European creativity to bring that forward. But we, the pirates, must advance these plans, these many goals, and see that after the elections in 2014, it is Europe that is capable of finding this way. In Europe, we are peers, and that's what pirates stand for. I'm looking very much forward to be working with the candidates that you elect for your list after the elections in 2014. Also, there is currently a copyright consultation ongoing from the European Commission, which will close on February 5th of 2014. All of the grievances that you have suffered from copyright law in the last decade, you can now tell to the European Commission and ask them to fix that. So, please visit copywrongs.eu, and tell your friends to visit copywrongs.eu, because this is the time when we initiate the change that our elected candidates will have to work with after the elections in 2014. So, thank you very much. Thanks a lot, Amelia. Thanks a lot, Amelia. Weil es dazu gerade keine Übersetzung gab, nochmal für euch. Ihr könnt dem EU-Parlament unter copywrongs.eu mitteilen, dass sie Scheiße bauen, Entschuldigung, komische Dinge treiben. Und wir fangen jetzt fort mit dem PPT, und zwar mit der Wahl des Wahlleiters. Es stellt sich zur Verfügung Jochen Bokor mit seinem Team, der sich gerade aus ersichtlichen Gründen nicht vorstellen kann. Die Auszeichnung der AV läuft gerade. Gibt es andere Kandidierende? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann hätte ich gerne euer Kartenzeichen. Wir sind beim PPT, es gibt also Rot und Blau zur Verfügung. Blau für Ja, Rot für Nein. Dankeschön. Damit ist Jochen als Wahlleiter gewählt. Dann kommen wir zur Wahl der Protokollanten. Draflo würde das machen und Helena unterstützt ihn. Gibt es andere Kandidierende? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte euer Kartenzeichen. Blau für Ja, Rot für Nein. Dankeschön. Damit sind die beiden bestätigt. Dann kommen wir zum Beschluss der Tages- und Geschäftsordnung. Die Tagesordnung stellt euch Sylvie vor. Hallo, liebe Versammlung. Es gab im Gegenteil, also zu der ursprünglich veröffentlichten Tagesordnung haben wir noch zwei Änderungen gemacht. Das eine ist, wir haben den Antrag SRE 009 nach vorne geschoben. Das wäre der erste Antrag, den wir heute behandeln. Der ist notwendig geworden nach dem Bundesschiedsgerichtsurteil, wo es darum geht, dass irgendwie LVs nicht mehr irgendwie rechtssicher Programme beschließen dürfen. Und dieser Antrag würde das entsprechend heilen, dass das wieder geht. Und die zweite Änderung ist, wir haben die Strukturanträge, also die irgendwie festlegen, wie das Wahlprogramm, das wir dann beschlossen haben, aufgebaut ist, nach die Diskussion über die Gesamtanträge geschoben. Das hat mehrere Vorteile. Wir machen mehr Programm, weniger Struktur. Wir machen in diesem Fall keine Stellvertreterdiskussion über die Gesamtanträge. Denn es könnte passieren, dass gewisse Kombinationen von Strukturantrag und Gesamtantrag zu widersinnigen Ergebnissen führen. Und dann machen wir uns einfach das Leben weniger kompliziert, wenn wir das danach behandeln. Im Wesentlichen geht es bei den Strukturanträgen darum, ob wir einfach alles hintereinander wegschreiben oder ob wir eine gewisse Mischung machen zwischen europäischen Positionen und die aus dem gemeinsamen europäischen Wahlprogramm kommen, sofern es beschlossen ist, und darunter dann noch irgendwelche Nachträge, die wir heute hier beschließen würden. Genau, dann würden wir zu den Gesamtanträgen kommen. Hier gibt es ein besonderes Verfahren aufgrund der Anträge. Das würden wir aber später nochmal genau erklären. Und falls wir dann immer noch ganz viel Zeit haben, würden wir entsprechend, wie es in der Tagesordnung steht, entweder mit den Wahlprogrammanträgen weitermachen oder mit Grundsatzprogrammen und Satzungen. Gibt es Fragen zu der vorgeschlagenen TO bzw. weitere Tagesordnungen, die jemand vorschlagen möchte? Fragen bitte am Fragenmikrofon hier vorne. Als, hallo, ja. Und nach meinen Unterlagen ist der Satzungsänderungsantrag 09, geht es da um Rauchfreiheit der Veranstaltung? Nein, der heißt, also der Satzungsänderungsantrag 09, heißt LOLWOT. Ich danke übrigens den Antragstellern für diese präzisen Titel. Dann bräuchten wir mal den genauen Inhalt, oder ich jedenfalls. Also alle Anträge stehen im Wiki, ebenso wie die, das Wiki funktioniert auch wieder. Für alle, die keinen Internetanschluss haben im Zweifel, können wir hier vorne auch nochmal eine Kopie des Antrages auslegen. Wie gesagt, alle Anträge befinden sich entweder im Antragsbuch, was man sich hätte vorher runterladen können, oder im Wiki unter dem aktuellen Bundesparteitag, dann das Antragsportal oder beziehungsweise einfach nur Bundesparteitag und dann die Nummer des Antrages. Um das kurz zu ergänzen, Satzungsänderungsantrag 009 ist der, der Paragraf 14.2 aus der Satzung streichen würde. Also ich bin jetzt dagegen, dass wir die Anträge vorlesen, bevor wir sie überhaupt beschlossen haben, dass wir sie behandeln. Wenn jemand noch eine Frage hat, oder wenn sich jemand nicht ganz sicher ist, wir können den Antrag gerne hier vorne nochmal auslegen. Es geht jetzt, also wie gesagt, der soll diesen Schiedsgerichtsurteilsfuhr lösen und bis dahin ist, glaube ich, noch genug Zeit. Der ist auch relativ kurz, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Sehe ich das richtig, dass der Satzungsänderungsantrag für die Entscheidsordnung Basisentscheid online nicht auf der Tagesordnung steht? Da ich jetzt gerade keine Nummer habe, kann ich dir das nicht genau sagen. Es gibt eine Liste mit Anträgen, die prinzipiell auf der Tagesordnung stehen. Und wenn wir ganz viel Zeit haben, die wir behandeln würden, das beginnt mit dem Grundsatzprogrammantrag 01, dann Satzungsanträge 1, 5 und so weiter und so fort. Also du kannst gerne zum Front Office kommen, aber so spontan kann ich dir das nicht sagen. Ja, vielleicht sollte Entropie sich mal melden, deswegen. Weil die Frage ist halt, Akkreditierung für den Basisentscheid, läuft die heute auch noch? Ich glaube nicht, ne? Das weiß ich nicht, ich bitte aber darum, keine Diskussionen am Fragenmikrofon zu führen. Ja, okay, ist für mich halt nur wichtig zu wissen, weil wenn wir Basisentscheid wollen, müssen wir da vielleicht weiterkommen. Frag bitte am Front Office. Ansonsten ist heute erstmal nicht vorgesehen, Satzungen zu machen, sondern wie gesagt, nur diesen einen kleinen Fix wegen dem plötzlich entstandenen Problem und natürlich ein Wahlprogramm zu beschließen. Sonst haben wir halt einen Kandidaten, aber kein Programm. Bin ich richtig informiert, dass wir seit dem Bundesparteitag in Hamburg 2009 im Juli für Satzungs- und Programmänderungsanträge eine Einreichungsfrist von vier Wochen haben, damit alle Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich ausreichend auf die Anträge vorzubereiten? Ja, das stimmt. An welcher Stelle sollen denn die Punkte in die Tagesordnung eingefügt werden? Also der Antrag SEA 009 wird jetzt gleich nach dem Beschluss der TO und GO passieren. Und ansonsten der Strukturantrag stand schon ganz vorne auf der Tagesordnung und wird jetzt einfach nur nach hinten geschoben. Hier drüben links ist auch die aktuelle Fassung nach unserem Vorschlag. Ein Hinweis, die BEO sitzt da hinten in der Ecke und ist heute auch offen. Alles klar, ich sehe keine weiteren Fragen und auch, es hat sich bisher noch niemand gemeldet, der eine andere TO vorschlagen würde. Deswegen würde ich gerne über diese TO abstimmen. Wer für diese TO ist, bitte die blaue Karte, wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Die TO in der Fassung, wie sie gerade auf dem BIMA-Bild zu sehen ist. Das ist sehr eindeutig dafür. Dankeschön. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Geschäftsordnung. Wir würden vorschlagen als Versammlungsleiter-Team, dass wir die Geschäftsordnung aus Bremen unverändert übernehmen. Die kennen wir alle schon und wir müssten daran jetzt nicht mehr groß irgendwie Erklärungen machen. Gibt es dazu Fragen oder andere Geschäftsordnungen, die vorgeschlagen werden sollen? Ich sehe, glaube ich, eine Frage. Da ist jetzt immer noch das Auslosen der Fragen drin. Das ist korrekt, aber nachdem wir keine Kandidaten haben auf einem Bundesparteitag dieses Mal, weil zu keinen Wahlen eingeladen worden ist, steht drin, aber ist hinfällig. Kleine Verständnisfrage, vielleicht habe ich es eben akustisch nicht verstanden. Ist das die GO aus Bremen oder von der AV? Die GO aus Bremen. Danke. Nochmal eine Nachfrage. Also bei Anträgen, Satzungsänderungsanträgen werden die Fragen und Wortmeldungen nicht gezogen, sondern Mikrofon. Ja. Das wollte ich klarstellen. Ebenso, wie es in der GO drin steht. Alles klar. Weitere Fragen? Gibt es noch jemand, der eine GO vorschlagen möchte? Dann würde ich gerne über diesen GO-Vorschlag von uns abstimmen. Die blaue Karte für, die rote Karte gegen diesen Vorschlag. Der ist sehr, sehr eindeutig angenommen. Dankeschön. Dann haben wir einen ersten GO-Antrag. Das ist ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung von Klaus Sommerfeld. Möchte der den selbst vorstellen? Okay, ich sehe ihn nicht rennen. Ich verlese ihn also. Der Antragsteller beantragt, den sonstigen Antrag X006 anschließend nach dem Wahlprogramm in die Tagesordnung aufzunehmen. Ich werde auch die Begründung verlesen. Ziel ist es, diesen Antrag noch zu behandeln. Es geht um den Termin des Bundesparteitags zur Wahlkampfunterstützung in den Ländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Diese Entscheidung soll der Versammlung überlassen werden. Gibt es Gegenreden zu diesem Parteitag, äh, zu diesem Antrag? Entschuldigung. Ja, begründet? Formal, okay. Gibt es eine begründete Gegenrede? Nein. Dann würde ich darüber gerne abstimmen. Seid ihr dafür, die Tagesordnung zu verändern, indem ihr den Antrag X006 nach dem Wahlprogramm in die TU aufnehmt? Dann bitte die blaue Karte. Wenn ihr dagegen seid, bitte die rote Karte. Ihr seid dagegen? Dankeschön. Dann ist dieser Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir jetzt zur Behandlung des Satzungsänderungsantrags 009. Ich glaube, er wird stellvertretend vorgestellt, weil den Jochen gestellt hat. Hallo, ich bin nicht der Jochen, also der Antrag kommt von Joachim Bucker. Es geht um den § 14.2 in der Satzung. Vielleicht wird der Antrag auch angezeigt, da steht aber eh nicht mehr drin, als wir streichen den § 14.2 aus der Satzung raus. Habe ich jetzt die Satzung dabei? Natürlich nicht. Hintergrund ist folgender. Zwischen den Jahren hat das Bundesschiedsgericht ein Urteil rausgeschrieben, dem steht drin, Landesverbände haben nur noch ein sehr eingeschränktes Satzungsrecht, weil in unserer Satzung steht drin, Landesverbände regeln ihre Sachen selbst, beziehungsweise Landesverbände dürfen von der Bundessatzung zu folgenden drei Paragraphen abweichen für ihre Angelegenheiten. Und das ist halt eine abschließende Aufzählung. Und das Bundesschiedsgericht hat das so interpretiert, dass sie eben in allen anderen Sachen nicht abweichen dürfen. Und das gibt komische Ergebnisse am Ende, die ihr wahrscheinlich nicht wollt, wenn ihr eigene Landessatzung haben möchtet. Das würde sich fixen lassen, wenn man einfach diesen Absatz rausstreicht. Dann ist das keine abschließende Aufzählung mehr. Und dann gilt einfach nur noch, Länder müssen grundsätzlich mit dem übereinstimmen, was im Bund gilt. Das gilt jetzt auch schon. Also ihr habt dadurch keinen Nachteil. Gibt es dazu Fragen? Nein. Gibt es Pro- oder Kontrarede? Pro bitte? Nehmt das Ding bitte an, sonst habt ihr die Konsequenz, dass ihr euch eure Landes- und eure Kreissatzung so zusammensuchen dürft und bei jedem Mal vergleichen dürft, was ihr jetzt vielleicht gegen die Bund-Satzung versteht und was nicht. Und dass ihr dann eventuell mit drei Satzungen arbeiten dürft, um rauszufinden, was ihr jetzt tun dürft im Land und nicht. Das kann man eigentlich nicht wollen. Das beschäftigt nur die Schiedsgerichte. Kontra? Ja, ich bin gegen diesen Antrag, weil das genauso auch umgedeutet werden kann in einer Zentralisierung. Und wir sind bisher bis zu diesem doch denkwürdigen Schiedsgerichtsurteil haben wir ganz gut damit gelebt. Und ich frage auch dann nochmal dazu, ob der Satz fristgemäß eingegangen ist. Wir sollten uns sehr dründlich überlegen, ob wir die Satzung in der Sache ändern sollten und wir sollten das Bundes-Schiedsgerichtsurteil einer rechtlichen Überprüfung unterziehen. Ich bitte das abzulehnen. Ich habe einen GO-Antrag, ist das korrekt? Ne, eine Frage zum Antrag. Okay, es gibt noch eine Frage. Genau. Und zwar würde ich gerne fragen, was ist der Unterschied, oder gibt es einen Unterschied, ob wir jetzt den Antrag nicht abnehmen oder die Situation so belassen mit dem Problem in der Satzung und einfach das Schiedsgerichtsurteil jetzt haben und halt überprüfen. Also gibt es irgendwie in der Konsequenz einen Unterschied, ob wir ihn annehmen oder nicht? Also wenn wir ihn nicht annehmen, ja. Ja, es gibt einen Unterschied. Dieses Bundes-Schiedsgerichtsurteil steht jetzt erstmal. Das ist als solches innerparteilich quasi rechtskräftig. Das Verfahren ist beendet. Das war eine Klage eines Basispiraten, sage ich jetzt mal, gegen einen Landesverband. Nur diese beiden können dieses Ding überhaupt vor ein ordentliches Gericht tragen. Ob sie das machen wollen, davon weiß ich nichts. Es ist auch so, dass das Bundes-Schiedsgericht in dieser Sache halt das quasi am Rande mitentschieden hat, das so zu sehen und es sieht es nun mal so. Das bedeutet, wenn jetzt neue Fragen auftauchen, dann werden die Entscheidungen möglicherweise in diese Richtung auch gehen. Das heißt, der Unterschied zwischen, wir lassen alles so, wie es ist, ist, ihr macht damit ein riesengroßes Fass auf, das ihr vielleicht nicht aufmachen wollt. Dann bitte Pro-Beitrag. Ja, ich bin unter anderem auch noch Vorsitzender in Berlin und bitte darum, auch den Antrag unbedingt anzunehmen. Ich interpretiere das Urteil auch in die Richtung, dass wir uns zum Beispiel als Landesverbände auch bei der Vorstandszusammensetzung an das halten müssen, was die Bundessatzung vorgibt. Das heißt, so wie ich das im Moment sehe und interpretiere, müssten wir zum Beispiel bei unserer nächsten Landesmitgliederversammlung genau die Vorstandszusammensetzung zur Wahl bringen, die auch in der Bundessatzung geregelt ist. Ich weiß nicht, ob das im Sinne jedes Landesverbandes ist, zu sagen, man hat zwei stellvertretende Generalsekretäre und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es im Sinne meines Landesverbandes ist. Ich halte es für eher unwahrscheinlich und bitte in dieser Hinsicht doch auch um die Annahme dieses Antrags. Kontra, bitte. Ja, kann ich alles verstehen. Der Antrag hat eine gute Intention. Ich habe ein Problem damit und ich frage mich auch gerade, warum der Antrag nicht auf dem Beamer steht, sondern nur so einen Link. Ich habe den Link jetzt aufgerufen hier vom Spicker. Und da steht drin in §14 Absatz 1 Abschnitt A, Bundessatzung wird Nummer 1 gestrichen. Mein Problem ist, diesen Absatz 1 Abschnitt A Nummer 1 gibt es gar nicht. Dieser Antrag besagt etwas, was wir gar nicht tun können. Der zweite Satz, und ich weiß nicht, ob der erste Satz da reingerutscht ist, keine Ahnung, deswegen hätte ich ihn auch gerne auf dem Beamer, denn dann wüsste ich, ob das die Version, die ich hier habe, auch die korrekte ist. Der zweite Satz ist das, was hier besprochen wird und was ich auch für sinnvoll halte. Der erste Satz macht etwas, was nicht möglich ist. Und deswegen ist der Antrag nicht gut ausgearbeitet. Wir können ihn so leider nicht annehmen, formal. Ich möchte kurz dazu Stellung nehmen, dass es auf dem Beamer nicht angezeigt wird. Es tut mir leid, es funktioniert nicht. Wenn ich Anträge aufrufe, dann macht das Programm einen Fehler. Wir können zurzeit leider nur das zeigen. Ich könnte es im Wiki jetzt im Browser aufrufen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also verzeiht das bitte einfach. Es gibt einen GO-Antrag. GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, das wie folgt aussieht. Wer würde dem vorliegenden Antrag zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen, ablehnen? Okay, es gibt ein Meinungsbild. Ihr habt das gehört. Wer diesem Antrag in der jetzigen Form zustimmen würde, bitte die blaue Karte. Wer ihn ablehnen würde, bitte die rote Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das sehr klar positiv ausfällt. Gut, dann bitte jetzt ein Pro-Beitrag. Ja, also ich ziehe jetzt mal die Karte, was wir in Bremen schon hatten, das Argument. Es ist ein Antrag von Markus Gerstel, dem stimme ich einfach mal blind zu. Er unterstützt den Antrag auf jeden Fall mit. Er und Jochen Borkotten garantiert keine Scheiße mit unserer Besatzung machen. Dafür traue ich einfach mal blind. Danke. Ein Kontrabeitrag, bitte. Ja, ich habe mir das jetzt erklären lassen. Ich muss das Missverständnis aufklären. Da soll die Nummerierung gestrichen werden. Das ist sprachlich dann etwas schwammig, sodass ich es nicht verstanden habe. Aber das Argument ist dann natürlich kein Gegenargument. Sorry. Dann würde ich der Ordnung halber jetzt trotzdem ein Gegenargument noch aufrufen. Ja, also ich denke, das, was wir da inhaltlich machen, ist, dass wir jetzt reagieren auf ein Schiedsgerichtsurteil. Das, was wir damit inhaltlich aber tun, dass wir sagen, die Landesverbände müssen sich an der Bundessatzung in einem orientieren. Halte ich für eine Partei, die sehr sezentral aufgestellt ist und die möchte, dass halt Macht auch in vielen Landesverbänden verteilt ist, dass das auch weiterhin auch in unserer Satzung verankert ist. Deswegen finde ich die Ausnahmen extrem wichtig. Und ich denke, wir müssen jetzt im Nachgang zum Bundesparteitag gucken, wie wir diese Freiheiten für die Landesverbände dann wieder in unsere Satzung reinkriegen, weil wir halt letztendlich diese Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Landesverbände erhalten sollten. Das wäre mir sehr wichtig. Ein Probeitrag bitte. Ja, also erstmal ist das, was die beiden, also der erste und der letzte Gegenredner gesagt haben, aus meiner Sicht kompletter Blödsinn. Die haben weder Markus Gerstl zugehört, noch haben sie offenbar unsere Satzung gelesen, weil dieser Punkt, dass sich die Landesverbände an der Bundessatzung orientieren müssen, das war schon immer so und das bleibt auch. Und ansonsten kann ich noch sagen, es ist gar nicht genug Zeit, um hier auszuführen, zu wie vielen Problemen dieses Ding führt. Das ist nicht nur die Vorstandszusammensetzung, das sind so Dinge wie auch Antragseinreichungsfristen für Landesparteiträge. Das sind Dinge, wie man das Schiedsgericht anrufen kann, wie Programme, wie gesagt, verabschiedet werden und, und, und. Deswegen ganz, also bitte nehmt das Ding an. Ich sehe keinen weiteren Kontrabeitrag, deswegen ein weiterer Probeitrag. Ich möchte darum bitten, diesen Antrag anzunehmen. Es ist so, dass in Bayern sehr bald Kommunalwahlen sind und das Urteil der BSG macht es den Kreisverbänden in Bayern sehr schwierig, jetzt noch Programm zu bestimmen, weil in der Planung die Kreisverbände von anderen Fristen ausgegangen sind und es jetzt auf tönernden Füßen steht, dieser Satzungsänderungsantrag würde das beheben. Das waren fünf Probeiträge und es gibt keinen weiteren Kontrabeitrag. Deswegen frage ich die Versammlung, wollt ihr noch weitere Pro- und Kontrabeiträge hören? Dann bitte die blaue Karte, wenn nicht, dann rot. Das ist deutlich abgelehnt. Dann, Markus, hast du Zeit für ein Abschlussstatement? Nur kurz, der Kommentar zu den Landesverbänden möchten ihre Sachen natürlich selber machen. Natürlich möchten sie das, das ist auch beim Parteiengesetz der Normalfall. Das Problem ist, dieser 14.2 benennt explizit drei Paragraphen, in denen abgewicht werden darf und dann ist die Interpretation vom BSG gewesen, ja, dann darf der Rest halt nicht abweichen. Wenn man diese drei Paragraphen rausstreicht, dann gilt das, was im Parteiengesetz drinsteht und das ist, naja, Landesverbände haben halt eigene Satzungen. Dankeschön, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer den Satzungsänderungsantrag 009 annehmen möchte, bitte die blaue Karte. Wer ihn ablehnen möchte, bitte die rote. Das ist sehr, sehr deutlich positiv und damit ist dieser Antrag angenommen. Hört ihr mich? Bringen diejenigen, die Redebeiträge, bringen wollen bitte ihre rote Stimmkarte mit. Darauf halten wir die Anzahl der Redebeiträge fest, damit alle Menschen gleichmäßig zu Wort kommen können. Danke. Ich wurde gebeten, auch noch mal zu sagen, die Zweidrittelmehrheit war auch sehr deutlich zu sehen. Eine Sekunde mal. Okay. Ich habe gerade die Info bekommen, das mit dem Auszählen schreitet noch fort. Deswegen fahren wir einfach weiter fort in der Tagesordnung und kommen jetzt zu den Gesamtanträgen. Und zwar ist der nächste Antrag das gemeinsame europäische Wahlprogramm. Das ist WP 025. Alles klar. Dann jetzt die Vorstellung des Wahlprogrammantrags 025. Hallo, sorry, dass ich mich eben verspätet habe. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen länger. Die Diskussion hat auch gerne noch mit abgestimmt. Genau, das geht noch mal um das gemeinsame Wahlprogramm. Auf dem letzten BPT in Bremen habe ich das ja schon mal als Positionspapier angenommen. Jetzt würde ich es gerne als Wahlprogrammantrag verabschieden. Wir konnten das damals noch nicht, auch wegen der Einreichungsfristen. Und inhaltlich hat sich nichts geändert. Ich kann inzwischen nur mitteilen, dass auch die österreichischen Piraten, die italienischen Piraten, die heute gerade die griechischen Piraten, die tschechischen Piraten werden es heute wahrscheinlich auch noch annehmen und die katalanischen Piraten, wer hat das noch? Die britischen Piraten haben es angenommen. Genau, also wie gesagt, es geht gerade durch Europa. Luxemburgischen Piraten werden in zwei Wochen wohl darüber abstimmen etwa. Frankreich auch im Januar noch. Also wir werden bald ein gemeinsames Wahlprogramm haben, auch über die gesamten europäischen Parteien hinweg, hoffe ich jedenfalls. Schwedischen Piraten haben es auch angenommen. Also ich hoffe, ihr werdet mir heute das auch noch mal annehmen, dass wir das auch in unserem Wahlprogramm drinstehen haben. Eigentlich mehr möchte ich auch nicht sagen, weil der Antrag dürfte hoffentlich inzwischen bekannt sein. Danke. Dann kommen wir zu Fragen zum Antrag. Gibt es Fragen? Okay, es gibt keine Fragen. Gibt es Pro- oder Kontrabeiträge zu diesem Antrag? Nein. Wenn jetzt doch jemand da hinlaufen möchte, bitte ein bisschen mit den Armen wedeln oder so. Okay, es gibt auch keine Pro- oder Kontrabeiträge. Dann hättet ihr noch Zeit für ein Abschlussstatement? Passt alles, wir können gerne sofort abstimmen. Sehr gut, dann stimmen wir über den Antrag ab. Blau, nein, es ist ein modularer Antrag. Ihr könnt hier noch mal kurz runter, ich muss euch das kurz erklären. Es ist ein modularer Antrag. Ich frage euch erst, ob ihr ihn im Gesamten annehmen wollt. Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir in die Module. Möchtet ihr diesen Antrag im Gesamten annehmen, dann bitte die blaue Karte, wenn nicht, bitte die rote Karte. Das ist bis auf sehr vereinzelte Gegenstimmen deutlich der Fall, dass ihr ihn annehmen wollt. Und auch die Zweidrittelmehrheit ist deutlich überschritten, damit ist er angenommen. Vielen Dank. Okay, ich habe immer noch keine Info von der Wahlleitung. Ich gehe also davon aus, dass wir einfach weitermachen dürfen. Dann kommen wir jetzt zu den Gesamtanträgen WP004 und WP030. Die konkurrieren und werden deswegen jetzt nacheinander vorgestellt. Also, das Verfahren, was wir jetzt anwenden werden, ist, die beiden stellen diese Anträge vor. Dann wird darüber abgestimmt, welchen wir tatsächlich abstimmen wollen. Das ist also die Stichwahl dann. Sollten es auf WP004 hinauslaufen, stimmen wir diesen dann ab. Sollte es auf WP030 hinauslaufen, gibt es Änderungsanträge für diesen Antrag, die wir dann beratschlagen würden und dann abstimmen würden, welche daran angenommen werden und welche nicht. Wenn wir das gemacht haben, stimmen wir über den geänderten WP030 ab. Soweit klar? Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr ans Fragenmikrofon gehen. Hallo. In WP030 hatten wir vorhin schon bei der Befragung, heißt es, alle anderen Anträge zum Europawahlprogramm außer zu einem gemeinsamen Wahlprogramm der Europäischen Piratenpartei verfallen. Dieser Bestandteil des Antrags scheint mir unzulässig zu sein und für die weitere Organisation auch problematisch, denn es handelt sich doch im Grunde um einen Antrag zur Tagesordnung, wenn die weiteren Anträge zum Europäischen Wahlprogramm abgesetzt werden sollen. Ich werde Sylvie darauf antworten lassen. Das hatten wir auch diskutiert, das ist aber eigentlich nicht der Fall. Also dieser Antrag sagt eben nach mir keine weiteren Wahlprogrammanträge und ist eigentlich damit zwar konkurrierend zu allen anderen Anträgen. Wenn aber nicht konkurrierende Anträge nicht gleichzeitig behandelt werden, gibt es eine Regelung in der GO, die das sagt, also würden wir irgendeinen anderen Antrag dann noch behandeln, dann würde der den überschreiben. Aber wir haben das implizit schon in der TO geregelt, wenn dieser Antrag angenommen wird, dann machen wir auch was da drin steht und da drin steht, wir behandeln danach keine weiteren Tagesordnungsanträge. Das können die Antragsteller machen, ist eine unschöne Regelung, weil wir den Fall noch nicht hatten und deswegen halt diese komplexe Sache nach sich zieht, dass wir die Änderungsanträge noch extra behandeln müssen. Aber prinzipiell ist das erstmal zulässig. Ich habe von den diversen Rechtskundigen in der Partei keine anderen Informationen bekommen, dass das nicht ginge und es würde daraus folgendes folgen, wie auch schon im Wiki steht. Wenn dieser Antrag 030 angenommen wird, der ist ja extra abschließend in einem gewissen Stil gehalten und die anderen Anträge folgen diesem Stil nicht und es wäre unschön. Und deswegen haben sie halt diesen Vorschlag gemacht, dass es nur wirklich dann diesen kurzen Kernantrag gibt, würden wir dann einfach mit anderen Anträgen fortfahren und einfach keine Wahlprogrammanträge mehr behandeln. Wenn jemand einen wirklich ausführlich, also weil diese Antragsteller haben diesen Antrag wirklich, das werden sie selber auch nochmal erläutert, als einen abgeschlossenen Text eingereicht, der nicht mehr verändert werden soll, bis auf wenige Ausnahmen. Und das macht halt auch in diesem Maße dann Sinn, diesen Text so zu lassen, wie wir ihn beschlossen haben. Wenn ihr ganz viele andere Anträge habt, die ihr gerne behandeln wollt, zum Beispiel alles, was unten auf dieser langen Liste an Wahlprogrammen steht, von den 50 Stück, die es noch gibt, dann müsst ihr im Zweifel eben für den 004 stimmen. Ja, dann haben wir so das übliche zusammengewürfelte Wahlprogramm, jeder schreibt an irgendeine Stelle, was ihm gerne gefällt und dann ist das auch so. Also, Herr Gerstel, willst du irgendwie auch nochmal was dazu sagen? Nee, gut. Alles klar. Gut. Ich habe einen GO-Antrag, der würde zuerst rankommen, bitte am Mikrofon. GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, und zwar lautet das Meinungsbild, ob die Versammlung es in Ordnung findet, dass zurzeit ca. 100 Leute hinten die Wahlzettel von euch Arschlöchern auszählen sollen, während ihr hier Satzung und Parteiprogramm macht. Ich finde das eine Frechheit von euch. Bitte Menschen, Meinungsbilder nicht dazu zu benutzen, andere zu beleidigen und werde dieses Meinungsbild in diesem Fall auch so nicht zulassen. Weitere Fragen? Ich habe nochmal eine Nachfrage dazu. Wenn wir das jetzt also als Programmantrag sehen und dazu sagen, dass weitere Antragsteller damit nicht, scheint mir das unzulässig zu sein, denn das Dispositionsrecht über Anträge liegt bei den Antragstellern selbst und kann ihnen nicht entzogen werden. Insofern steht jedem weiteren Antragsteller die Entscheidung durch den BPT über seinen eigenen Antrag zu. Gemäß § 14 Absatz 1 der Geschäftsordnung des BPT hat der Antragsteller das Recht, seinen Antrag vorzustellen, und zwar jedes weiteren Antrags. Mit der Anordnung des Verfalls wird dieses Recht entzogen, wenn er nicht im gleichen Umfang, und zwar jeder weitere Antragsteller, wenn er nicht im gleichen Umfang Redezeit erhält wie alle anderen Antragsteller. Ich würde bitten, dass diese Vorgehensweise nochmal juristisch überprüft wird von den Juristen hier. Ich bitte dich dazu, zu dem JVD hier vorne zu gehen und dich mit ihm auseinanderzusetzen. Er wird mich darüber informieren, was dabei rausgekommen ist. Ich habe einen weiteren GO-Antrag von Herrn Delius. Den bitte vorlassen. Ist auch ein? Ah, okay, du hast auch einen GO-Antrag. Der GO-Antrag ist eine Bitte, dass du während dieser formalen Diskussion keine Wertung möglicher Anträge, die diskutiert werden, vorweg nimmst. Auch wenn wir einzelne inhaltliche Wahlprogramm-Anträge verabschieden, muss das nicht im Wuselvorium sein, wie du gerade gesagt hast. Und bitte überlasse das der Versammlung. Ich weise dich darauf hin, dass GO-Anträge nicht zur Meinungsäußerung benutzt werden. Einen weiteren GO-Antrag von Martin Delius. So, wie wir alle sehen, ist es für Parlamentarier nicht so einfach, die GO dieses Parteitags zu befolgen. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich habe das Meinungsbild von Heiko eben so verstanden und würde das gerne nochmal stellen, ohne die Kraftausdrücke, dass er die Versammlung fragen möchte, ob sie jetzt lieber eine Pause einlegen, damit bei der doch wichtigen Diskussion der folgenden Wahlprogramm-Anträge die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dabei sein können oder nicht. Okay, ich helfe dir ganz kurz, ich formuliere dein Meinungsbild um, es war eine Oder-Frage und die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Insofern, ich fasse das Meinungsbild so auf, würdet ihr die Versammlung unterbrechen wollen, bis die Auszählung der AV beendet ist? Dann bitte die Ja-Karte, wenn das nicht der Fall ist, dann bitte die Nein-Karte. Das ist mehrheitlich der Fall. Ich unterbreche die Sitzung für ungefähr eine Minute, um mich kurz zu beratschlagen. Kurz für euch zur Info, ich warte gerade auf die Info der Wahlleitung der AV. So, ich setze die Versammlung fort. Ich würde euch bitten, mir kurz zuzuhören und erkläre euch, was wir machen. Also, es ist der Fall, dass geplant ist, sobald die Auszählung beendet ist, wieder mit dem zweiten AV-Teil fortzufahren. Das heißt, wenn wir jetzt den BPT unterbrechen, würden wir quasi den nächsten BPT-Teil erst nach dem zweiten Wahlgang der AV haben und es wäre sehr wenig Zeit. Außerdem soll ich euch von der Wahlleitung ausrichten, von der Wahlleitung AV ausrichten, dass bereits die ersten Helfer wieder auf dem Weg hierher sind. Da winken auch schon welche und dass jetzt nach und nach Leute hierher kommen. Das heißt, zu der nächsten Abstimmung, wir werden über das EU-Programm bestimmt ein bisschen mehr diskutieren, werden definitiv schon wieder mehr Zählhelfer hier sein. Deswegen würde ich fortfahren. Seid ihr damit einverstanden? Dann bitte die blaue Karte. Wenn ihr das nicht seid, bitte die rote Karte. Das ist mehrheitlich der Fall. Wir fahren also fort. So, wir waren soweit, dass wir WP004 bzw. WP030, da sind wir gerade. Ich wollte Fragen zu dem Verfahren, was ich vorhin erklärt habe, hören. Gibt es da noch welche? Bitte. Frage zum WP030, wenn ich das richtig verstanden habe, setzt der ja alles andere außer Kraft. Bedeutet das auch, dass wir außer Kraft setzen, was wir davor beschlossen haben? Und zwar die Übernahme des Positionspapiers als Wahlprogramm fällt es dann auch weg? Und fallen auch die Teile vom Europawahlprogramm, das wir bereits im Neumarkt unter großer Mühe beschlossen haben, fallen die denn auch weg? Wären die dadurch auch überschrieben und alles nichtig? Beantwortung durch Sylvie. Also der Antrag sieht explizit vor, dass das gemeinsame europäische Wahlprogramm, was wir gerade eben beschlossen haben, von dieser Regelung ausgenommen ist. Wie das mit bestehendem Wahlprogramm ist, wäre im Zweifel zu klären. Ich würde aber jetzt mal spontan sagen, dass das bestehen bleibt, weil der Antrag ja nur sagt, weitere Wahlprogrammanträge verfallen. Das bezieht sich also explizit nur auf alle anderen Wahlprogrammanträge, die heute gestellt sind. Alles klar. Gibt es weitere Fragen zu dem Verfahren? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Vorstellung von WP004. Gut, also ich stelle jetzt hier den WP004 vor. Das ist kein Sammelsurium, wie eben gesagt wurde, sondern ein seriöser Wahlprogrammantrag. Es ist ja zurzeit alles mode, kurz und knackig zu sagen, deswegen möchte ich zu Beginn erwähnen, dieses von den beiden zur Auswahl stehenden Anträgen der beste. Bitte nehmt ihn an. Er ist bis in die Unterkapitel modular aufgebaut, sodass es heute die Möglichkeit bleibt, kritische Passagen auszusortieren. Er enthält 16 Kapitel, die sich an den Themenfeldern, die in den europäischen Ausschüssen behandelt werden, orientieren. Er wird Aussagen und Konzepte zu allen wichtigen Themen auf EU-Ebene behandeln und entschieden werden und wird deshalb auch in der praktischen Arbeit viel Bedeutung haben, zum Beispiel bei der Beantwortung von Wahlprüfstein. Er wird auch dafür sorgen, dass unsere künftigen Abgeordneten die nächsten fünf Jahre nicht vergessen, für welche Partei sie im Parlament sitzen. Denn so ein Wahlprogramm ist meiner Meinung nach vor allem dafür da, dass die Partei, die Basis ihre Themen festhält. Ein Wahlprogramm ist meiner Meinung nach nicht dafür da, dass einige Listenbewerber ihre persönliche Agenda festhalten. Im Wahlprogrammantrag 004 geht es kurz gesagt darum, dass wir in Zeiten der Globalisierung und trotz Krise auf die europäische Integration setzen, dass wir ein Europäer Europa der Bürger statt der Regierungschefs anstehen und dass ein wirklich demokratisch und neu verfasstes Europa keine Zukunftsmusik sein sollte. Dass wir aus den Erfahrungen der Krisen lernen und erkannt haben, dass eine gemeinsame Währung nur funktioniert mit einer gemeinsamen statt konkurrierenden Politik in Wirtschaft, Steuern und Finanzen. Dass wir im Sozialteil auf ein soziales und solidarisches Europa setzen, das sich kein Beispiel am deutschen Sozialgesetzbuch nimmt. Es geht darum, dass wir eine Netzpolitik wollen, die mehr ist als nur die Forderung nach Highspeed-Internet. Dies fordert die EU-Kommission schon allein aus wirtschaftlichen Gründen. Sondern dass es darum geht, einen sozialen Raum der Vernetzung zu verteidigen. Es geht darum, dass Immaterialgüterrechte im Informationszeitalter neu gedacht werden müssen. Ja, das klingt spärig, aber das ist mir immer noch lieber, als für gewinnorientierte Unternehmen wie Netflix zu kämpfen. Es geht darum, in Europa Rahmenbedingungen für eine Bildungspolitik zu schaffen, die auf freies Wissen, Vielfalt und grenzenlosen Austausch setzt. Und es geht darum, zu zeigen, dass wir einfach die geilste Partei sind, wenn es darum geht, für Datenschutz, politische Transparenz und Verteidigung der Bürgerrechte zu kämpfen. Und dies sind ausführlichen Texten, die keine Fragen offen lassen, sondern Antworten liefern. Und es geht darum, zu fordern, dass wir keine Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen lassen wollen und ferngesteuerte Flugprojekte bauen wollen, mit denen wir sie abschießen wollen. Es geht darum, Antworten und Konzepten in vielen wichtigen Themenbereichen zu liefern, die auf europäischer Ebene entschieden werden. Sei es Landwirtschaft, Energiepolitik oder Verkehrspolitik. Und ich habe in den letzten Monaten mit vielen Leuten zusammengearbeitet in diesen Bereichen und weiß, dass wir dort gute Antworten haben und dass wir uns dort nicht verstecken müssen. Wie gesagt, einige von uns scheinen der Meinung zu sein, wir sind zu klein und zu unbedeutend und sollten uns nicht an solche wichtigen Themen wagen. Ich bin nicht dieser Meinung. Und alle anderen, die das auch denken, die können diesen Wahlprogramm annehmen. Alle anderen können gerne kleinere und leichtere Brötchen backen oder auch nicht. Gar nicht. Liebe Piraten, der WP-004 ist das Programm, bei dem wirklich jeder mitwirken dürfte. Die Inklusion in die Programmarbeit der Partei. Für diesen Antrag haben wir das Modell gewählt, wie auch für unser Bundestagswahlprogramm, dass jeder, ob innerhalb oder außerhalb der Partei, Anträge einschicken kann, welche dann in einer Umfrage an euch alle, an jedes Parteimitglied der Piratenpartei geschickt wurden, sodass jeder seinen Beitrag zu diesem Programm geben konnte. Es widerstrebt mir im Hinterzimmer ausgeklüngelte Programmpunkte, die vielleicht dem einen oder anderen einen Vorteil bringen sollten. Hier ist der Prozess von Anfang bis Ende transparent und man kann an jeder Stelle mitwirken und mitgestalten. Und das ist der Punkt, der mir wichtig war zu sagen. Jetzt lassen wir für die letzte Minute dem Paki was sagen. 30 Sekunden noch. Ich bitte euch, den Antrag anzunehmen. Wir können aus diesem sehr umfangreichen Programm in ein Lektorat, eine Redaktion aus versierten europapolitisch aktiven Piraten zusammenstellen und dann hingehen und für den Flyer oder die Plakate uns überlegen, wie wir dann weiterverfahren und die Sache runterbrechen auf die wichtigsten Themen. Der Bufo hat den Anfang gemacht. Wir werden eine Umfrage kriegen, wo die Basis ein Thema mitbestimmt, das andere bestimmt die Kandidaten. Und dann können wir eine Kurzfassung wählen und das gemeinsam. Danke. Dankeschön. Eure Zeit ist auch abgelaufen. Dann wäre jetzt die Vorstellung des Antrags WP 030 dran. So, wir haben den Antrag WP 030 kurz und knackig eingereicht. Es geht uns hier darum, eine Alternative anzubieten, wie man so ein Wahlprogramm gestalten kann. Das ist ein sehr kurzer Antrag. Es sind 13 knackige Punkte, die jeweils eine These haben, die man so auf ein Plakat drucken kann, die von der Grundthese in einen Tweet passen und dann noch ein bisschen ausgeschmückt sind. Die Idee dahinter ist, dass wir bisher damit keine guten Erfahrungen gemacht haben, alles in ein Programm zu schreiben, wozu wir Positionen haben. Das hat nicht dazu geführt, dass die Leute verstehen, wofür die Piratenpartei steht. Deshalb wollen wir ein Wahlprogramm verabschieden, das wirklich diese Frage beantwortet, wofür stehen die Piraten. Wir nehmen dafür das Motiv eines grenzenlosen Europas und zeigen, was dieses grenzenlose Europa und was die Idee der Piraten mit all diesen verschiedenen Politikfeldern zu tun hat. Das heißt, wir haben die Vision eines grenzenlosen Internets. Wir wollen nicht, dass YouTube-Videos in deinem Land nicht verfügbar sind, dass in jedem Land andere Regeln zum Urheberrecht gelten. Wir wollen eine europaweite Netzneutralität, damit eben über das Internet Informationen und Kultur grenzenlos ausgetauscht werden. Wir wollen Grenzenlosigkeit innerhalb der EU. Das heißt, es schaffen, dass einzelne Länder nicht mehr ihre Grenzen zumachen können, wenn sie gerade der Meinung sind, die Sicherheitslage hätte sich verschlechtert. Und wir wollen auch Grenzenlosigkeit nach außen, damit Menschen, die in Deutschland oder in der EU in irgendeinem Land der EU von ihrem Recht auf Asylgebrauch machen wollen, dass die eine sichere Einreise finden und in jedem Land der EU Asyl beantragen können. Und wir wollen auch Grenzenlosigkeit nach oben. Das heißt, wir wollen das funktionierende Gemeinschaftsprojekt der europäischen Raumfahrt, das wirklich vorbildlich ist, für die friedliche Zusammenarbeit von Ländern in einem Projekt stärken. Das heißt, wir haben hier 13 Punkte, das ist ein in sich schlüssiger Text, den die Leute verstehen können, der in einer einfachen Sprache gehalten ist und den man so wirklich auf die Menschen und auf die Presse loslassen kann und nicht erst in Flyer umschreiben muss. Wir machen das, weil wir eben der Meinung sind, wir haben ein Grundsatzprogramm, wir haben Positionspapiere, wir haben das Bundestagswahlprogramm, all das und vor allen Dingen auch das gemeinsame europäische Programm jetzt, was ganz großartig ist, all das dient uns dazu, als Piraten festzustellen, was unsere politischen Positionen sind. Aber dieses Wahlprogramm, das dient der Kommunikation nach außen. Wir haben eine Wahl wirklich mit 40 Prozent, 43 Prozent Wahlbeteiligung. Die Mehrheit der Leute geht zur Europawahl gar nicht erst hin. Wir müssen Ihnen erklären, was hat das Europaparlament mit meinem Leben zu tun. Und das schaffen wir eben nicht, indem wir unsere Position zu lauter Themen durchdeklinieren, wo das Europaparlament sowieso kein Initiativrecht hat, sondern wir zeigen, was ist unser Menschenbild, was ist unsere Vision für Europa und was können wir in Informationsfragen wirklich erreichen. Dieses Programm ist entstanden aus der Erfahrung, dass diese langen Anträge oft ungelesen durchgewunken werden. Das ist wirklich einfach der Erfahrung geschuldet. Wir haben es beim Bundestagswahlprogramm so gehabt, dass man im Nachhinein feststellt, dass da teilweise blöde Sachen drinstehen. Zum Beispiel jetzt also bei dem WP 030 steht drin, dass kritisiert wird, dass in den Verhandlungen um den neuen EU-Haushalt die Mittel für Erasmus gekürzt werden sollen. Entschuldigung, 0,04. Also der Haushalt ist schon beschlossen, die Mittel für Erasmus sind erhöht worden. Und es ist einfach ungünstig, wenn wir solche Forderungen aufstellen, die halt von der Realität längst überholt sind. Und da ist es da manchmal wirklich besser zu sagen, allgemeiner zu sagen, wofür wir stehen, als jeden einzelnen Kritikpunkt durchzuklopfen. Und wir können auch Wahlprüfsteine beantworten, wenn nicht im Wahlprogramm steht, dass wir für transparente Ausschreibungen sind. Das können wir uns wirklich aus dem Grundsatzprogramm herleiten. Und Wahlprüfsteine werden eben auch gestellt, weil nicht alles im Wahlprogramm stehen muss. Weil sonst könnte man den Leuten, die uns Wahlprüfsteine schicken, auch einfach sagen, read the fine Wahlprogramm. Das ist nicht Sinn der Sache. Ich übergebe jetzt gerade nochmal an Jill, der was sagen will zur Art der Entstehung des Antrags. Halbe Minute noch. Jo, danke. Ich will vor allem etwas zur Entstehung vom anderen Antrag sagen. Lasst euch nicht in die Rede führen von Versprechen von Beteiligung, Basisdemokratie. Die Initiative Gemeinsames Europa-Wahlprogramm habe ich mit organisiert. Die ist abgelehnt worden. Wir haben mehrere Leute, haben monatelang dahin gewerkelt und die Beteiligung war so schlecht, dass mit 40 Neinsager dieses Programm, worauf das, diesen Antrag basiert, von euch abgelehnt worden ist. Dieser Antrag ist also nicht basisdemokratisch mit viel Beteiligung entstanden. Nur zur Korrektur. Dankeschön. Ich würde gerne eine Durchsage machen, bevor wir zu den Fragen zu den Programmpunkten kommen. Und zwar, beim Awareness-Team können Menschen mit wenig finanziellen Mitteln einen Teller Chili mit oder ohne Fleisch bekommen. Und es gibt natürlich keinerlei Bedürftigkeitsprüfung oder ähnliches. Wenn ihr also selbst der Meinung seid, dass ihr das in Anspruch nehmen möchtet, fühlt euch bitte frei und tut das. Das Awareness-Team ist da drüben an der Seite. So, wir kommen jetzt zu Fragen zu den Anträgen. Bitte hier vorne am Fragenmikrofon. Ich würde ganz gerne wissen, worin genau die Konkurrenz zwischen diesen beiden Anträgen liegt. Weil der WP30, kurz und knackig, gibt es ja relativ frei und hat einen gewissen Spielraum her. Und dann würde mich wirklich interessieren, wo da Verbindungen und wo die Konkurrenzen sind. Wenn das geht, das kurz vielleicht darzustellen. Die Konkurrenz ist in der Tatsache begründet, dass wir eben das Wahlprogramm als ein kommunikatives Tool zu den Wählerinnen und Wählern verstehen und eben genau ein langes Programm vermeiden wollen, weil ein kurzes Wahlprogramm tatsächlich gelesen wird. Und deshalb ist es konkurrierend zu diesem Antrag, allerdings eben nicht zu Änderungsanträgen, die in dem gleichen Stil einen weiteren kurzen Punkt hinzufügen. Kannst recht stehen bleiben. Ja, Gemeinsamkeiten gibt es tatsächlich ziemlich viele. Zum Beispiel sowas wie die digitale Agenda ist in beiden Anträgen enthalten. Obwohl der Punkt mit Erasmus halt in dem anderen faktisch falsch ist, die Forderung, dass sowas wie Erasmus gefördert wird, ist in beiden drin. Auch ein Bekenntnis zum Euro ist in beiden drin. Also inhaltlich gibt es große Übereinstimmung. Ja, natürlich. Von unserer Seite aus gesehen gibt es da eigentlich keine Konkurrenz. Die Konkurrenz entsteht einfach nur durch dieses abgeschottete System und geben nach uns keine anderen Anträge. Also wenn es nach uns geht, gerne viel und gutes Programm von vielen engagierten Piraten. Dankeschön. Ich möchte mal aus WP030 zitieren. Bitte beachte, ganz kurz. Warte. Keine inhaltlichen Äußerungen, wirklich nur Fragen. Die Frage ergibt sich aus diesem Zitat. Das muss jetzt sein. Deshalb setzen wir uns das Ziel, den ersten Weltraumaufzug in Betrieb zu nehmen, um sichere Infrastruktur für neue Weltraummissionen zu schaffen. Und jetzt die Frage, ist das ein Zeitreisenantrag oder wie ist das gemeint? Also die Frage war natürlich vorauszusehen. Ich interpretiere das mal so, auf die Frage nach der Durchführbarkeit. Also Zeitreisen sind natürlich, wissen wir alle aus dem Fernsehen durchführbar, nur jetzt gerade noch nicht. Der Weltraumlift steht, wenn man es aus der Wissenschafts-Community sich betrachtet, quasi vor der Tür. Er ist möglich. Ich verweise da an den wunderbaren Vortrag von Jens Wolffat. Der Draflo hat auf der Open Mind und auf dem Chaos Communication Kongress darüber einen Vortrag gehalten. Man kann sich darüber auch Podcasts angucken. Also nein, ich und eigentlich ihr auch, wenn ihr euch darüber informieren wollt und gefragt werdet, ihr könnt sagen, der Weltraumlift ist möglich. Für Zeitreisen brauchen wir noch ein bisschen. Weitere Fragen, Fragen nicht inhaltlicher Natur. Okay, Julia bitte. Also eine Frage direkt an Julia. Du sollst zu Anträgen fragen, ist dir bewusst. Ja, das ist schon klar. Als Koordinator für Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl habe ich festgestellt, dass man aus dem großen Programm sehr viele Aspekte eins zu eins für Fragen, die an uns gestellt werden, übernehmen kann. Ich konnte nicht feststellen, dass du dich an den Wahlprüfsteinen beteiligt hast. Wie kommst du auf die Idee, dass man mit eurem kurz und knacken... Ich unterbreche deinen Beitrag, weil ich finde, dass er deutlich wertend ist und würde dich bitten, die Pro- oder Kontraschlange für solche Fragen zu stellen. Du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, eine kurze und präzise Frage zu stellen. Wie kommst du auf die Idee, dass man mit eurem kurz und knackig Programm tatsächlich umfangreich Wahlprüfsteine beantworten kann? Es ist richtig, ich habe bei den Wahlprüfsteinen nicht mitgearbeitet, weil ich zum Zeitpunkt der Wahl meine Magisterarbeit geschrieben habe. Ich habe allerdings viele der Antworten gelesen und ja, klar, manchmal lässt sich aus dem Programm nicht direkt etwas eins zu eins übernehmen. Zum Beispiel gab es da die Antwort nach der, die Frage nach der Panoramafreiheit, also die Frage, ob man urheberrechtlich geschützte Gebäude frei fotografieren darf. Da hatten die Beantworter der Wahlprüfsteine, ich nehme mal an, du warst es, geschrieben, dass wir dazu keine Position explizit im Programm haben, aber dass wir selbstverständlich für die Panoramafreiheit sind, weil das eben einfach eine Selbstverständlichkeit ist für eine Partei, die sich für freie Informationen einsetzt. Ich wiederhole noch mal, der Sinn von Wahlprüfsteinen ist nicht, dass man Ihnen das noch mal vorkaut, was im Programm schon drin steht, denn das Programm können ja alle lesen. Der Sinn ist eben, darüber hinaus aus dem Grundsatzprogramm, aus allen Positionen zu erklären, wie unsere Position zu diesem einzelnen Punkt ist und ich denke, das kann man machen. Nächste Frage. Ja, ich habe auch eine Frage an den WP030 hinsichtlich der sich mir immer noch nicht ganz erschließenden Vorwegnahme weiterer Konkurrenzen. Es wurden die Argumente genannt, dass es sprachlich nicht zusammenpasst, es stimmt nicht für die folgenden, nachfolgenden Anträge, die sind zum Teil auch kurz und knackig und dass sie sich inhaltlich widersprechen würden, was auch nicht stimmt, weil kurz und knackig nichts zu den Bereichen Wirtschaft beispielsweise sagt oder Bildung und Forschung. Ich unterbreche auch diesen Redebeitrag. So, wir üben das jetzt noch mal. Ihr sollt Fragen stellen zu der Struktur der Anträge. Es geht nicht darum, dass ihr weitere Inhalte abklärt. Speziell zu dieser Frage, unsere Juristen vom Dienst haben mir diese Frage, warum das da drinnen steht und ob man das so machen kann, bereits beantwortet. Sobald die Fragen fertig sind, werde ich euch das auch mitteilen. Außerdem möchte ich nicht, dass ihr inhaltlich jetzt über die Anträge diskutiert. Das könnt ihr nachher an den Pro- und Kontraschlangen tun. Den formalen Teil der Frage darfst du gerne beantworten. Ja, ich versuche das noch mal auf anderen Worten zu erklären. Das ist ein Konzept, das wir als Angebot an die Versammlung richten. Das Konzept beinhaltet eben genau diese Formulierung, die Julia auch erklärt hat. Knackige Headline, kurzer Erklärtext, dahinter dann etwas genauer, aber möglichst kurz und knackig. Deswegen, und das ist nicht inhaltlich bedingt, sondern rein konzeptionell haben wir gesagt, das funktioniert halt nur, wenn man es so als Gesamtkonzept anbietet. Wenn ihr das nicht möchtet, dann ist es okay. Wenn ihr das aber einseht, was wir euch hier anbieten und was wir sagen, nämlich, dass es ein Mittel der Öffentlichkeitsarbeit ist, so dieses Wahlprogramm zu nehmen und damit direkt an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es so geschrieben ist, dass es jeder versteht und nicht zu lang ist, dann ist es genau das Richtige für euch. Deswegen diese Formulierung. Im Übrigen, noch mal der Hinweis, deswegen wird ja alles andere, was wir heute hier beschließen beziehungsweise schon beschlossen haben und in der Vergangenheit nicht ungültig. Wir haben eine unglaubliche Menge an programmatischen Forderungen, die wir natürlich im Wahlkampf benutzen werden. Nächste Frage. Nächste Frage zum Ablauf. Vorhin wurde erwähnt bei WP030, dass es natürlich durchaus möglich ist, dass wenn ähnliche Anträge, die im Wortlaut und so dazu passen, dort weiter mit eingebracht werden können. Da habe ich die Frage an die WP030 ist, aber wie stellt ihr euch das vor? Wer entscheidet darüber, was zu eurem Antrag noch dazu passt und was dazu kommt und was nicht? Okay, ich werde euch das jetzt einmal kurz erklären. Die Juristen vom Dienst derer drei haben eine Meinung. Das ist erst mal ungewöhnlich. Insofern würde ich mich dann doch darauf verlassen. Die Juristen vom Dienst haben mir erklärt, dass man das verstehen kann als ein Wahlprogrammantrag mit einem inkludierten TO-Antrag, der alle anderen verfallen lässt. Wenn Menschen, die einen Antrag gestellt haben, der darüber verfallen würde, den danach behandelt haben wollen würden, müssten sie einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung stellen, der dann entsprechend abgestimmt werden würde. Soweit klar? Gut, dann weitere Fragen. Dann bin ich so frei. Frage an die Antragsteller von WP030. Wieso, glaubt ihr, braucht ihr diesen Programmantrag, um letztlich einen Flyer für die Außenkommunikation zu erstellen? Bitte kurz. Also jedes Mal, wenn ich an einem Infostand bin und jemand fragt mich oder kommt her, dann wollen die normalerweise das Wahlprogramm haben und dann sage ich hier, das ist unser Wahlprogramm. Genauso kann ich zur Presse gehen und sagen, das ist unser Wahlprogramm und dann wird es gelesen. Wenn ich sage, wir haben hier so einen Flyer, das funktioniert einfach in der Kommunikation nicht so gut. und ich möchte gerne, dass die Leute unser Wahlprogramm verstehen können. Weitere Fragen? Ein GO-Antrag, bitteschön. Ja, Entschuldigung, ein GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes und zwar, und ich bitte die Versammlungsleitung mir zu helfen, weil ich, mal angenommen, dieser WP030 würde jetzt angenommen werden, würde die Versammlung dann gerne trotzdem die übrigen Anträge zum Europawahlprogramm behandeln, da ja anscheinend diese Möglichkeit besteht, ja oder nein? Ist das klar? Okay, das war noch gar nicht so schlecht. Ja, nehmt euch ein Beispiel. Also, sollte nach diesem ganzen Prozedere, was dahin noch stattfinden würde, der WP030 inklusive eventueller Änderungen angenommen werden, würdet ihr dann weiteres Wahlprogramm behandeln wollen? bitte blau für ja und rot für nein. Ich teile dem Antragsteller mit, das ist deutlich mehrheitlich positiv. Weitere Fragen? Ich hätte eine Frage an die Antragsteller vom WP004. Jetzt haben wir ja gerade schon mit dem gemeinsamen Europawahlprogramm eine ziemliche Textwüste beschlossen, in der ziemlich viele Programmpunkte drinstehen, die wir schon haben. Wie denkt ihr euch, falls euer Antrag angenommen werden würde, wie denkt ihr euch das Verhältnis von diesen beiden Textwüsten? Ich meine, wir hätten dann irgendwas mit sechs, sieben, acht, die nach vier Seiten Text beziehungsweise Wahlprogramm. Wie soll das zusammenkommen? Also, wir behandeln ja hinterher noch die Strukturanträge, wo man solch eine Frage klären kann. Wie sollen die geordnet werden? Sollen die nacheinander zum Beispiel kommen? Erst das gemeinsame Wahlprogramm, dann das nationale, wenn man das zusammen abheftet? Oder soll man die miteinander verschränken? Letzten Endes kann man auch redaktionell Doppelungen, denke ich, rausnehmen. Wie gesagt, das gemeinsame Europawahlprogramm enthält halt zum Teil eben ähnliche Punkte, weil natürlich der deutsche Vorschlag da Eingang gefunden hat, auch in das gemeinsame Europawahlprogramm. Aber ich denke, das ist letzten Endes kein Problem, das halt redaktionell zu lösen oder eben über die Struktur. Und um nochmal hinzufügen zum WP030. Letzter Satz. Genau, also der WP030 ist modular gestellt, das heißt, wenn der WP04 ist modular gestellt, deswegen können halt zum Beispiel auch einzelne Module rausgenommen werden, zum Beispiel zum Erasmus-Programm, wenn das ein Kritikpunkt ist. Das ist im WP030 nicht möglich, soweit ich weiß. Weitere Frage? Eine kurze Nachfrage. Gibt es Konkurrenzen zwischen dem 004 und dem bereits angenommenen Europawahlprogramm? Ich teile mit, dass Konkurrenzen sich immer nur auf gleichzeitig gestellte Wahlprogrammanträge beziehen und niemals auf ein beschlossenes Programm. Entschuldigung, falsche Ausdrucksweise, nicht Konkurrenzen, sondern Überschreibungen? Widersprüche. Widersprüche? Ja. Das kann ich ganz einfach beantworten, die gibt es meines Wissens nicht, da ich, wie gesagt, die gibt es auch nicht zum WP030, muss ich fairerweise sagen, weil ich beide großen Anträge bei der Verhandlung mit einbezogen habe und versucht habe, Konkurrenzen entsprechend zu vermeiden, damit wir da eben auch keine Widersprüche zu unserem Programm haben. Das sah ich halt auch aus meiner Aufgabe als europäische Koordinatorin an, das zu verhindern. Weitere Fragen? Nein, es wurde schon geantwortet. Ja, wie steht das an die Antragsteller von dem WP030 denn zu den Änderungsanträgen, die ja schon erwähnt wurden? Wir besprechen gerade lediglich WP004 oder WP030, die Änderungsanträge werden nachher besprochen, deswegen bitte ich diese Frage, sich für nachher aufzuheben. Weitere Fragen? Ich habe eine Frage an die Antragsteller von WP04. Ihr habt eben was behauptet, von der WP30 sei neoliberal und für gewinnorientierte Wirtschaftsunternehmen. Gibt es dazu ein... Keine inhaltliche Diskussion der Anträge, bitte. Gibt es weitere Fragen? Es gibt keine weiteren Fragen. Dann kommen wir jetzt zu dem Pro- und Kontrateil. Ich werde also jetzt, wie wir das in Bremen ja schon geübt haben, abwechselnd jeweils fünf Pro- und Kontrabeiträge aufrufen, dann euch abstimmen lassen, ob ihr genug darüber gesprochen habt, wenn nicht, dann weiter. Ich fange an mit einem Pro-Beitrag. Ja, also ich möchte jetzt den WP030 unterstützen und finde es zunächst bemerkenswert, dass eine Gruppe von Europakandidaten, die ein Wahlprogramm geschrieben haben, das Wahlprogramm von anderen Gruppen von Europakandidaten als persönliche Agenda beschimpfen. Kann man machen, ist halt nicht so stilvoll. Der Antrag ist deshalb eigentlich ganz praktisch, weil das Europaparlament, also wir haben in Deutschland die Tradition, dass wir ja zu Europawahlen alle Parteien so lustige Wahlprogramme beschließen, in der sie sagen, was sie in Europa auch strukturell ändern wollen, was eigentlich in Bundestagswahlprogramme gehört, weil das Europaparlament kann die europäischen Verträge nicht ändern, die Macht hat es einfach nicht. Und deshalb ist es eigentlich sinnvoll, dass wir unseren Abgeordneten im Europäischen Parlament einfach eine Handlungsempfehlung mitgeben, was wir prinzipiell als wichtig achten, wo sie der Kommission Kontrakt geben sollen, wo sie bestimmte Handlungsempfehlungen, wie sie abstimmen sollen, zu bestimmten Anträgen, die reinkommen. Das ist einfach auch ehrlicher den Menschen gegenüber, weil keine Kandidatin oder Kandidat von uns kann irgendwie dafür sorgen, dass plötzlich das Europäische Parlament ein Initiativrecht hat, wenn die nationalen Regierungen in Europa das nicht wollen. Punkt. Dankeschön. Kontra, bitte. Ja, ich plädiere für die Ablehnung von WP 030, weil dieser Wahlprogrammantrag nichts anderes ist als ein sprachlicher Verkehrsunfall und somit die Wähler aus meiner Sicht verachtet. Ich bitte darum, solche Äußerungen in schöner Sprache auszudrücken und nicht beleidigend zu werden. Ein Pro-Beitrag, bitte. Ja, ich stehe hier hauptsächlich zur Verteidigung des vorhin als möglicherweise humoristisch missverstandenen Space Elevator-Punktes. Ich habe, wie schon genannt, auf der OM und auf dem 30C3-Vortrag zu der Frage gehalten, sollten wir Weltraumpolitik betreiben und wenn ja, wozu? Ich halte es für sehr sinnvoll, dass sich ein bisher sehr erfolgreiches europäisches Projekt die ESA gestärkt wird. Zum einen die Frage, ist das überhaupt machbar? Die Antwort ist momentan nicht, in den nächsten paar Jahren ziemlich wahrscheinlich. In Großbritannien werden momentan Carbon-Nano-Fibbers zu großen Seilen gesponnen, um genau solche Space Elevator-Technologie möglich zu machen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen wollen, sollten die wissenschaftlichen Fortschritte, die man dabei erhält, dürften enorm sein und auch nicht nur irgendwelchen abstrusen Lassiliten zu Nutze kommen, sondern allen Menschen in Europa und auch außerhalb Europa. Zum Zweiten, ja warum sollte man das tun? Einfach nur, weil man es kann, so ein Space Elevator? Nein, natürlich nicht. Die Europäische Union macht auch momentan Dinge wie Konjunkturförderprogramme, Wirtschaftsstabilisierungsprogramme, Pipapo, Zeug in dieser Art und dieses Geld wird teilweise ganz massiv verschleudert, meiner Meinung nach. Also ich war letztens zum Beispiel in Potsdam historische Parkanlagen betrachten. Ich bin vielleicht zu unhistorisch für sowas, aber da wurde Gelder der Konjunkturförderung dafür eingesetzt, dass alte Parkanlagen wieder so aussehen wie früher. Das kann man machen und das fördert in der Tat auch die Konjunktur, aber investiv hat man davon nichts. Diese Mittel sind letztlich innerhalb einigen Jahren dann verpufft. Man zieht vielleicht ein paar Touristen an, die fehlen dann woanders. Bei Wissenschaft sehe ich das sehr anders, denn die Vorteile, die man hat, bleiben langfristig, potenziell, solange man die Informationen aufbewahrt, für immer erhalten. Und gerade die Weltraumforschung hat eine sehr schöne Kombination sowohl von der Fähigkeit, die Vorstellungskraft der Menschen zu beflügeln, darüber, was möglich ist und ich bin der Meinung, wir sind eine progressive Partei und sollten sie etwas unterstützen. Zum Zweiten auch, das kann man historisch auch gut belegen, geht aus der Weltraumforschung oft sehr überraschende Erkenntnisse, zum Beispiel in Materialwissenschaften hervor, die man dann ganz alltäglich nach Gegenständen, ich sage mal Teflonpfanne, Klettverschluss, überall wiederverwendet bekommt. Es ist also nicht so, dass man sich dort Geld ausgibt, ausschließlich für den Weltraum, sondern man würde in der Tat Vorteile für sehr viele Menschen erreichen mit einem sinnvolleren Einsatz von Mitteln, als das momentan teilweise der Fall ist. Dankeschön. Ich weise an dieser Stelle nochmal darauf hin, dass Menschen, die noch nie geredet haben oder weniger geredet haben, sich in den Schlangen nach vorne drängeln dürfen, wenn sie das denn möchten, vor die Leute, die schon häufiger geredet haben als sie selber und zu diesem Zwecke wäre es super und vor allem auch notwendig, dass sie die rote Nein-Stimmkarte zu ihren Redebeiträgen an den Pro- und Contra-Schlangen mitnimmt. Wir fahren fort mit einem Contra-Beitrag. Hallo, ich finde den WP030 inhaltlich schön, aber ich kann ihm so nicht zustimmen. Ich finde es nicht in Ordnung, Geschäftsordnungsanträge in Wahlprogrammsanträgen reinzumogeln. Entschuldigt das Wort, ich nehme an, ihr wollt das nicht verschleiern, aber ich finde es einfach unpassend, das da überhaupt zu machen. Und ich kann deshalb nur empfehlen, nicht für WP030 in dieser Form zu stimmen, weil wir sonst innerhalb der Partei eine Kultur schaffen, dass wir hier so dann über die Reihenfolge der Tagesordnung beschließen, welche anderen Wahlparteiprogrammpunkte dann aus der Tagesordnung rausgebombt werden und anschließend haben wir automatisch eine GO- Ich weise dich darauf hin, dass Unterstellungen nicht erwünscht sind. Diese Auslegung, die ich vorhin vorgetragen habe, stammt von den Juristen vom Dienst. Was die Auslegung der Antragsstelle ist, haben Sie vorhin selbst erklärt und das war nicht das, was du gerade eben gesagt hast. Du hast die letzten anderthalb Minuten deines Beitrags noch. Danke. Es geht mir nur darum, dass ich das nicht möchte, dass so etwas überhaupt passiert. Ich möchte nicht, dass ein Wahlprogrammspunkt einen anderen herauswerfen kann. Dafür gibt es separate Geschäftsordnungsanträge. Wir haben im Meinungsbild gesehen, die Mehrheit möchte auch den Rest behandeln und ich möchte nicht, dass sich so eine Kultur etabliert, die es ermöglicht, dann hier die Tagesordnung mit anderen Sachen in einer Abstimmung zu verbinden. Deshalb werde ich dagegen stimmen, obwohl ich den inhaltlich gut finde. Es tut mir leid, aber das empfinde ich als absolutes No-Go. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass dieser Antrag in dieser Form und auch das Vorgehen seit zwei Wochen in diesem Antragsportal zu finden ist. Außerdem weise ich darauf hin, dass es allen frei steht, Anträge zur Tagesordnungsänderung zu stellen, sollte dieser Antrag angenommen werden. Sie dürfen auch schon jetzt gestellt werden, dass danach diese Tagesordnungsänderungen abgestimmt werden. Ein Pro-Beitrag bitte. Ja, ich möchte dafür werben, 030 anzunehmen. Er ist kurz, knackig und damit wirklich gut für einen Wahlkampf. Das hindert aber niemanden, weder Kandidaten noch diejenigen, die auf der Straße stehen oder sonst wie aktiv sind, sich aus dem gesamten Fundus, den wir haben, inklusive dem 004, zu bedienen und seine, ihre Themen aktiv und fleißig vorzutragen. Das ist auch ein Stück des piratischen Mandats. Aber lasst die Möglichkeit, gerade auf der Straße, dort, wo es darauf ankommt, Menschen schnell, knapp und kurz und für uns anzusprechen, eben mit einem kurzen, knappen Programm das zu machen. Dankeschön. Ein Kontra-Beitrag bitte. Eine Gruppe von engagierten Piraten stellt uns 13 Thesen vor und plädieren dafür, wir behaupten dazu, diese Thesen stehen für das, für was die Partei steht, stellen dann im Antrag 030 und schließen alles aus, was nicht in diesen 13 Thesen passt und die nachgeschobenen Änderungsanträge beinhaltet. Die Arbeit all der anderen Mitglieder dieser Partei spielt keine Rolle mehr und ihre Arbeit ist dann nicht mehr wert, angehört und abgestimmt zu werden. Das ist nach meiner Meinung nicht das, wofür diese Partei steht. Dankeschön. Einen Pro-Beitrag bitte. Ja, ich mag ganz viel Text, ganz besonders, wenn der gemeinsam erarbeitet würde, ganz besonders auch, wenn da viel Bildung und Sozialpolitik drin ist und deswegen plädiere ich für 004 und deswegen plädiere ich gegen WP 0030, weil die Milliarden, die in dieses Weltraumgedöns reinfließen würden, die fehlen im BGE, die fehlen in der Sozialpolitik, die fehlen in der Rente, die fehlen in der Pflege, die fehlen überall, wo wir es brauchen, nur nicht im Weltraum. Dankeschön. Einen Kontra-Beitrag bitte. Ich bin gegen WP 0030, unter anderem, wie er zustande gekommen ist und auch, weil viele inhaltliche Probleme drin sind. Beispiel die europäische Energiewende, alles was brennt, soll weg. Also auch keine Biomassekraftwerke, kein Wasserstoff mehr, der über überschüssige elektrische Energie erzeugt wurde. Dankeschön. Ein Probeitrag. Ende August ging es durch die Presse, es gab eine Studie, die sagt, die Wahlprogramme der Parteien sind unverständlich. Das ging in quasi jeder Zeitung, es ging durchs Fernseher und innerhalb dieser Gruppe der unverständlichen Wahlprogramme waren wir das Schlechteste. Und es gab dann in diesem Moment der Medienberichterstattung dann auch Leute, Redakteure, die dann mit dem Wahl-O-Maten Leute auf Parteiveranstaltungen gefragt haben, von der CDU und der SPD, und die 50 Jahre CDU wählen und da kamen dann bei denen auch Piraten raus, dann beim Wahl-O-Maten oder was anderes und die waren total überrascht, weil sie ihre eigenen Wahlprogramme nicht lesen. Und ich würde auch behaupten, dass diesen Leitantrag, während wir hier debattieren, kann jeder lesen und verstehen und auch wissen, was er da abstimmt. Natürlich soll man sich vorbereiten, aber ein Stück weit müssen wir auch von dieser Arroganz runterkommen, zu sagen, die Leute müssen sich halt diese ganzen Programme durchlesen auf der Straße, um uns zu verstehen, weil das ist halt Politik, ist halt kompliziert. Das kann es nicht sein. Die wollen vielleicht lieber Adorno- und Horkheimer Dialektik der Aufklärung lesen in der Zeit oder irgendwas, was sie irgendwo weiterbringt im Leben. Und wir haben einen Bildungsauftrag, wir sind die Partei der Wissens- und Informationsgesellschaft und das heißt auch, unsere Aufgabe ist, wie können wir Informationen verständlich machen. Das gilt auch für alle, unsere Programmpunkte, das gilt auch für unsere Pläne bei Open Government, dass wir nicht einfach nur Akten auf die Leute schmeißen, ja, jetzt könnt ihr euch beteiligen, sondern dass wir uns überlegen, wie wir es didaktisch aufbereiten. Und das ist auch Aufgabe dieses Parteitags. Dankeschön. Dann einen letzten Kontragbeitrag. Ich möchte mich hier gegen, also für den manche Teile des 030 aussprechen. Zehn Punkte davon finde ich gut. Drei davon finde ich unterirdisch, weil ich möchte darum bitten, dass zum Beispiel die Aussage für gemeinsamen Frieden und Wohlstand brauchen wir einen Kontinent mit einer gemeinsamen Währung, dass die Antragsteller sich einmal auf einen Marktplatz in Athen, in Nicosia oder in Lissabon hinstellen und das wiederholen. Gucken, wie die Reaktionen drauf sind. Der Euro ist ein Teil unseres Problemes und nicht die vollständige Lösung, so sehr ihr gerne dafür sein würdet. Und ich bin dafür, diese Währung zu erhalten, aber ohne die Strukturfehler, die dahinter liegen, dazu habt ihr nichts gesagt. Ihr werft ein Ziel, soziales, gesamteuropäisches BGE in den Raum, was ich angesichts der Fortschritte, die wir hier national mit BGE erhalten, für eine Luftnummer halte. Alles, was brennt, muss weg, ist energiepolitischer Unsinn, weil es gibt Möglichkeiten, Kerosin herzustellen aus Salzwasser, Düngemitteln, Plankton, ohne jegliche Ackerbauflächen. Diese Form von brennenden Dingen sollten wir eindeutig beibehalten. Und zum Weltraumaufzug, ja, er ist machbar, aber das Einzige, woran es hängt, ist das Seil. Und was ihr hier vorschlagt, ist eine Subventionierung von großen Firmen in der Nanoröhrchenforschung, um lange Seile zu spinnen. Tolles Priatenprogramm. Ich bitte darum, diesen Antrag abzulehnen. Dankeschön. Damit haben wir fünf Pro- und fünf Contra-Reden gehört. Und ich frage die Versammlung, findet ihr, dass diese beiden Anträge ausreichend besprochen wurden? Dann bitte die blaue Karte. Wenn ihr weiter Pro-Contra hören wollt, bitte rot. Das ist deutlich blau. Damit hören wir keine weiteren Pro- und Contra-Beiträge. Und ich habe einen GO-Antrag. Es ist an. Achim, das Fragen-Mikro. Hallo? Ah. Also, ich möchte mich noch kurz entschuldigen. Also, ich wollte nie andeuten, dass der 04 ein Sammelsorium sei, sondern natürlich nur, was passiert, wenn wir den 04 annehmen und dann alle anderen Anträge auch. Das Stückwerk kenne ich schon aus dem Bundestagswahlprogramm. Du wolltest einen GO-Antrag stellen. Und ich komme jetzt zu meinem GO-Antrag, der 04. Ich möchte die Versammlung fragen, alle, die, oder ich möchte sie bitten, wer hat den 004 vollständig gelesen in allen seinen 30 Seiten? Ihr habt es gehört. Wer den Antrag 004 vollständig gelesen hat, bitte die blaue Karte, wer nicht die rote Karte. Ich teile der Antragstellerin mit, dass das sehr durchwachsen, aber leicht negativ ist. Ich habe einen weiteren GO-Antrag. Ein GO-Antrag auf Wiederholung der Abstimmung, weil mir jetzt, ich war überrascht, dass es hieß, irgendwie, wer meint, dass es ausreichend besprochen ist und nicht, dass die Frage formuliert wurde, soll die Befragung fortgesetzt werden. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das nochmal wiederholen. Nutella, ist das ein Alternativantrag? Okay. Wiederholung von Abstimmung, bitte schriftlich vorne mit 20 Unterstützerunterschriften. Ich möchte das kurz anmerken, ich werde das natürlich trotzdem nochmal abstimmen. Bitte lest eure GO und wenn ihr GO-Anträge stellt, dann wisst auch, was ihr stellen wollt. Bitte reiche, ja, ich werde das jetzt stellen, aber bitte reiche da vorne 20 Unterstützer-Schriften und das mündlich ein. Danke. So, ich stelle das jetzt also nochmal. Seid ihr der Meinung, dass der Antrag ausreichend, die Anträge ausreichend mit Pro- und Kontrareden versehen worden sind? Dann bitte die blaue Karte. Wenn ihr findet, dass weitere Pro- und Kontrareden gehört werden sollten, bitte die rote Karte. Ich sehe nach wie vor eine sehr deutliche Mehrheit dafür, dass Pro- und Kontra beendet ist. So, ich habe einen weiteren GO-Antrag. GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Wer in der Versammlung ist der Meinung, dass Anträge beschlossen werden sollten, die von der Mehrheit der Mitglieder nicht vollständig gelesen wurden? Ihr habt das gehört. Wer der Meinung ist, dass solche Anträge beschlossen werden sollten? Bitte die blaue Karte wäre nicht die rote Karte. Ich stelle dem Antragsteller mit, dass das mehrheitlich positiv ist. So, und bevor wir noch einen GO-Antrag... Da ja gerade rausgekommen ist, dass viele, die nicht gelesen haben, stelle ich den GO-Antrag und auf Unterbrechung der Versammlung für 20 Minuten, dann können die, die noch nicht gelesen haben, diesen Antrag lesen und auch mündig darüber abstimmen. Ihr habt den GO-Antrag gehört. Wer dafür ist, die Sitzung jetzt für 20 Minuten zu unterbrechen? Bitte die blaue Karte ist. Wer dagegen die rote Karte? Ich teile dem Antragsteller mit, dass das sehr deutlich und sehr einheitlich negativ ist. Außerdem würde ich gerne, bevor jetzt noch mehr GO-Anträge kommen, die Versammlung unterbrechen. Wir machen nämlich jetzt weiter mit AV. K.O. 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 Okay, schön. Hiermit beende ich die Unterbrechung der Aufstellungsversammlung. Ich leite die Versammlung jetzt erst mal selber und übergebe kurz an den Wahlleiter. Ich wechsle kurz meinen Platz. Gut, entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Wir hatten erhebliche Schwierigkeiten im Betriebsablauf. Das sagt die Bahn zumindest immer. Wir haben eine Liste. Diese Liste ist zwölf Namen lang. Ich werde diese Namen jetzt in der Reihenfolge vorlesen, in der sie auf dem Stimmzettel standen. Gilles Bordelet, Jens-Peter Seipenbusch, Jens-Peter Seipenbusch, Martin Klin, Anne Helm, Martina Pöser, Patrick Schiffer, Anke Domscheid-Berg, Bruno Gerd Kramm, Stefan Zirkowitsch, Julia Räder, Futios Amanatides, Gregory Engels. Das waren zwölf. Laut der beschlossenen Wahlordnung müssen wir jetzt beschließen, ob wir den ersten Platz einzelnen Bewertungswahlen machen wollen oder alle auf einmal. Ich formuliere das jetzt mal so. Wollt ihr die Bewertung und damit die Sortierung der Liste in einem Wahlgang machen, dann hebt bitte jetzt die Ja-Karte. Stopp. Wir sind in der AV. Wir nehmen grün und lila. Christopher, müsste an sein. Achin. Heißt das Geohrentrag auf Verständnisfrage oder so? Gibt es dazu jetzt nicht eine Aussprache noch? Weil das ist ja durchaus, muss ich ja die Versammlung über die Vor- und Nachteile bei der Verfahren drüber unterhalten. Wir haben uns ja bei der Auswahl des Wahlverfahrens nur sehr rudimentär, also es ist jetzt eine Frage, vielleicht holen wir ein Meinungsbild ein, ob noch eine Aussprache dazu gewünscht ist. Gut, machen wir zunächst ein Meinungsbild. Wer ist der Meinung, dass eine Aussprache über das weitere Vorgehen notwendig ist? Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Durchwachsen aber überwiegend negativ ist. Gut. Also keine Aussprache. Dann frage ich die Versammlung noch mal. Wollt ihr das in einem Wahlgang machen, dann hebt bitte jetzt die Ja-Karten. Wollt ihr getrennte Wahlgänge, hebt bitte die Nein-Karte. Die deutliche Mehrheit ist für Ja. Dann muss ich jetzt nur schnell Wahlzettel drucken gehen. Das kann leider ein paar Minuten dauern. Und Wahlhelferinnen werden auch wieder benötigt. Ich sehe zwei Geschäftsordnungsanträge und der Herr Gerstl steht auch schon am Mikrofon. Es ist kein Geschäftsordnungsantrag, es ist eine Frage und ich entschuldige, dass ich dafür etwas ausholen muss. Der Bundesvorstand hat beschlossen, dass wir in der Europawahl drei Themenschwerpunkte setzen. Ein Schwerpunkt wird vom Bundesvorstand gesetzt, ein Schwerpunkt wird von der Basis gesetzt und der dritte Schwerpunkt wird von den beiden Spitzenkandidaten gesetzt werden, die wir jetzt auf diese Liste wählen. Darf ich die Versammlungsleitung bitten, die jetzt noch wählbaren Kandidaten, vielleicht zu befragen, was denn deren Lieblingsschwerpunkt wäre und wir das irgendwie auf diesen Beamer bekommen. Ich muss mal ganz kurz nachfragen gehen, wir machen in 30 Sekunden weiter. Jochen macht weiter. Gut, die nächste, bitte. Ja, erstmal herzlichen Dank für alle, die kandidiert haben und Glückwunsch an die, die auf der Liste sind. Und ich würde mir wünschen, weil jetzt eine ganze Menge an Vorstellungen schon hinter uns liegt, dass die, die jetzt vorne drauf sind, auf den zwölf, sich jeweils nochmal in einer Minute vorstellen. Das heißt, ich bitte darum, jetzt die Versammlung nicht gleich wieder zu wechseln, sondern jedem Kandidaten nochmal eine Minute einzuräumen, sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Das ist im ursprünglich beschlossenen Prozedere so nicht drin. Aber ich frage die Versammlung, wollt ihr so verfahren, wie gerade gewünscht oder nicht? Das ist überwiegend ja. Dazu direkt, ich würde es gerne ein bisschen enger fassen, dass die Kandidaten, wie Sie gesagt haben, ganz klar sagen, ich stehe dann für dieses und dieses Thema im Schwerpunkt. Zu genau diesem Zweck wurden die Kandidaten gestern bereits von der Antragskommission befragt. Die bei der Antragskommission angegebenen Werte werden demnächst zusammen mit den Kandidaten auf dem BIMA erscheinen. Matthias. Auch kein GO-Antrag, einfache Bitte, die vollständigen Ergebnisse hier einfach zu veröffentlichen. Die vollständigen Ergebnisse sind bereits unterwegs ins Wiki. Wunderbar. Bitte hier auch noch die vollständigen Ergebnisse sind im Wiki. Kann man die bitte auf den BIMA bringen? Die sind im Wiki. Nein, die gehen nicht auf den BIMA. Dann möchte ich einen Antrag stellen, dass die auf den BIMA kommen, weil nicht jeder hier so ein gutes... Hör auf! Entschuldigung. So, ich kann die Themenschwerpunkte auf den BIMA bringen. Ich kann die Kandidaten auch auf den BIMA bringen, aber ich brauche dafür fünf Minuten. Genau. Und die vollständigen Ergebnisse können wir nicht auf den BIMA bringen. Wir haben ja eben über das weitere Wahlverfahren abgestimmt. Beim Abstimmen habe ich gedacht, ich hätte verstanden, worüber wir eigentlich abstimmen. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher und ich kann mir vorstellen, dass das einigen anderen auch so geht. Mit Ja hätten wir dafür abgestimmt, dass wir alles in einem Wahlgang jetzt abstimmen. Genau. Und bei Nein, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das auf mehrere Wahlgänge aufteilt. Wir hätten einen Bewertungswahlgang über den Platz 1 machen können. Wir hätten einen weiteren Bewertungswahlgang mit den verbleibenden elf Kandidierenden über Platz 2. Wir hätten bis zu zwölf weitere Wahlgänge machen können. Gut, ich gehe jetzt Stimmzettel drucken und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Okay. Ich rufe jetzt die Kandidaten für jeweils eine Minute nochmal auf, auf die Bühne zu kommen. In der Reihenfolge, die sie von den vorangegangenen Vorstellungen gewohnt sind. Als erstes den Gilles Bordelais, bitte. Und Jens Seipenbusch kann sich schon mal bitte bereit machen. Deinen Themenschwerpunkt vorstellen, eine Minute lang. Okay, die Kandidaten sagen jetzt jeweils eine Minute lang, was ihr Themenschwerpunkt ist, beziehungsweise bis zu einer Minute. Gilles, du hast das Mikrofon. Dankeschön. Ich habe es versucht darzustellen, mir geht es darum, dass wir dieses Europa erhalten. Also ich, es ist mein Lebensraum, es ist da, wo ich leben will. Ich möchte nicht zurück zu einer Zeit, wo die Grenzen fester waren, als das, was sie jetzt sind. Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, genau das zu erreichen, ist, dass die Leute den Eindruck haben, dass dieses Europa auch deren Zuhause ist. Und mein Zuhause ist da, wo ich es auch, wo ich gestalten kann, wo ich mein Leben gestalten kann, wirksam. Und das erreichen wir als Pirat, meiner Meinung nach, nur durch Mitsprache, Beteiligung, durch die Vermittlung, dass die Bevölkerung sich wirklich aktiv und wirksam beteiligen kann. Also Transparenz, Beteiligung, Mitsprache, das sind meine Themen. Danke euch. Danke dir. Als nächstes hätte ich dann gerne den Jens Seipenbusch und als übernächstes den Martin Klim. Der Jens, bitte. Ist unterwegs, sehr schön. Und wenn der Martin Klim sich, wie gestern schon geübt, hier vorne an dem Kandidatentisch schon mal hinsetzen kann. Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt, auf dieser Liste zu sein. Ich werde mein Bestes geben, das Vertrauen zu erfüllen gegenüber euch und allen Bürgern dieses Landes. Sofern es dann auch weitergeht, möchte ich mich dafür einsetzen, was ich auch auf meiner Kandidatenseite im Wiki geschrieben habe. Europa muss wesentlich demokratischer werden. Das ist ein Grundproblem. Ich werde mich für einen Verfassungskonvent einsetzen. Wir müssen das Finanzkrisenproblem lösen. Wir müssen für die Privatsphäre kämpfen auf europäischem Sektor. Herzlichen Dank. Applaus Dann Martin Klim. Hallo. Ich hatte ja gestern schon ziemlich viel Zeit, mich vorzustellen. Meine Schwerpunkte nochmal sind Menschenrechte, Soziales, Kultur nicht zu vergessen, Informationsfreiheit, Open Data und andere Dinge mehr. Davon abgesehen, was ich gestern nicht sagen konnte, was ich noch sagen möchte, ist, selbst wenn ich nicht auf einem der vorderen Plätze gewählt werden sollte, stehe ich für alle bereit. Wir haben auch parallel zur Europawahl die Kommunalwahlen in zehn Bundesländern. Wir haben sehr große Erfahrungen in einer sehr großen Stadt und wenn irgendein Landesverband oder ein Stadtverband intern oder extern Veranstaltungen dazu machen möchte, stehe ich auch für den Wahlkampf bereit. Gut, bevor wir zu der Anne Helm kommen, als übernächstes hätte ich dann die Martina Pöser gerne und ich sehe einen GO-Antrag. Verfahrensfrage, es haben jetzt schon mehrere Kandidaten mehrere Themen genannt. Soweit ich das verstanden habe, ging es ja eigentlich darum, das eine Thema vorzustellen, das dann in unserem Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen soll. Ist das so richtig oder habe ich was missverstanden? Die Frage war, dass die Kandidaten ihren Themenschwerpunkt vorstellen. Dafür räumen wir den Kandidaten jeweils eine Minute ein. Wie sie diese Minute nutzen, können die Kandidaten selbst entscheiden. Anne. Ich denke, zu meinem Schwerpunkt, also hier habe ich gestern schon sehr viel gesagt. Bei mir kommt natürlich noch dazu die gesamte Innen- und Sicherheitspolitik, in die das auch einfällt, weil ich finde, dass wir das nicht den Abschottern und Angstmachern überlassen sollten und ich wäre deswegen gerne ein Teil eines schlagkräftigen Teams im Wahlkampf und nachher auch im Europaparlament, weil ich finde, dass die derzeitigen Entwicklungen, die es dort in die Richtung gibt, mehr Überwachung, mehr Sicherheitskonzepte mit unkontrollierbaren Behörden, dass wir da dem Einhalt gebieten müssen und dafür wäre ich gerne an dem Team. Dann hätte ich gerne die Martina Pöser und nach der Martina Pöser kann sich der Patrick Schiffer schon mal bereit machen. Martina, du hast das Mikro. Hallo, erst mal vielen Dank für euer Vertrauen und ich freue mich auch, wenn ihr mich nochmal wiederwählt auf die Liste. Meine Themenschwerpunkte sind, wie ich auch schon verkündet hatte, internationale Handelsabkommen generell, aber auch Demokratisierung der EU und Bürgerrechte und bürgerliche Freiheitsrechte. Wichtig ist mir allerdings vor allem, dass wir ein Europa schaffen, das demokratisch, transparent, freiheitlich und solidarisch handelt und ist. Danke. Dann den Patrick Schiffer und anschließend die Anke Domscheit-Berg. Patrick, Patrick. Ja, meine Themen, danke. Vielen Dank für die Wahl auf die Liste, ich freue mich sehr. Danke für euer Vertrauen. Meine Schwerpunktthemen habe ich in meiner Rede zum größten Teil schon genannt. Menschenrechte, Bürgerrechte, Informationsfreiheit und natürlich auch den großen Bereich der Netzpolitik. Danke. Dann jetzt Anke Domscheit-Berg und anschließend Bruno Gerd Kramm. Danke. Ich glaube, ich kann unterschiedliche Themen vertreten. Auf anke-domscheit-berg.de habe ich das erklärt. Es gibt aber dennoch ein Thema, mit dem ich auch in den Bundestagswahlkampf gegangen bin. Das kann man in Kurzform auf meinem damaligen Wahlprogramm lesen. Das heißt Gläserner Staat statt Gläserner Bürger. Darin verbirgt sich einmal mein Wunsch für transparentes Europa, transparentes Parlament, aber auch transparente Abgeordnete, wie der Lobbykalender, von dem ich schon sprach, Nebeneinkünfte, die ich selbstverständlich offenlegen werde und was ich auch von anderen mir wünsche. Transparenz ist die Grundlage für Bürgerbeteiligung und mehr Basisdemokratie und was ich mit kein Gläserner Bürger meine, habe ich, glaube ich, hinlänglich erklärt. Ich glaube, ich kann Inhalte besonders gut vermissen, direkt im Wahlkampf, auch über Medien und ich glaube, das bringt uns weiter im Wahlkampf. Danke. Dann der Bruno Gerd Kramm, anschließend der Stefan Zirkovitz. Zuerst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich auf diese Liste gewählt habt. Ich werde für euch kämpfen, egal wo ich auf der Liste lande, ich werde alles einsetzen, was ich in dem Bereich bieten kann. Für mich ist natürlich wesentlich der Begriff Teilhabe an politischen Prozessen, an Wissen, an kulturgesellschaftlichem Leben in selbstbestimmter Freiheit. Damit meine ich wesentlich auch das Urheberrecht. Denn es ist nämlich die Basis dessen, ein reformiertes Urheberrecht, dass Menschen aus sich selbst heraus neue Dinge erschöpfen können, dass Menschen aus sich selbst heraus neuen qualitativen, gesellschaftlichen und Gemeinwesenskultur Wachstum in Europa schaffen können. Und ein ganz klarer Gegenpunkt dazu ist TTIP, ein Freihandelsabkommen, was in erster Linie Rechte von Konzernen stärken will und gleichzeitig die Rechte der Bürger schwächt. Und genau hier in diesen beiden Bereichen möchte ich für euch hart arbeiten. Ich werde mir den Arsch aufreißen. Ich danke euch. Jetzt der Stefan Zirkovic, anschließend Julia Reda. Stefan. Hi. Erstmal Dankeschön. Ich freue mich, dass ich euch gestern habe, so kurzfristig, manche haben mich ja noch nicht gekannt, begeistern können. Und genau das habe ich auch vor mit den Wählern. Die Wähler für unsere Inhalte, für unsere Themen zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass wir das Personal haben, um diese Themen auch umzusetzen. Die Programme, die wir uns auf die Themen, die wir uns auf die Fahne schreiben. Und gestern habe ich schon davon gesprochen. Ich bin hergekommen, sozusagen mit einer kleinen Kommunikationsstrategie. Und ich glaube, dass genau das Stichwort grenzenlos Europa vieles von dem, was wir wollen, zusammenfasst. Und genau deshalb werde ich das zu meinem Motto im Wahlkampf machen und dann im Europaparlament in der Außen- und Handelspolitik die Teile, die genau darunter fallen, verwirklichen. Das heißt, Rüstungsexporte kontrollieren, eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik in Europa durchsetzen und das TTIP verhindern. Ich danke euch und hoffe auf einen hohen Listenplatz. Danke. Jetzt die Julia Reda, anschließend der Fotos Amanatides. Julia. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich finde die Idee mit den drei Schwerpunkten im Wahlkampf sehr, sehr gut. Ich möchte aber, dass diese drei Punkte auch stimmig zueinander passen. Es ist weder sinnvoll, dass wir drei Kernthemen auswählen, noch dass wir überhaupt keine Kernthemen dabei haben. Deshalb werde ich ein Stück weit meine Wahl davon abhängig machen, wer sonst noch oben auf der Liste ist und was die Basis sagt, was der Vorstand sagt. Ich würde gerade einfach meine Traumkombination vorstellen. Einmal das Urheberrecht aus dem ganz einfachen Grund, dass wir wissen, dass das Thema wird und jetzt schon Thema ist. Das ist absolutes Kernthema für uns, freie Kultur. Deshalb Urheberrecht als erstes Thema. Als zweites Thema die Asylpolitik. Das ist kein klassisches Kernthema, aber eben ein Menschenrechtsthema, wo wir die progressivste Position aller Parteien haben. Und als drittes Thema, wie Gilles auch schon sagte, die Mitsprache und Transparenz der Europäischen Union. Zeit. Das Motiv, das da drüber steht, ist bei allen das grenzenlose Europa. Und diese drei Themen haben auch den Vorteil, dass sie alle im gemeinsamen europäischen Wahlprogramm sind. Und ich möchte einen europäischen Wahlkampf führen. Dankeschön. Beide. Dann der Fotios. Okay, Foti. Anschließend dann Grigori Engels. Fotios, du hast das Mikro. Oh, hier hat jemand seine Rede vergessen. Hi, ich bin Foti. Ich möchte euch danken für euer Vertrauen. Mein Thema ist die europäische Integration. Wie ich gestern schon sagte, alle Themen laufen zusammen im Thema der europäischen Integration. Die Frage ist, wie wollen wir Europäer miteinander in Zukunft leben? Das ist mein Thema. Des Weiteren, Volksbefragung auf europäischer Ebene. Ich sehe bereits jetzt die Möglichkeit, wie wir innerhalb der nächsten fünf Jahre so etwas durchführen können. Die Planung ist, ein europäisches Wahlprogramm einzuführen. Und ich glaube, dass wir als Piraten uns in den Ausschüssen dafür einsetzen können und sagen können, also wenn wir schon ein europäisches Wahlprogramm haben, dann könnte man doch vielleicht die Leute an dieser Stelle auch befragen. Das sind meine Themen. Danke. Und zum Schluss noch der Grigori Engels. Ich danke euch auch und ich bin froh, dass wir keine zu kurze Liste haben und wir werden Schwerpunktthemen finden. Ich finde natürlich, dass die kommt darauf an, wer in der Spitze steht. Ihr wisst jetzt von meiner Vorstellung, für was ich stand in der Vorstellung. Dafür stehe ich immer noch. Aber es muss natürlich, ich bin da meiner Julias Meinung, es muss passen. Es muss abgestimmt werden unter den eben den Spitzen, die das auch vertreten müssen. Ich finde, das wichtigste Thema, was vertreten werden sollte, ist eben die europäische Entwicklung, unsere Vision von einem gemeinsamen Europa zu mehr Demokratie, mehr Beteiligung und auch letztendlich zu Europa der Bürger und Regionen. Danke. Nein, nein, Düsenberg, nein. Achtung, okay, ein technisches Problem lösen. Okay, gut. Zu den Detailergebnissen. Diese liegen am Infopoint aus, beziehungsweise werden hinten auf der Rückwand der Halle soeben aufgehängt. Unter der Europa-Piratenfahne werden gerade die Detailergebnisse aufgehängt. Es kann sein, dass sich da noch ein Copy-Paste-Fehler drin befindet, der wird dann aber noch korrigiert, so schnell wie möglich. Also, ihr seht jetzt auf dem Beamer die Themenschwerpunkte, die beim Frontoffice eingereicht wurden. Da seht ihr jetzt bei einigen Kandidaten undefined. Das sind dann, werdet die, warum auch immer, fehlen. Ihr könnt jetzt gerne noch ein, nach vorne kommen und sagen, was ihr dort stehen haben wollt als Kandidaten. Dann trägt das Frontoffice das ein und dann aktualisieren wir die Folie entsprechend. Es wurde ja vorhin gesagt, dass die Kandidaten beim Frontoffice ihre Themenschwerpunkte mitteilen sollen. Das haben scheinbar nicht alle gemacht, ist ja auch nicht so schlimm, aber wir können es jetzt halt noch eintragen. Wegen technischer Probleme unterbreche ich jetzt mal die Versammlung für circa drei Minuten und übergebe währenddessen die Verirme, also für danach die Versammlungsleitung an den Gerhard Anger. Die technische Problemlösung am Mikrofon soll intransparent passieren, deswegen wurde ich gerade gebeten, die Pultmikros abzuschalten. Wir warten ja im Moment auf den Druck der Stimmzettel und möchten, weil das auch nicht mehr allzu lange dauern wird, jetzt nicht nochmal in was Großes einsteigen, was uns am Ende dann noch Zeit kostet, sobald der Wahlgang eröffnet werden kann. Wir haben ein paar Redeslots angekündigt bekommen. Ich möchte jetzt gerne ein paar dieser kurzen Redeslots, sobald wir dann fortsetzen, aufrufen, um die Zeit bis zum Druck der Stimmzettel zu überbrücken. Es gibt hier einen Redeslot, danke sehr für den technischen Fix, einen Redeslot Konzeptkandidatenmesse. Das ist ein Redeslot, der angekündigt ist von Nutella und Kungler, also Bernhard Kern und Matthias Schrade. Ist einer von den beiden gerade da und könnte diesen Slot, ich glaube Bernhard trifft mit unfassbarer Geschwindigkeit, stellt die Mate ab, ich spreche jetzt den gesamten Vorgang mit, stellt die Mate ab und kommt nach oben, dann hören wir jetzt einen Redeslot zum Punkt Konzeptkandidatenmesse von Bernhard Kern zur erstmal Überbrückung für den Druck der Stimmzettel und Bernhard, du hast das Wort. Ja, hallo, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, der Markus Gerstl hat vor dem BPT ein Konzept gemacht, wie man die Kandidatenbefragung für alle hier angenehmer machen könnte. Kann ich mal kurz ein Meinungsbild haben, wer das gelesen hat von Markus Gerstl? Okay, sehr wenige. Also das Konzept basiert darauf, dass wir keine Kandidatenvorstellung mehr haben in Linie, wo jeder zehn Minuten hier oben etwas erzählen darf vom Wolf und wo wir dann bei Bodo Thiesen alle rauslaufen, weil uns das nicht passt, was er erzählt, sondern es geht darum, dass jeder einen Würfel kriegt, sich an einen Platz stellt und dort von jedem individuell befragt werden kann. Das Ganze geht dann zwei, drei, vier Stunden lang, je nachdem, wie viele Kandidaten wirklich da sind und danach wird dann abgestimmt und für den weiteren Ablauf gebe ich mal an Kungler weiter, der hat sich dazu nämlich mehr Gedanken gemacht. Ja, die Grundüberlegung ist, dass wir die Rechte der Kandidaten nicht beschneiden. Die müssen sich ja ausreichend vorstellen können. Okay, Ablauf wäre, bezogen auf eine Veranstaltung wie hier, dass wir am Rand etwas mehr Platz schaffen und hier wie so eine Art Messestände, so kleine Nischen mit Stellwänden abgetrennt, ganz außen rum machen, eventuell im Vorraum auch noch, sodass jeder Kandidat dort eine Fläche von zum Beispiel drei mal drei Metern hat, so Pavillon groß, wo er sich dann auch einen Tisch hinstellen kann, Stühle, gegebenenfalls Flyer auslegen und wenn er Lust hat, sogar auf einer kleinen Leinwand noch irgendeine PowerPoint-Präsentation machen, sodass er auf die Weise in seinem Bereich quasi eine Art Vorstellungsmöglichkeit hat. Die Teilnehmer können dann während einer Pause oder während einer Zeit von zum Beispiel drei Stunden die Kandidaten, die sie besuchen wollen, wo sie sich informieren wollen, ein nach dem anderen hingehen, können aber gegebenenfalls, so wie es ja jetzt auch schon passiert, während dieser Zeit gegebenenfalls sich zu anderen Sachen treffen, Mittagspause machen und so weiter. Der Vorteil ist, man hat einen festen Zeitablauf, beispielsweise zwischen 12 und 15 Uhr ist diese Kandidatenmesse und jeder weiß, um 15 Uhr muss ich wieder da sein, dann wird gewählt. Das ist die Grundüberlegung und wir würden das gerne mal bei einer kleineren AV testen und dann bei künftigen, auch größeren AVs durchführen, weil dieses Konzept skaliert. Das ist theoretisch anwendbar auf beliebig viele Kandidaten, ohne dass der Rahmen einer Veranstaltung gesprengt wird. Wenn wir jetzt hier statt 62 Kandidaten eben 100 gehabt hätten, dann hätten wir noch gar nicht anfangen können zu wählen. Und wir werden künftig möglicherweise auch wieder größere AVs haben mit Teilnehmerzahlen, die noch größer sind, mit Kandidatenzahlen 100, vielleicht sogar mal 200 oder mehr. Jetzt noch was kurz rechtliches, was halb ich eigentlich hier stehe. Das Argument, was man immer hört, es gibt doch dieses Verfassungsgerichtsurteil, wo drin steht, dass man 10 Minuten Vorstellungszeit geben muss an die Kandidaten, wie geht denn das zusammen? Dieses Urteil ist ein Fehlverständnis. Das Urteil sagt im Wesentlichen nur, dass den Kandidaten ausreichende Möglichkeit gegeben werden muss, sich vorzustellen. Es zwingt die Versammlung nicht, einem Kandidaten 10 Minuten zuzuhören. Diesen Zwang gibt es nicht. Und man kann wohl kaum davon ausgehen, dass drei Stunden, um sich selbst zu präsentieren, wo dann jeder vorbeikommen kann bei interessanten Kandidaten oder nicht, nicht eine ausreichende Möglichkeit sind, sich selbst und sein Programm vorzustellen auf dem Parteitag. Da sind alle Kandidaten gleichberechtigt. Und jeder kann sich ein gleich gutes Bild machen. Wenn man das machen möchte, kann man vorher noch jedem Kandidaten die Möglichkeit geben, sich eine Minute hier oben hinzustellen und mal kurz zu sagen, wer er ist und was er eigentlich will, sodass jeder Teilnehmer sich mal überlegen kann, ob er mit dem Kandidaten reden möchte oder nicht. Dann überlegen sich dann vielleicht auch mehrere Kandidaten, die eigentlich besser nicht kandidieren sollten, ob sie wirklich kandidieren müssen und kriegen dann gewöhnlich auch über das Feedback während der Kandidatenmesse ein ausreichendes Feedback zu den Chancen ihrer Kandidatur. Habt ihr noch Fragen dazu? Wenn ja, wäre jetzt die Gelegenheit oder es wäre auch die Gelegenheit für Landesverbände, sich freiwillig zu melden für das erste Experiment? Nein, nicht für das erste Experiment, sondern für das Proof of Concept. Weil letztendlich bei einer Landes-AUV mit 20 oder 30 Kandidaten ist es relativ klar, das wird laufen und da wird es auch keine Probleme geben. Bei großen Veranstaltungen wird uns das massiv Zeit sparen. Gut, dann bitte zur ersten Frage. Ich finde es erstmal großartig, das Konzept an sich, weil ich mich bei sehr vielen Kandidaten, die uns sehr viel Zeit gekostet haben, sehr geärgert habe. Ich sehe allerdings ein kleines Problem. Wenn man das hier macht, ist das eine moderierte Frage-Antwort-Situation. Das funktioniert leider nicht immer, dass die Versammlungsleitung schnell das Mikrofon abschalten kann, aber man auch häufig nicht erkennen kann, wie tendenziös die Frage werden wird in Zukunft. Wie wollt ihr das an den Ständen regeln? Ich sehe da eine sehr große Gefahr, dass da Leute hinkommen und die Kandidaten mit mehr oder weniger trickreichen Fragen anfeinden, um Unterstellungen unter die Leute zu bringen, um Kandidaten unfair in Verruf zu bringen. Eine Versammlungsleitung kann dagegen vorgehen. Magst du den Ton kurz raus machen? Danke. Eine Versammlungsleitung kann dagegen vorgehen. Ich finde es schwierig, das bei allen Kandidaten da dann so ein Deeskalationsteam dazu zu setzen. Auch wenn ich die Idee an sich cool finde. Danke sehr. Dann bitte. Das wird kein so großes Problem sein, weil letztendlich steht der Kandidat in einem Kabuff und davor stehen irgendwie zehn andere Zuhörer oder sowas. Und du hast halt nicht die Situation wie hier, dass jetzt der Christopher ans Mikro kommen könnte und mir vor versammelter Mannschaft irgendwas an den Kopf werfen als Frage. Es werden schlichtweg nicht so viele Leute überhaupt mitkriegen, dass diese Sachen laufen. Und deshalb ist das Problem in dieser Skala nicht so vorhanden. Und in einer Eins-zu-eins-Situation kann man sich deutlich besser gegen sowas wehren, als wenn man plötzlich tausend Zuhörer hat davor. Gut, dann zur... Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, solche Eins-zu-eins-Situationen kann man hier am Rand des Parteitags genauso haben. Also auch hier laufen die Kandidaten frei rum. Man könnte also dieses irgendwo ins persönliche Gespräch verwickeln genauso herstellen. Also das Risiko wäre theoretisch auch hier da. Gut, dann zu der nächsten Frage bitte. Ja, also ich hätte, bevor ich jetzt meinen Beitrag mache, eine Frage an die Versammlungsleitung und zwar jetzt zu diesem Format, weil mir nicht ganz klar ist, ob das jetzt so strikt ist, dass ich hier nur eine Frage stellen darf oder einfach mal zwei Minuten etwas zu diesem Konzept aus meiner Sicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, eine Aussprache, eine vollständige Aussprache würde uns jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen zu weit führen hier, weil wir jetzt hier auch keinen Beschluss darüber treffen werden. Es ist ja auch die Aufstellungsversammlung und nicht der BPT. Also wenn, dann fasse dich bitte möglichst kurz und ich würde sagen, Aussprache dann eher mit den Leuten, die sich das Konzept überlegt haben. Markus Gerstl ist ja da und mit Matthias und Bernhard dann vielleicht eher direkt oder so. Aber fasse dich bitte kurz. Gut, also ich möchte hier nur ein paar Sachen in den Raum werfen, die natürlich dann auch von den beiden Menschen, die das vorgestellt haben, kommentiert werden können. Also erstmal finde ich es natürlich super, dass ihr hier ein Konzept vorstellt, das in irgendeiner Form Bundesparteitage streamlinen soll. Auf der anderen Seite, mit Verlaub, das Ergebnis dieser Abstimmung jetzt hätte man, glaube ich, auch, wenn man einfach die Wochen vor der Aufstellungsversammlung beobachtet hat, ein bisschen vorhersehen können. Also die Frage ist ja vielmehr, wie realistisch ist die Eigenwahrnehmung mancher Leute, die sich auf Aufstellungsversammlungen hinstellen bezüglich der Einschätzung ihrer Erfolgschancen auf einer solchen. Ich möchte zu bedenken geben, dass wenn wir jetzt hier lauter so Messestände machen, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, dass man bei 700 Leuten und mal angenommen nur die Hälfte von denen kommt vorbei und ich spreche mit jedem von denen irgendwie eine Minute, dann bin ich trotzdem bei fünf Stunden. Also ununterbrochen fünf Stunden und dann habe ich mit jedem nur eine Minute geredet. Ich möchte weiterhin zu bedenken geben, dass ich an diesem Format, wo sich jeder hier innerhalb von fünf, von zehn oder von einer Minute vorstellen kann, sehr schätze, dass man auf Menschen aufmerksam wird, die man vielleicht nicht aus Funk und Fernsehen kennt und auch dann die Möglichkeit hat, festzustellen, dass die Partei doch ein bisschen größer ist als Twitter und Markus Lanz. Als allerletzten Punkt hätte ich dann noch, und dann komme ich zum Schluss. Für mich als Mandatsträger ist das super. Ich habe genug Geld, um mir dann BIMAT, zwei Messehostessen und noch Giveaways hinzustellen und ich frage mich, ob das dann so im Sinne einer Gleichbehandlung und Waffengleichheit fair ist, wenn dann die Kandidierenden je nach Möglichkeiten ihre Stände entsprechend ausstarten. Ich bitte dich dann herzlichen Dank. Ich bitte dann doch auch, es hat ganz gut geklappt, denke ich jetzt, alle, die jetzt noch was zu diesem Thema zu sagen haben, sich möglichst kurz zu fassen. Ich habe noch Dinge, die künftige Wahlen in diesem Jahr betreffen, Redeslots dazu, zum Beispiel zu Unterschriftensammlungen und ein priorisierter Redeslot zur Flaschenpost. Ich möchte diese Sachen möglichst auch vor dem Abschluss des Stimmzetteldrucks zu Ende bringen und im Übrigen die drei Minuten, die Flo Bukow vorhin angesagt hatte zur Unterbrechung der Aufstellungsversammlung sind natürlich vorbei und die Aufstellungsversammlung ist selbstverständlich fortgesetzt, aber wir haben ja auch nichts formal Relevantes besprochen. Dann vielleicht kurz zu den Einwänden, aber bitte möglichst kurz. Und die Aussprache oder Befragung endet auch bei Markus Gerstel. Da ist jetzt gerade noch jemand dazugekommen, das tut mir leid, ich war gerade, aber bei Markus Gerstel ist dann bitte auch Schluss. Dann habt ihr jetzt kurz die Gelegenheit. Ja, ich möchte kurz was zum letzten Punkt vom Christopher sagen. Du hast natürlich völlig recht, das ist dann sicherlich auch eine Frage der genauen Ausgestaltung. Es sollte definitiv die Chancengleichheit auch gewahrt bleiben. Nicht, dass der eine dann nur einen kargen Stand hat und der andere hat einen vollen Ding. Aber ich denke, das kann man sicherstellen, auch von der Orga her, dass hier dann auch die Stände nicht irgendwo unterschiedliche Möglichkeiten den Kandidaten bieten. Das Ganze ist ja, wie gesagt, noch in der Überlegungsphase. Der zweite wichtige Punkt ist zum Thema Zeit. Es ist ja nicht so, dass jeder Kandidat an seinem Stand nur eine Person gleichzeitig bespaßen kann. Da können ja problemlos fünf oder zehn Leute zuhören. Und ganz ehrlich, von den 700 Leuten, die hier theoretisch anwesend sind, das sind ja alleine 120 schon mal als Helfer, die nicht hier im Saale sind. Viele andere sind erkennbar nicht die ganze Zeit hier im Saal. Und viele sind den ganzen Parteitag durch, haben sich keine einzige Vorstände angehört. Also ich glaube, bei aller Vorsicht, die Vorstellung, dass jeder von den 700 Leuten bei allen Kandidaten vorbeigehen und mit denen ein oder zwei Minuten reden möchte, ist illusorisch. Und zum dritten Punkt von wegen, dass das Ergebnis oder dass eine solche Messe den Kandidaten, die nicht aus Funk und Fernsehen bekannt sind, weniger Chancen bietet. Ich glaube, die Ergebnisse einer jeden Aufstellungsversammlung haben gezeigt, dass es für unbekannte Kandidaten quasi unmöglich ist, im Rahmen einer solchen Vorstellung über zehn oder elf Stunden hinweg dann doch ihren Bekanntheitsgrad groß zu steigern. So, wir haben vielleicht zur Information, gerade der Stimmzetteldruck dauert noch ein wenig. Deswegen ist der Beschluss des Versammlungsleiters, doch jetzt in Bälde nochmal zum Bundesparteitag wieder zurückzuwechseln, also zu den Bademänteln und die Abstimmung der Wahlprogrammanträge, die vorher dann nicht durchgeführt wurde, durchzuführen. Das heißt, ich würde jetzt alle, die, die jetzt noch sprechen wollen, ganz kurz ein Statement abzugeben. Danach werde ich dann wieder an Florian Bukor übergeben, damit wir mit BPT und Inhalten weitermachen können. Dann bitte, ihr habt noch die Gelegenheit, aber bitte kurz. Ja, also ich finde diese Idee mit den Messeständen eigentlich sehr gut. Allerdings finde ich auch diesen Broadcast sehr effektiv, dass eben durchaus Fragen, auf die man selber nicht kommt, man auch dann an alle sozusagen die Antwort vermitteln kann. Das ist auf so einem Stand nicht möglich. Da sind sicherlich kleine Gruppen von zehn Leuten möglich. Aber dieser Broadcast finde ich eine sehr wichtige Sache und die sollte auf jeden Fall dann auch möglicherweise wieder, wie hier, nach Abstimmung, möchtet ihr den Kandidaten befragen, auch erhalten bleiben. Danke. Das hätte dann zur Folge natürlich, dass der Broadcast der Rede vor dem BPT oder vor der AV stattfinden müsste und dass man seine Rede dann halt ins Wiki und an den Stand anpinnen müsste. Natürlich. Das heißt natürlich, dass man sich mehr vorbereiten muss, als man es jetzt gewöhnlich tut. Wie glaubt ihr denn, skaliert das? Also wenn ich mir vorstelle, 100 oder mehr Leute und dann sind vielleicht 1000 oder mehr Leute davor, die den Leuten zuhören wollen, räumlich skaliert das irgendwie nicht. Also ich glaube, dann braucht man hier schon die ganze Halle nur dafür. Ja, das Gute ist ja, wir haben ein Zeitproblem, dass einfach der Parteitag auf die zwei Tage begrenzt ist, wo die Teilnehmer teilen können. Ein Platzproblem ist letztlich nur im Vorfeld, dass man eben zum Beispiel im Extremfall eine zusätzliche Messehalle anmieten würde, wo ausschließlich solche Stände aufgebaut werden. Das kann man theoretisch beliebig groß machen. Bei der heutigen Kandidatenzahl hätte man das innerhalb der Halle wahrscheinlich hier am Rande problemlos hingekriegt, aber sonst hätten wir eben hier noch eine zusätzliche kleine Halle anmieten müssen oder andere Flächen oder einen Standort vom Voraus auswählen. Das ist aber im Vorfeld lösbar. Wenn wir hier die doppelte Zahl Kandidaten gehabt hätten, wäre eine Aufstellungsversammlung hier schlichtweg nicht durchführbar gewesen. Gut, danke sehr. Ich habe eine dringende Durchsage aus dem Frontoffice des Bundesparteitags. Wir sind ja in der Aufstellungsversammlung, ich verlese das trotzdem. Es gibt einen GO-Antragsteller für den Bundesparteitagsteil, der die Wiederholung einer Abstimmung begehrt von 004 und 030. Die dürften bekannt sein. Ach, der ist schon da, hat sich also erledigt. Wunderbar. Dann Markus Gerstl und wir fahren fort. Ich bin geehrt, dass ihr die Idee gut findet. Ich bin enttäuscht, dass ihr das hier als Forum nutzt, um die Idee zu besprechen. Die nächste Ausstellungsversammlung auf Bundesebene ist in fünf Jahren, wenn das Europäische Parlament durchhält. Bis dahin erinnert sich niemand mehr daran, was hier besprochen wurde. Man kann das gerne auf irgendwelchen anderen Meetings machen, aber ich muss hier kein Matthias Strada eine unbegrenzte Redezeit einräumen. Es tut mir echt leid. Die Idee war, dass wir das zuerst mal auf anderen AVen probieren und dafür müssten wir das jetzt bekannt machen. Das geht nicht um Bundes-Avoren. Es gibt auch NRW, die sehr, sehr große AVen gemacht haben, wo das auch nützlich wäre. Gut, dann sehe ich hier einen GO-Antrag. Bitte. Abschließend hätte ich gerne einen GO-Antrag oder stelle einen GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Wie die Versammlung die Idee der beiden findet? Es ist keine Ja-Nein-Frage. Ich formuliere das Meinungsbild um. Findet die Versammlung die Idee gut, Ja oder Nein? Findet die Versammlung die Idee einer in dieser Form veranstalteten Aufstellungsversammlung oder Kandidierendenvorstellung gut, Ja oder Nein? Ich teile dem Antragsteller und der Versammlung mit, dass bei sehr geringer Beteiligung das Meinungsbild uneinheitlich ausgefallen ist. Was ist jetzt das? Eine Wortmeldung. Ich möchte jetzt keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Thema zulassen. Dann habe ich jetzt noch, bevor ich wieder an Florian Bokor die Versammlungsleitung zurückgebe, noch eine wichtige Durchsage zu machen. In der Stammkneipe der Bochumer Piraten, dem Casa Kuba, sind in den letzten Tagen Deckel nicht bezahlt worden. Der Kneipe ist ein Schaden von rund 50 Euro entstanden. Am Infopoint, dem orangenen Zelt im Foyer, werden Spenden gesammelt, diesen Schaden auszugleichen. Auch wäre es schön, wenn diejenigen, die sicherlich versehentlich vergassen zu bezahlen, dies nachholen könnten. Überzellige Spenden gehen an die Piraten Bochum. Klammer auf. Warum haben wir das jedes Jahr wieder? Klammer zu. Soweit diese Ansage. Dann übergebe ich jetzt die Versammlungsleitung an Florian Bokor. Hallo. Hiermit unterbreche ich die Aufstellungsversammlung. Und wir fahren fort mit dem Bundesparteitag. Ich übergebe die Versammlungsleitung an die Lara. Hallo. Ihr erinnert euch vielleicht, wir waren dabei stehen geblieben, dass wir WP004 und WP030 ausreichend mit Pro- und Kontrabeiträgen versehen haben. Deswegen können wir jetzt darüber abstimmen, welchen wir abstimmen. Das ist eine ganz normale, konkurrierende Angelegenheit. Ich werde eine Farbe dem WP004 zuordnen und eine Farbe dem WP030. Oh, natürlich haben die Antragsteller auch ein Abschlussstatement. Das tut mir sehr leid. Dann rufe ich die Antragsteller von WP004 zum Abschlussstatement. Ja, Piraten, nochmal ein Schlussstatement, warum ihr den Antrag 004 wählen sollt aus Sicht eines gewählten Parlamentariers. Mit diesem Wahlprogramm-Antrag machen wir nicht nur Wahlkampf, sondern ich hoffe, wir machen damit auch gute Politik im Europaparlament. Und als Parlamentarier weiß ich zu schätzen, dass ich ein Programm in meinem Rücken weiß und genaue Richtlinien habe, welche Politik ich umzusetzen habe. Und ich wünsche mir, dass unsere Abgeordneten, die wir dann hoffentlich im Juni im Europaparlament haben, auch solche Leitlinien haben. Und ich halte es für eine schlechte Idee, dass wir nur einen Spickzettel ihnen an die Hand geben und dass sie keine Leitlinien haben. Bitte gebt unseren Piraten im Parlament ordentliche Leitlinien und wir kriegen auch einen vernünftigen Flyer hin, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Dankeschön. Dann bitte die Antragsteller von WP030 für ihr Abschlussstatement. Wir wollen zu einigen der Kritikpunkte, die in der Diskussion aufkamen, nochmal Stellung nehmen. Ja, wir stehen voll und ganz dahinter, dass der Euro bleiben muss. Der Euro ist nicht der Grund der Krise, sondern das Problem ist, dass wir keine gemeinsame Wirtschaftspolitik haben, die diesen gemeinsamen Währungsraum stützt. Und das wollen wir als Piraten auch so ganz klar im Wahlkampf vertreten. Zweiter Punkt zur Energiepolitik, was die genaue Formulierung angeht. Natürlich geht es um fossile Brennstoffe. Es ist aber ganz einfach so, je präziser man in den Formulierungen wird, desto unverständlicher werden sie. Und wenn wir immer von Monopolrechten an Immaterialgüterrechten reden, dann ist das für uns vielleicht sehr präzise, ist aber für die Menschen unverständlich. Deshalb haben wir ganz bewusst auf eine einfache Sprache geachtet, manchmal auch zu Lasten der Genauigkeit. Allerdings haben wir dafür ja die große Bandbreite an Programmen, auf die wir uns stützen können. Ich möchte auch, dass das Programm uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Aber dafür haben wir ja das gemeinsame europäische Wahlprogramm. Denn ich will, dass alle Piraten, die ins Europaparlament einziehen, nicht nur die aus Deutschland, gemeinsam Entscheidungen treffen können. Und dafür ist die Entscheidungsgrundlage nun mal das gemeinsame europäische Wahlprogramm. Deshalb geht es uns hier wirklich um die Kommunikation. Dann wollten Daniel und Martin noch was sagen. Ja, ich möchte was zum Weltraum sagen. Eine der Dinge, die die Amelia gerade im Europaparlament macht als Rapporteur ist, dass sie einen Vorschlag erarbeitet hat zur Vermeidung und zur Zerstörung von Weltraummüll, unter anderem durch Laser. Also ich halte den Vorschlag, einen Weltraumaufzug zu bauen, für nicht unrealistisch und möchte darum für eure Stimme bitten. Ein Punkt möchte ich noch anfügen. Ich will wirklich nicht die Mandatsträgerkarte ziehen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber nichtsdestotrotz, weil das hier eben so gesagt worden ist, egal wie viel Programm ihr schreibt und egal welche Position ihr so verfasst, man wird niemals alle Eventualitäten vorfinden können und insofern sind diese Art von Leitplanken, die wir in 030 haben, wirklich auch für einen Mandatsträger durchaus praktisch. Halbe Minute noch. Ja, jetzt bleibt mir der Teil mit den konkurrierenden Anträgen. Ich finde konkurrierende Anträge als Mittel dieses Bundesparteitags und aller anderen Bundesparteitage super. Und ich finde es großartig, welche Arbeit die Antragskommission jedes Mal hat, die Sachen zu ordnen und gegeneinander zu stellen oder nicht gegeneinander zu stellen und damit den Leuten sich zu unterhalten. Das kann doch nicht allen Ernstes ein Argument gegen diesen Antrag sein. Dankeschön. Nein. So, dann erkläre ich euch das jetzt nochmal. Wir müssen jetzt entscheiden, mit welchem Antrag wir weiterverfahren. Also, ob wir entweder mit 004 und dann den Modulen weitermachen oder mit 030 und dann den Änderungsanträgen dazu. Deswegen machen wir jetzt eine Stichwahl. Wir sind wieder beim BPT. Wir haben also wieder diese Stimmkarten. Und ich würde gerne dem 004 die blaue zuordnen und 030 die rote Karte. Wer also dafür ist, dass wir jetzt fortfahren mit dem 004, bitte die blaue Karte. Wer dafür ist, dass wir fortfahren mit 030, bitte die rote Karte. Ich würde das gerne einmal gegeneinander sehen. Bitte nur die blauen Karten. Und jetzt bitte einmal nur die roten Karten. Nochmal beide zusammen. GO-Anträge sind während Abstimmung unzulässig. Ja. So, ich habe ein Problem. Ich kann das nicht entscheiden. Wir haben aber auch gerade keine Wahlhelfer hier. Sind Wahlhelfer hier? Okay. Dann übergebe ich jetzt ganz kurz an Maha, der bitte einmal eine Auszählung dieser Abstimmung einleitet. Also es ist jetzt schwierig, weil ich auch nicht genau den Überblick habe über die Bereichsleiter. Aber wir wollen das mal versuchen. Also, vielleicht setzen sich mal alle hin, aber wirklich alle und nur die Leute, die zählen, stehen auf. Also bitte jetzt alle setzen, auch nicht mehr rumlaufen. Und die Leute, die zählen, stehen auf. Damit wir ungefähr sehen, ob es hinkommt. Ich sehe da immer noch Leute rumlaufen, die ich nicht identifizieren kann als Wahlhelfer. Okay, ja, das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, können wir nochmal abstimmen und zählen. Also, ihr haltet bitte die blaue Karte für den 004 hoch und die rote Karte für den 030. Gut, alle nochmal runter. Alle nochmal runter. Ich übergebe nochmal an den Wahlleiter. Das war eine gute Idee, aber dauert zu lange. Wissen die Wahlhelfer, wer ihr Bereichsleiter ist? Gut, die Bereichsleiter winken jetzt. Bitte mal. Hier vorne fehlt ein Bereichsleiter. Ihr geht zu dem Bereichsleiter ganz vorne rechts. Die Wahlhelfer melden an ihn. So, ne, ihr bleibt alle mal stehen. Verteilt euch mal möglichst gerecht an den Tisch rein. Das könntet ihr selbstständig hinbekommen. Sprecht untereinander ab, wer welchen Tisch zählt. Ganz genau. Und nachdem die Software momentan nicht anständig konfiguriert ist, erfolgt die Meldung papiergebundene. Ihr meldet an die Bereichsleiter, die melden an mich. Und nochmal schnell die Bitte an den Rest der Versammlung. Setzt euch hin. Rennt nicht rum. Bewegliche Ziele werden nicht gezählt. Gut, können die Wahlhelferinnen, die schon festgelegte Bereiche haben, mal kurz die Arme heben. Ich warte noch auf einen Block. Können die Wahlhelferinnen, die bereits festgelegte Zählbereiche haben, die Arme heben, bitte. Das schaut jetzt sehr gut aus. Vielen Dank. Meine Helferinnen können die Arme runternehmen. Grundposition zum Zählen einnehmen. Die Versammlung bleibt bitte kurz sitzen. Umso weniger Störungen wir drin haben, umso schneller geht. Also, die blaue Karte für den Antrag 004, die rote Karte für den Antrag 030. Jetzt bitte heben. Bitte nur eine Karte heben. Und bitte so, dass sie tatsächlich sichtbar sind. Und erst dann runternehmen, wenn der Wahlhelfer euch das sagt. Wenn die Wahlhelfer Ergebnisse haben, dann melden die das bitte an die Bereichsleiter. Ich weiß, ich komme runter. Alle Wahlhelfer, die fertig gezählt haben, melden ihre Ergebnisse bitte ihrem jeweiligen Bereichsleiter oder ihrer jeweiligen Bereichsleiterin. Ich sehe jetzt keine gehobenen Stimmkarten mehr. Insofern vermute ich, dass alle Wahlhelfer gezählt haben. Ich hoffe, alle haben ihren Bereichsleitern das gesagt. Und wenn die Bereichsleiter alle Meldungen der Wahlhelfer bekommen haben, sollen sie bitte hier vorkommen und dem Wahlleiter mitteilen, was sie für Ergebnisse bekommen haben. Und wenn die Bereichsleiterin das gesagt haben, dann können sie sich nicht mehr Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Stream, kriegen wir Katzenbilder? Ja, Katzenbilder. Ich glaube, wir haben ein Ergebnis. Das ist absolut korrekt. Auf den Antrag 004 empfiehlen 267 Stimmen, auf den Antrag 030 empfiehlen 218 Stimmen. Genau, ich erzähle euch nochmal das Ergebnis und zwar empfiehlen auf den Antrag 004 mit dem blauen Stimmkarten 267, also 267 Stimmen und auf den mit rot abgestimmten 030 218. Das heißt, wir werden jetzt weiter verfahren mit dem Antrag 004. Okay, also der Antrag WP 004 hat ganz, ganz viele Module. Deswegen ist das Verfahren so, dass ich euch erst fragen werde, ob ihr ihn im Gesamten annehmen wollt oder nicht. Wenn das negativ ausfallen sollte, rede ich nochmal mit euch. Dann erkläre ich es euch nochmal. Wenn ich euch jetzt alles auf einmal erkläre, wird das vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Deswegen frage ich euch, möchtet ihr den Antrag WP 004 im Gesamten annehmen, inklusive aller Module? Wenn das der Fall ist, hebt bitte die blaue Karte, wenn nicht, bitte die rote Karte. Okay, Sekunde, haltet mal bitte die Karten oben. Wir machen das mit der Gymnastik. Miriam hat das ja gestern so schön gemacht. Alles klar, ihr dürft sie runternehmen, das ist keine Zweidrittelmehrheit. Deswegen ist der nicht im Gesamten angenommen. So, nachdem es vorhin ein einzelnes Modul gab, was strittig war, nämlich das mit dem Erasmus, würde ich gerne als Versammlungsleitung ein Meinungsbild abfragen. Und zwar, wer kann sich vorstellen, diesen Antrag im Gesamten anzunehmen, außer diesem Erasmus-Modul? Bitte die blaue Karte, wenn nicht, bitte die rote Karte. Dankeschön. Achso, ich teile mir selber mit, dass das deutlich positiv ist. Ich unterbreche die Versammlung für eine Minute. Ich setze die Versammlung fort. Zur Info für euch, das Erasmus-Modul ist 10.4. Ich sehe einen GO-Antrag. Danke. Eben wurde gefragt, wer hat das Programm gelesen, den 004er. Das war mehrheitlich leicht negativ. Jetzt habe ich die Frage, sollen wir vielleicht, das wäre jetzt mein Meinungsbild, den Parteitag kurz unterbrechen, damit das zumindest mal überflogen werden kann. Ist das ein GO-Alternativ-Antrag? Sehr gut. Das Meinungsbild habt ihr gehört. Wer dafür ist, die Versammlung jetzt zu unterbrechen, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass es deutlichst negativ ist. So, ein anderer GO-Antrag. Ebenfalls Antrag auf Meinungsbild. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass auch wenn die meisten den Antrag gelesen haben, sie genau wissen, was im Erasmus-Artikel drin steht. Tut mir leid, das muss ich jetzt sagen. Oder ihr guckt es euch an, denn da steht ganz genau... Du wolltest einen GO-Antrag stellen, tu das bitte. Und ich möchte gerne wissen, ob die Versammlung sich darüber im Klaren ist, dass der 004 für eine Beibehaltung der jetzigen EU-Bildungsförderung Erasmus ist. Ja, wer sich darüber im Klaren ist, bitte die blaue Karte. Wer sich darüber nicht im Klaren ist, bitte die rote Karte. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das deutlich positiv ist. So, solltet es mehr GO-Anträge? Eine Verfahrensfrage. Genau, eine Frage. War bei dem Ergebnis ohne den Erasmus-Antrag, war das eine Zweidrittelmehrheit? Ja. Aha, okay. Also zumindest das Bühnenteam hatte das als solches gesehen. Ist das ein GO-Antrag? Kannst du nicken oder den Kopf schütteln, ob das ein GO-Antrag ist? Ich höre dich nicht. Ah, bitte, jetzt. Ich glaube, es besteht ein Irrtum bezüglich des Erasmus-Anteils. Hier steht ja klar drin, dass es vollumfänglich erhalten bleibt. Ich bitte dich, keine inhaltlichen Äußerungen zu diesem Antrag zu machen. Okay, also, das ist ein modularer Antrag. Wir verfahren damit wie mit allen modularen Anträgen. Dieser modulare Antrag hat auch noch diverse Unterschichten mit einzelnen Modulen und auch teilweise dazu unter Module. Es ist immer so, dass wir erst die oberste Ebene machen, also zum Beispiel Modul 1. Hätte Modul 1, was in dem Fall nicht der Fall ist, aber hätte Modul 1 ein Untermodul und würdet ihr Modul 1 im Gesamten ablehnen, würden wir dann in die Untermodule gehen, auch diese abfragen und so weiter. Bitte. Habt ihr das verstanden? Verfahrensfragen bitte am Mikrofon. Ja, ich habe eine Frage. Können wir auch ein ganzes Modul, also dieses Obermodul noch als Ganzes ablehnen, ohne dass wir dann noch die einzelnen Untermodule abstimmen müssten? Nein. Ja, jetzt habe ich auch eine Verfahrensfrage. Hatten wir eben darüber abgestimmt, dass wir den gesamten Antrag als Ganzes abstimmen? Das heißt, die Moduldiskussion führt zu nichts. Die haben wir ja hinter uns. Doch. Also, es ist so, ihr habt gerade darüber abgestimmt, ob ihr den Antrag im Ganzen, inklusive aller Module, annehmen wollt oder nicht. Das wurde verneint. Es kann aber ja sein, dass ihr einzelne Module des Antrags trotzdem annehmen wollt. Deswegen ist es ein modularer Antrag. Sollte das der Fall sein, wären diese Module als WP004 nachher Teil des Wahlprogramms? Und dann habe ich deine Frage eben falsch verstanden. Weil meines Wissens hast du gefragt, ob wir den Antrag modular oder als Ganzes abstimmen wollen. Nein. Und darauf... Klär das bitte entweder mit dem Front Office oder mit GA. Weitere Fragen zum Verfahren. Dann bitte ans Mikrofon. Meine Frage nochmal, um das Verfahren zu verstehen. Wir haben zuerst, das hast du gerade gesagt, die Gesamtabstimmung abgelehnt. Wir hatten dann eine zweite Abstimmung, wo du nachträglich sagtest, mit deutlicher Zweidrittelmehrheit, wo ich abgestimmt habe nach meinem Verständnis über die Frage, seid ihr für den Antrag 004 außer dem Teil zu Erasmus? Das ist korrekt, das war aber ein Meinungsbild. Das war keine bindende Abstimmung, es war lediglich ein Meinungsbild. Kann ich jetzt einen GO-Antrag stellen auf Abstimmung der Versammlung über den 004? Ich frage, außer dem Erasmus-Punkt. Es ist kein GO-Antrag im Sinne der Geschäftsordnung. Insofern, nein, kannst du nicht. Das Verfahren, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde alle Obermodule abfragen. Sollte dir eins davon ablehnen, werde ich in die Untermodule dieses Moduls gehen und so weiter. Das ist leider die einzige Möglichkeit, wie wir über diesen Antrag jetzt abstimmen können. Okay, danke. Gibt es weitere Verfahrensfragen? Schön. Kurze Verfahrensfrage noch, ganz deutlich. Ist es nicht möglich, den gesamten Antrag oder einzelnen Module, von denen sicher ist, dass die Versammlung sie nicht haben will, abzulehnen? Doch, indem die Versammlung sie, wenn ich sie abfrage, ablehnt. Aber man muss sie dann bis in die letzte Unterebene ablehnen? Ja. Das kostet Zeit. Okay, danke. Ja, genau. Lass wir uns auf das Meinungsbild jetzt anfangen. Fragezeichen. Entschuldige, ich habe dir gerade nicht zugehört. Ich kann es wiederholen, das Meinungsbild war, sollen wir jetzt anfangen, ja oder nein? Also mit den Abstimmungen über. Wir sollen anfangen. So, so. Eine Sekunde. Eine weitere Sekunde. Okay, eine Durchsage vom Wahlleiter. Die Bereichsleiter mögen Ihnen bitte nach oben folgen. So, und jetzt fangen wir tatsächlich mit der Abstimmung an. Es geht um WP004 und es geht um Modul 1. Wer für respektive dagegen ist, Modul 1 anzunehmen, hebe bitte die blaue beziehungsweise die rote Karte. Jedes Modul einzeln braucht eine Zweidrittelmehrheit, um angenommen zu werden. Das ist in dem Endantrag, den wir nachher noch abstimmen, drinnen. Dann kommen wir zu Modul 2. Modul 2, Demokratie-Upgrade für das Europa von heute. Wer für respektive gegen das Annehmen des gesamten Moduls 2 ist, bitte die blaue beziehungsweise die rote Karte. Das sind auch zwei Drittel dafür. Dann kommen wir zu Modul 3, Zukunft Europa, Europa in 20 Jahren. Wer für respektive dagegen ist, bitte die blaue beziehungsweise die rote Karte. Das ist auch eine Zweidrittelmehrheit dafür. Dann kommen wir zu Modul 4, Wirtschaft. Wer für respektive dagegen ist, bitte die blaue beziehungsweise die rote Karte. Das ist auch drinnen. Modul 5, Steuern und Haushalt. Wer für respektive dagegen ist, bitte die blaue beziehungsweise die rote Karte. Das ist auch drinnen. Modul 6, Antworten auf die Krise im Euro-Raum. Wer für respektive gegen dieses Modul in dem Endantrag ist, bitte die blaue beziehungsweise die rote Karte. Das ist auch drinnen. Modul 7, Arbeit und Soziales. Wer dafür ist, dass dieses im Gesamten in dem Endantrag drin ist, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote. Das ist auch drinnen. Modul 8, Digitales Leben. Wer für respektive gegen, die blaue beziehungsweise die rote Karte. Das ist auch drinnen. Modul 9, Immaterialgüterrecht im Informationszeitalter. Wer dafür ist, dass das im Endantrag ist, die blaue. Wer dagegen die rote. Das ist auch drinnen. Modul 10, Bildung und Kultur. Das ist das mit dem Erasmus-Ding. Wer dafür ist, blau. Wer dagegen ist, rot. Das ist keine klare Zweidrittelmehrheit. Wir kommen also zu Modul 10, 1, Bildung. Wer dafür ist, dass das drinnen ist, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote. Das ist auch drinnen. Modul 10, 2, freies Wissen. Wer dafür ist, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote. Das ist auch drinnen. Modul 10, 3, Bildungsmobilität. Wer dafür ist, dass das drinnen ist, bitte die blaue. Wer dagegen die rote. Das ist auch drinnen. Modul 10, 4, keine Kürzung der EU-Bildungsförderung. Erasmus. Wer dafür ist, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote. Macht mal gegeneinander nur die blauen Karten. Und jetzt nur die roten Karten. Das sind keine Zweidrittel. Modul 10, 5, sprachliche Vielfalt in Europa. Wer dafür ist, die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote. Das ist drinnen. Wir sind wieder in der obersten Modulebene. Modul 11, Bürgerrechte und Innenpolitik. Wer dafür ist, dass dieses Modul gesamt in den Endantrag kommt. Blau. Wer dagegen ist, ist rot. Das ist drinnen. Sofort. Es geht um Modul 12. Ich weiß nur noch nicht, wie es heißt. Modul 12. Verbraucherschutz, Umwelt und Gesundheit. Wer dafür ist, die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Ich weise noch mal kurz am Rande darauf hin, dass es total sinnvoll ist, wenn ihr uns die Karte so zeigt und nicht so. Weil so sehen wir sie nicht. Das ist drinnen. Modul 13, Landwirtschaft und Fischerei. Wer dafür ist, dass das reinkommt, bitte blau. Wer dagegen ist, bitte rot. Das ist auch drinnen. Modul 14, Energiepolitik. Wer dafür ist, bitte blau. Wer dagegen ist, bitte rot. Das ist auch drinnen. Modul 15, Verkehr und Infrastruktur. Wer dafür ist, bitte blau. Wer dagegen ist, bitte rot. Das ist auch drinnen. Modul 16, Internationales Handeln. Wer dafür ist, bitte blau. Wer dagegen ist, bitte rot. Das ist drinnen. Modul. Das war es. Großartig. Nein, 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 nein. Der Antrag ist noch nicht angenommen. Ganz ruhig. Ich bitte euch zuzuhören, damit ihr wisst, worüber ihr abstimmt. Wir haben jetzt ein Wahlprogrammantrag 004. In Gesamtheit bis auf das Modul 10 ist nicht komplett, weil nämlich 10.4, das war das mit dem Erasmus, rausgefallen ist. Alle anderen Module sind drinnen. Ihr wisst, worüber ihr abstimmt? Okay, dann stimmen wir jetzt darüber ab. Wer ist für bzw. dagegen, dass der WP 004 bis auf das Modul 10.4 als Wahlprogrammantrag angenommen wird? Bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Bitte nur die blauen Karten. Nur die blauen Karten. Nur die blauen Karten. Solange ich rote Karten sehe, werde ich das weiter wiederholen. Danke. Jetzt nur die roten Karten. Die blauen bitte runter. Nochmal beide zusammen. Das ist eine Zweidrittelmehrheit. Damit ist der WP 004 angenommen. Die Wahlhelfer sollen bitte jetzt auch nach oben kommen. Ich übergebe die Versammlungsleitung an den Florian Bokor. Hallo, lieber Bundesparteitag. Jetzt bin ich selber ganz verwirrt. Ich unterbreche diesen Bundesparteitag. Und heiße euch ganz herzlich auf der Aufstellungsversammlung für die Europaliste willkommen. Ich übergebe die Versammlung an den Wahlleiter, weil ich glaube, wir haben einen nächsten Wahlgang. Ja, also es gibt wieder einen Wahlgang. Ihr kennt das Prozedere. Ich habe leider jetzt hier nicht den Wahlzettel, den ich euch eigentlich zeigen müsste, um das Verfahren zu erläutern. Aber ich kann schon mal die äußeren Umstände erläutern. Nämlich es funktioniert wieder so wie gerade. Also die Wahl findet draußen statt. Ihr bekommt einen Wahlzettel unten. Dann begebt ihr euch in die erste Etage, wo die entsprechenden Kabinen sind. Und dann geht es wieder zurück. Jetzt kommt der Jochen und hat auch den Wahlzettel dabei. Und kann euch das Wahlverfahren dann auch plastisch erklären mit dem Zettel in der Hand. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen zählenden Helferinnen bedanken und entschuldigen, dass sie so viel vom Bundesparteitag nicht mitbekommen. Gleichzeitig habe ich das Problem, dass etliche meiner Helferinnen abgesprungen sind, weil sie etwas vom Bundesparteitag mitbekommen wollen. Wenn wir anfangen auszuzählen, kann ich feststellen, ob ich ausreichend Helferinnen habe oder nicht. Wenn ich genug Personal habe, werden wir den Parteitag weiterlaufen lassen. Sollte ich nicht genug Personal haben, die Liste zeitnah ausgezählt zu bekommen, werde ich den Antrag stellen, den Parteitag zu unterbrechen und mir weitere Helferinnen rekrutieren. Ja, das könnt ihr jetzt ganz deutlich als Erpressung verstehen. Gut. Wir kommen zum nächsten Wahlgang. Die Leute, die auf der Liste stehen, habt ihr schon definiert. Jetzt geht es darum, diese zu sortieren. Dazu könnt ihr pro Kandidierenden zwischen 0 und 9 Punkten vergeben. Ah, Stream. Tiefer, tiefer, tiefer. So ist gut. Jetzt seht ihr den Wahlzettel. Umso weiter links ihr kreuzt, umso lieber mögt ihr den Kandidierenden, umso weiter rechts, umso weniger lieb habt ihr ihn. Der Wahlzettel hat hier unten einen grau hinterlegten Bereich. Der geht euch nichts an. Wenn da etwas draufsteht, während die Zettel aus der Urne fallen, ist der Zettel ungültig. So, jetzt kommen wir zu dem Teil mit den Fragen. Wer hat Fragen zu diesem Wahlverfahren? Kann der Antragsteller von WP004 bitte zum Front Office kommen? Der Antragsteller von WP004 bitte zum Front Office. Silvia, du hast eine Frage? Also, Markus hat gerade schon noch eine Frage gestellt. Muss ich ein Kreuz machen oder bis zu 9 Kreuze bei einem Kandidaten, wenn ich ihm 9 Kreuze geben möchte? Pro Zeile ein Kreuz nur. Gut. Also, ich kann pro Kandidat 0 bis 9 Kreuze machen. Und die Frage ist, wer genau ist wann wie gewählt und wie ergibt sich dann die Reihenfolge? Nein, du kannst pro Zeile ein Kreuz. Mehrere Kreuze sind nicht eindeutig erkennbar, kann ich nicht auswerten. Gewählt sind bereits alle Menschen, die auf diesem Zettel draufstehen. Ihr habt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, irgendjemanden von dieser Liste herunter zu befördern. Die sind schon alle drauf. Gewinnen tut der Kandidierende, der die meisten Punkte in Summe erhält. Oder die? Gut. Ist das noch eine Frage? Ich hätte die Bitte, ob man den Wahlzettel vielleicht einscannen kann, nachdem wir andauernd mit sehr untypischen Wahlverfahren arbeiten und das eigentlich relativ ungewohnt ist. Ich habe im Augenblick nicht die Kapazitäten, irgendetwas einzuscannen. Wenn du irgendwann in Berlin bist, können wir einen Termin ausmachen. Dann gehen wir gemeinsam in die Bundesgeschäftsstelle und scannen dort die Wahlzettel. Die nächste Frage bitte. Was ist, wenn ich bei einer Kandidatin oder Kandidat gar kein Kreuz mache? Wie wird das gezählt? Das hat den gleichen Effekt, wie wenn du Null ankreuzt, ist eine leer. Es war eben gerade gewesen, von wegen, wenn man am meisten lieb hat, soll man die Null ankreuzen und am wenigsten die an... Also genau andersrum. Also neun ist, je mehr er kriegt, desto besser ist es für ihn. Genau. Das wollte ich nochmal nachvollziehen. Mehr Punkte weiter oben, weniger Punkte tiefer. Kann ich zum Beispiel die neun mehrfach vergeben oder muss ich aufteilen von neun bis eins? Du kannst jede Ziffer beliebig oft vergeben. Nur ein kleiner Hinweis. Ich hatte nach der ersten Wahl dir einen Brief ins Front Office legen lassen, weil bei der ersten Wahl zwar nichts schwerwiegend ist, aber etwas schiefgegangen ist und du in Bremen gebeten, in Hannover gebeten hattest, dir alles mitzuteilen. Der lag leider bis gerade noch im Front Office rum. Hier solltest du vor der Wahl gesehen haben. Danke. Vielen Dank. Gut, vielen Dank für den Hinweis. Tatsächlich habe ich ihn erst jetzt bekommen. Ich werde meine Helferinnen darauf hinweisen. Gut. So, bevor wir den Wahlgang eröffnen. Da draußen steht, wie gesagt, eine Spendenkiste, weil einige von uns nicht in der Lage oder willens sind, Kneipenrechnungen zu bezahlen. Über den Umstand, dass ich das ein bisschen peinlich finde für diese Partei, dass wir regelmäßig Kneipen besuchen und dann die Kneiper auf offenen Deckeln sitzen lassen, muss ich jetzt wohl nicht reden. Aber, dass ungefähr zwei Stunden, nachdem wir darum gebeten haben, da Spenden abzugeben und überzählige Spenden gehen ja auch der Partei zugute, da gerade exakt 50 Cent drin sind. Das ist sogar noch peinlicher, als Kneipen zu verlassen, ohne zu bezahlen. Wenn jetzt jeder einfach nur das Kupfergeld, das er in der Tasche hat, da draußen reinschmeißt, dann ist das ganz schnell voll. Ist das ein Vorschlag? Ja? Danke. Gut, ich mache jetzt weiter. Ich habe gerade die Mitteilung bekommen, dass mein Personal bereit ist und sehe dort vorne auch schon Urnen. Zeigt ihr bitte die Urnen, hebt die hoch, zeigt, dass sie leer sind. Eine Urne steht noch am Boden. Genau, so. Super. Jetzt könnt ihr die Urnen wieder runternehmen, verschließen und dann folgt ihr dem Sebastian im orangen T-Shirt nach oben, wo die Urnen aufgestellt sind. Und die Wählenden muss ich bitten, im Wahlbereich ein wenig Ruhe zu bewahren. Also das ist nicht unbedingt der Ort für laute Unterhaltung und für Menschenansammlungen, die nicht von meinen Helferinnen angeordnet sind, erst recht nicht. Bitte versucht, diesen Bereich zügig zu betreten, zügig zu verlassen und Ruhe zu bewahren. Das hat letztes Mal nicht ganz so gut geklappt an der Stelle, auch wenn ihr ansonsten hervorragend diszipliniert wart. Das hat ansonsten sehr, sehr gut geklappt. Vielen Dank. Gut, die Urnen müssten mittlerweile oben angekommen sein. Sie werden auf jeden Fall vor dem ersten Menschen dort sein, der einen Stimmzettel abgeben will. Und noch einmal der Hinweis, wir haben analoge Schreibhilfen ausgelegt. Lasst diese liegen. Ihr könnt gerne mehr hinlegen, aber nicht weniger. Gut, damit ist dieser Wahlgang eröffnet und ihr dürft wählen gehen. Welche Karte? Die violette. Ist das offen? Ja. Eine wichtige Durchsage für alle Helferinnen und Helfer, also das gilt für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und Bereichsleiter und alle von der Orga und so weiter, diese Reisekostenabrechnungsformulare müssen ja abgegeben werden. Und wir haben jetzt eine Verlängerung, die geht bis 16.30 Uhr. Also bis 16.30 Uhr sollen alle Helferinnen und Helfer ihre Reisekostenformulare bei der Akkreditierung abgegeben haben. Vielleicht könnt ihr das irgendwelchen Leuten sagen, die jetzt auch gerade nicht im Saal sind. Das wäre super, wenn ihr das weiter sagt. Danke. Ja, und die Wahlhelfer sollen jetzt nicht ihre Posten verlassen, sondern kriegen im Zweifelsfalle noch ein bisschen mehr Zeit. An alle, die warten mit dem Wählen, die Schlange wird kürzer und irgendwann wird es zu einem Ende kommen. Aber im Moment stehen sehr wenige Leute und warten. Ihr könnt euch da gerne nochmal anstellen, wenn ihr wählen wollt. Achtung, eine Durchsage. Alle zwölf Kandidaten, die jetzt noch zur Wahl stehen, sollen sich unbedingt und ganz dringend vorne am Infopoint treffen. Da werden sie abgeholt für Pressefotos. Wenn ihr irgendwo einen Kandidaten seht, schnappt ihn euch und zerrt ihn vor zum Infopoint. Es ist sehr wichtig anscheinend. Dankeschön. Ich warte bereits auf den Funkspruch, dass oben alles fertig ist. Also wenn ihr wählen gehen wollt, geht jetzt wählen. Außerdem wird mir gerade mitgeteilt, dass von den zwölf Kandidierenden, auch du, Gregory, leider nur vier im Pressebereich sind, aber alle zwölf dort sein sollten. Nochmal die Durchsage, bitte alle Kandidaten, die momentan zur Wahl stehen, zum Infopoint, das haben sich immer noch nicht alle eingefunden, ist es wichtig. Schnappt euch die Kandidaten und zerrt sie dahin. Dankeschön. Und während ich hier auf meinen Funkspruch warte, dass die Stimmabgabe abgeschlossen ist, könnt ihr vielleicht die Leute, die ihr kennt, die draußen beim Rauchen sind, daran erinnern, dass es hier gleich weitergeht. Die Kandidierenden, die es immer noch nicht geschafft haben, sich am Infopunkt zu melden, werden dringlich gebeten, sich dahin zu begeben. Solltet ihr Kandidierende treffen, nervt sie, ob sie da schon waren. So, ich habe gerade mitgeteilt bekommen, dass Wahlhandlungen eingestellt wurden. Das heißt, ich schließe diesen Wahlgang. Freiwillige, die noch beim Zählen helfen wollen, begeben sich bitte jetzt in den Wahlbereich hoch. Und falls sie es haben, nehmen sie einen Windows-PC mit. Tut mir schrecklich leid. Es kann sein, dass ein Linux auch funktioniert, aber das ist nicht sicher. macOS geht leider gar nicht. Es tut mir wirklich sehr leid, es ist peinlich. Aber, ja, jetzt wieder an die Versammlungsleitung. Liebe Aufstellungsversammlung, langsam kennt ihr das Spiel. Ich unterbreche die Aufstellungsversammlung und wir fahren weiter mit dem Bundesparteitag an der Stelle, an der wir stehen geblieben sind. Die Versammlung leitet die Lara. Hallo, liebe Versammlung. Ihr seid ziemlich unruhig. Könntet ihr wieder anfangen, eure Plätze einzunehmen, ein bisschen ruhiger zu werden? Vielleicht läuft noch mal jemand fix in die Raucherecken und nimmt da die Leute mit? Damit wir dann weitermachen können. Ich habe einen GO-Antrag. Habe ich Mikro? Ein GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Wer der hier anwesenden Piraten kann sich vorstellen, vom Bundesparteitag der Piraten eine Begrüßung zu senden, dass unser Justizminister die Vorratsdatenspeicherung vorerst auf Eis legt. Meinungsbilder sind immer nur zum jeweils behandelten Punkt. So, dann fahren wir tatsächlich fort. Es sei denn, du möchtest doch einen GO-Antrag auf Meinungsbild laut der GO stellen. Nein? Gut. Dann fangen wir fort mit den Anträgen zur Struktur, und zwar WP 032 und WP 053. Die Antragstellenden dieser beiden Wahlprogrammanträge, nämlich 032 und 053, werden gebeten, sich hiervon einzufinden, um ihre Anträge vorzustellen. Darf ich dich noch mal ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Super. Es gibt noch eine Durchsage an die Helfenden auf dem Parteitag. Die Reisekostenabrechnungen sollen bitte bis 16.30 Uhr eine Akkreditierung abgegeben werden. Die Formulare gibt es auch dort und am Infodesk in der Halle. Jetzt darfst du. Okay. Wir haben jetzt Programm beschlossen, und zwar sehe ich das jetzt folgendermaßen. Wir haben jetzt einmal das sogenannte CEEP beschlossen, das Common European Election Program, als programmatischen Beschluss, und wir haben den Sammelantrag WP 004 beschlossen, das ist der aus der nationalen Programmentwicklung heraus resultiert. Und wir werden halt noch weitere Programmanträge heute behandeln. Die Frage ist jetzt halt ganz einfach, wie jetzt diese unterschiedlichen Programmbausteine zusammenspielen. Und dazu habe ich jetzt halt zwei Anträge vorbereitet. Der erste Antrag, das ist der WP 032, der sagt halt ganz einfach, das sogenannte gemeinsame europäische Wahlprogramm aller europäischen Piratenparteien, das wird halt als ein zusammenhängender Textbaustein, als erstes Kapitel in unserem Wahlprogramm stehen, und dann gibt es ein zweites Kapitel, dort wird dann der Sammelantrag WP 004 drinstehen, plus weitere programmatische Beschlüsse, die wir heute noch treffen. Und dieser Antrag konkurriert mit einem zweiten Antrag, der auch von mir kommt. Und dieser zweite Antrag, das ist gewissermaßen der Antrag WP 053, der behandelt das gleiche Thema und konkurriert deswegen mit dem WP 032. Und bei diesem Antrag geht es darum, dass wir die verschiedenen Programmbestandteile gewissermaßen mergen, also die in einem durchgängigen Text zusammenfahren. Das heißt, wir würden dann nicht strukturieren, Kapitel 1 Europa, Kapitel 2 Deutschland, sondern wir würden halt strukturieren in einzelne Themengruppen. Zum Beispiel hätten wir dann ein Kapitel Sozialpolitik und in diesem Kapitel Sozialpolitik gäbe es dann ein Unterkapitel gemeinsame europäische Programmatik zur Sozialpolitik und ein weiteres Unterkapitel nationale Beschlüsse zur Sozialpolitik. Und genau, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie wir das halt strukturieren sollen. Das Ziel ist es, dass wir am Ende gewissermaßen alle programmatischen Beschlüsse, die wir jetzt treffen, die wir schon getroffen haben, die wir noch treffen werden, dass wir die alle zu einem durchgängigen Text zusammenfahren, wo wir dann in gewisser Weise ein Programmheft haben, was wir so auch publizieren können, damit da keine Verwirrung auftritt. Und das Zusammenfahren dieser Texte muss dann in dem Sinne im Anschluss an den Parteitag stattfinden. So, das war es erst mal von meiner Seite. Dankeschön. Ich habe eine organisatorische Durchsage und zwar alle Antragstellenden, die Anträge gestellt haben oder stellen, die ähnlich oder in Teilen gleich oder enthalten sind wie 004. Das ist der, den wir eben beschlossen haben mit den vielen Modulen. Mögen Sie sich bitte mal am Front Office melden. Alle Antragstellenden, die Anträge haben, die ähnlich oder in Teilen gleich oder sogar enthalten sind wie 004 am Front Office melden. Dann kommen wir jetzt zu Fragen. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob es notwendig ist, tatsächlich eine Struktur festzulegen. Sollten wir Entscheidungen darüber, wie das Programm dann nachher gedruckt werden soll, nicht eigentlich den Leuten überlassen, die sich dann damit befassen, das zusammenzufügen? Ja, das muss die Versammlung jetzt effektiv entscheiden, wem sie es überlassen möchte. Es ist ja auch so, es war ja nicht ganz klar, welche Anträge sich durchsetzen würden. Das heißt, es war für mich und für andere ein bisschen unklar, was eigentlich am Ende hinten rauskommt. Und es gibt auch nach diesem Parteitag und vor der Europawahl eben keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form über einen Parteitags, über einen, ja, einen Versammlungsbeschluss da jetzt einzugreifen. Das heißt, wir können auch keinen dieser beiden Anträge beschließen, dann lehnen wir beide Anträge ab, das können wir machen. Dann bleibt das eben komplett offen, was dann halt passiert. Das heißt, dann hätten wir einmal ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm, wir hätten dann nochmal eine Programmatik WP004 plus weitere Anträge und es ist für mich dann eigentlich unklar, was dann eigentlich genau das Programm ist. Das wäre dann gewisserweise Auslegungssache. Ich plädiere eben dafür, dass wir alle programmatischen Beschlüsse zur Europapolitik, die wir haben, in einem zusammengehenden Text zusammenfahren, wo wir dann in dem Sinne auch sagen können, okay, Sozialpolitik, was wollen wir da? Und nicht, dass wir da irgendwie so eine Patsituation kriegen, dass manche Leute sagen, im CEEP steht aber das drin und in Deutschland steht aber das drin. Das wäre aus meiner Sicht schlecht und wir würden auch nach außen kein geschlossenes Bild abgeben. Also wir, auch nochmal vielleicht, um das nochmal zu erklären, wo ich jetzt damit herkomme, wir haben in Neumünster im April 2012 beschlossen, dass wir ein gemeinsames europäisches Wahlprogramm als Teil der nationalen Europawahlprogramme wollen. Genau. Und das müssen wir letztendlich jetzt irgendwie regeln, wie das aussehen soll. Weitere Fragen? Ganz kurz, so Sozialpolitik, das ist ziemlich gleich, also das ist ziemlich gleich, weil das Modul für das Bundeswahlprogramm und für das Europawahlprogramm ist aus der gleichen Hand gekommen. Und da haben wir drauf geachtet. Okay, aber das war ja auch nur ein Beispiel. Das heißt, es gibt ja auch andere Themenfelder, in denen das vielleicht nicht so klar ist. Und man konnte ja vorher nicht wissen, was jetzt konkret angenommen wird. Also ich habe jetzt auch momentan nicht, weil ich jetzt auch beschäftigt war die ganze Zeit, keinen hundertprozentigen Überblick mehr, ob jetzt CEEP und WP004 in allen Punkten gut harmoniert, ob es da irgendwelche Widersprüche gibt und so weiter. Alles klar. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann würden wir zur Aussprache kommen. Gibt es Pro- oder Kontra-Beiträge für einen der beiden Programme, Punkte, Anträge? Strukturanträge. Genau das. Danke. Ich sehe niemanden. Doch da. Bitte schön. Ja, ich würde dafür plädieren, dass beide Anträge abgelehnt werden und dass der Endredaktion überlassen wird. Danke. Weitere Pro- oder Kontra-Reden? Ich sehe eine Pro-Rede. Ich würde dafür plädieren, den Vorschlag anzunehmen, die beiden Programme in einem zusammenzufassen und zwar getrennt hintereinander. Dann sind sie gemeinsam lesbar, gemeinsam druckbar und es ist keine redaktionelle Nachbearbeitung in großem Ausmaß mehr nötig, wie es bei dem zweiten Vorschlag wäre, wo die ja auch noch redaktionell umformuliert werden, was meiner Ansicht nach zu aufwendig und vielleicht auch inhaltsverändernd ist oder zumindest von vielen Leuten nicht mitgetragen werden könnte potenziell. Deswegen lieber den Variante 1 ohne redaktionelle Nachbearbeitung. Dankeschön. Gibt es weitere Pro- oder Kontra-Meldungen? Ich plädiere auch für die Variante 1, wo wir die beiden Texte nicht künstlich zusammenfügen müssen. Dann haben wir das gemeinsame europäische Wahlprogramm und das deutsche Wahlprogramm getrennt. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Entweder beide ablehnen oder die Variante 1 meiner Meinung nach. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Ich sehe keine. Gut, dann kommen wir zum Abschlussstatement. Genau. Also ich plädiere dafür, einen dieser Anträge anzunehmen, weil wir damit halt ganz klar regeln, wie wir jetzt mit dieser Beschlusslage umgehen. Wenn wir jetzt sagen, wir überlassen das einfach der Endredaktion, dann ist für mich momentan nicht ganz klar, wer diese Endredaktion eigentlich genau macht. Das ist für mich halt heute hier komplett offen und ich weiß nicht, wie wir dann rauskommen. Wenn man sich jetzt zwischen einem der beiden Anträge entscheiden sollte, dann würde ich eigentlich für den WP 053 stimmen und das einfach aus dem einfachen Grund, weil wir damit für den Wähler halt eine klare Situation schaffen, für was wir stehen. Das heißt, wir haben ein Kapitel Sozialpolitik und da steht es halt ganz konkret drin. Der andere Vorschlag, Sie sind ja beide von mir, der wäre für mich auch okay. Dann ist es nur so, das hatten mir eben Leute gesagt und deswegen habe ich auch den WP 053 nochmal formuliert. Dann hätten wir eine Situation, dass das Thema Sozialpolitik dann eben an zwei Stellen in dem Programmtext wäre, zum Beispiel auf Seite 12 und auf Seite 42 und die Leute müssten dann quasi an zwei Stellen gucken, für was wir stehen. Also für den Wähler und für die Kommunikation optimal wäre eigentlich der WP 053. Danke. Dankeschön. Ich habe nochmal eine wichtige Durchsage. Martin Klim und Martina Pöser sollen bitte sofort zum Frontoffice kommen, weil wegen Bilder für die Presse. Martin Klim und Martina Pöser. Solltet ihr sie irgendwo treffen, nehmt sie und zerret sie hier vor. Wir fahren vor. Das Abschlussstatement ist durch, deswegen kommen wir jetzt zur Abstimmung. Das sind zwei konkurrierende Anträge. Wir machen das also wieder genauso. Ich ordne jedem Antrag eine Farbe zu. Dann stimmen wir ab, über welchen wir tatsächlich abstimmen wollen und dann tun wir das. WP 032 bekommt blau und WP 053 bekommt rot. Wer also dafür ist, dass wir über WP 032 abstimmen, hebe bitte die blaue Karte. Wer dafür ist, dass wir über WP 053 abstimmen, hebe bitte jetzt die rote Karte. Liebe Versammlung, schlaft ihr? Das ist mehr rot. Damit stimmen wir über WP 053 ab. Ich bitte euch mal zu gucken, ob eure Nachbarn wach und anwesend sind. Falls sie schlafen, piekt sie doch mal. Dann kommen wir zur Abstimmung über den WP 053. Wer dafür ist, dass der WP 053 angenommen wird, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Bitte einmal nur die blauen und einmal nur die roten und jetzt beide zusammen. Das ist keine Zweidrittelmehrheit. Der Antrag ist nicht angenommen. Entschuldigung. Wir kommen jetzt zu weiteren Anträgen. Und zwar den WP 002 Europäische Asylpolitik. Der ist zurückgezogen. Möchte den jemand übernehmen? Der ist schon in dem WP 004 enthalten, wird mir gerade durch die Antragskommission zugeflüstert. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu WP 036. Der konkurriert zu Modul 4.2 aus dem eben beschlossenen 004. Sollten wir den? Also jetzt... Alles klar. Dann bitte deine Antragsvorstellung. Ja, den Antrag würde ich gerne vorstellen. Unserer Ansicht nach, der ist entwickelt worden vom Squad Finanzenhaushalt Steuern in Berlin. Konkurriert er nicht mit dem Modul 4.2. Ich würde ihn auch keinesfalls als Ersatz dieses Moduls Banken in die Schranken verstehen wissen wollen und vorschlagen, den Antrag als eine Ergänzung zu betrachten. Er lautet, dass finanzielle Probleme von Banken nicht wie bisher zulasten der Steuerzahler gehen sollen, dass die Piratenpartei eine Bankenregulierung fordert, die Schieflagen durch scharfe Eigenkapitalvorschriften vermeidet, dass Eigentümer und Gläubiger in Krisen an den Verlusten beteiligt werden und auch echte Insolvenzen und Abwicklungen möglich sein müssen. Da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Der Antrag, das Modul 4.2, Banken in die Schranken, bezieht sich ja auf die Praxis der Geldschöpfung durch Kredite zum Zweck der Finanzspekulation. Die sollen sehr stark eingeschränkt werden. Das ist sehr gut. Es ist auch so, dass allerdings auch schärfere Eigenkapitalvorschriften politisch im Moment diskutiert, auch beschlossen und auch durchgesetzt werden. Ich finde auch, die Piratenpartei sollte sich dem anschließen. Wir haben nach langer Diskussion auch extra gesagt, es sind Vorschriften, das heißt, es kann entwickelt werden, wie das Eigenkapital aussehen muss. Das ist keine Quote, die hier gefordert wird, stur, die dann vielleicht Kapital binden würde, sondern es können zum Beispiel auch Vorschriften sein, die Eigenkapitalquote an die Risiken einer Bank koppeln. Das ist eigentlich ein interessantes Arbeitswerkzeug unserer Meinung nach und dementsprechend eine gute Ergänzung an das Modul 4.2, das auch nicht im Widerspruch steht mit irgendeiner anderen Passage aus dem WP 004. Alles klar, Dankeschön. Gibt es Fragen dazu? Ich sehe keine Fragen. Gibt es Pro- oder Kontrabeiträge zu diesem Antrag? Ja, ich finde es einen guten Antrag. Ich finde es eine gute Ergänzung. Ich sehe das genauso, dass das Problem der Banken, oder ein Problem ist, dass die Eigenkapital-Vorschriften zu lax sind. Und von daher freue ich mich, dass es den Antrag gibt und würde dafür werben, den zu unterstützen. Danke. Dankeschön. Gibt es weitere Pro- oder Kontraheiten? Ja. Ja, ich bin auch dafür, dass wir diesen Antrag unterstützen, wie der Haushalt Finanzen-Squad in Berlin so vorgeschlagen hat, aus dem Grunde, weil wenn nämlich die Eigenkapitalerhöhung dann beschlossen wird von der Europäischen Kommission, von wem auch immer, dann sind die Banken nicht mehr bereit, so ein hohes Risiko einzugehen, weil sie nicht unbedingt auch so die Eigenkapitalanlage hochsetzen wollen. Also ich würde auch empfehlen, dem Antrag zuzustimmen. Danke. Dankeschön. Weitere Pro- oder Kontra-Reden? Ich sehe keine. Dann hast du ein Abschlussstatement. Ja, ich glaube, es erübrigt sich, weil ja jetzt nichts zu verteidigen ist, also können wir abstimmen. Danke. Es gibt einen Wortbeitrag der Anfangskonferenz-Kommission, weil Sie sich mit dem Antragsteller uneinig sind über Konkurrenz oder nicht. Hallo, liebe Versammlung. Jetzt kommen wir in den schönen Fall, dass wir etwas in die GO geschrieben haben, was wir gleich anwenden dürfen. Da steht nämlich, über Konkurrenzen zu Anträgen entscheidet die Antragskommission im Vernehmen mit dem Antragsteller und im Zweifel entscheidet ihr. Ich würde meinen, diese beiden Anträge sind, also dieser Antrag plus das Modul 4.2, Banken in die Schranken, sind inhaltlich soweit irgendwie gleich, dass man sie als Konkurrier betrachtet und dann halt, wenn ihr diesen Antrag jetzt annehmt, dieses Modul 4.2 ersetzt würde. Denn in beiden steht halt, also die sind beide vier ganze Zeilen lang. Die waren auch beide, also zumindest war auch bekannt, wie der Gesamtantrag höchstwahrscheinlich aussehen wird. Und in beiden steht zum Beispiel drin, ja, der Steuerzahler darf halt nicht mehr an der Finanzkrise irgendwie dran Schuld haben und so weiter. Und das in vier Zeilen jeweils doppelt drinstehen zu haben, finde ich ein bisschen übertrieben. Das heißt, bei solchen kurzen Modulen würde ich jetzt darum bitten, Doppelungen zu vermeiden. Also wir halten den Wähler zwar für dumm oder nicht dumm, aber innerhalb so kurzer Zeit denselben Satz doppelt zu lesen oder denselben Inhalt, finde ich blöd. Ich möchte euch darum bitten, diesen Antrag konkurrierend abzustimmen. Und der Antragsteller sieht das, wie gesagt, anders. Das heißt, ihr entscheidet jetzt. Genau, und der Antragsteller bekommt nochmal ganz kurz Zeit, Stellung zu nehmen, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Also tatsächlich heißt es in beiden natürlich, dass Risiken für die Bürgerinnen und Bürger oder die Steuerzahler wegfallen sollen. Aber die Instrumente, die vorgeschlagen werden, sind ja grundverschieden. Im einen Fall wird vorgeschlagen, dass die Geldschöpfung beschnitten wird, wenn hohe Risiken damit verbunden sind. Wenn Kredite vergeben werden zum Spekulieren, sind wir sicherlich dagegen, das haben wir schon beschlossen. Im Zweiten steht drin, dass wenn erstmal eine Bank überhaupt in die Bredouille gekommen ist, das ist also eine ganz andere Voraussetzung als im Modul 4.2, da geht es nur um den Fall, dass die Bank schon Mist gebaut hat. In dem Fall muss es dann eben so sein, dass vor allem die Gläubiger und Eigentümer beteiligt werden, dass nicht die Steuerzahler haften müssen, dass eine Insolvenz oder Abwicklung möglich ist. Und um das zu vermeiden, noch Eigenkapitalvorschriften verschärfen, was auch nicht drin steht im Modul 4.2. Also ich sehe das nicht, diese Konkurrenz. Alles klar, ihr habt das gehört. Es gibt da zwei unterschiedliche Meinungen. Ich würde das gerne ohne Aussprache einfach abstimmen, ob ihr das genauso seht. Ich hätte gerne ein Kontra gegen das Konkurrieren der Abstimmungen gegeben. Warte mal ganz kurz. Okay, ich lasse zwei Pro und zwei Kontra reden dazu zu. Kontra fängt an. Ich glaube nicht, dass sich die Niki so mit den inhaltlichen Sachen auseinanderkennt und auseinandergesetzt hat. Die beiden Anträge sind nicht konkurrierend, sondern ergänzen sich ideal. Und aus diesem Grund bitte ich euch, diese konkurrierende Situation abzulehnen und sie als ergänzend zu verstehen. Der Antrag verbessert den Antrag 4.2 erheblich. Ich sehe hier vorne eine Frage oder einen GO-Antrag. Frage bitte. Wenn wir Sachen sinngemäß drinstehen haben, müssen die dann, wenn es nicht konkurrierend ist, tatsächlich doppelt drinstehen? Das wäre ja widersinnig. In diesem Fall ja. Okay, danke. Gibt es einen Pro-Beitrag? Nein, dann den Kontra-Beitrag. Ja, ich teile die Auffassung des Antragstellers, dass die Anträge nicht konkurrierend sind, sondern dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass sie ergänzend sind, weil es einen zweiten Lösungsvorschlag anbietet mit der Erhöhung der Eigenkapitalquote und ja, danke. Danke schön, ich sehe keine weiteren Pro- oder Kontra-Beiträge dazu, dann würde ich gerne darüber abstimmen, ob ihr das als konkurrierend seht oder nicht. Ich wiederhole nochmal, worum es genau geht. Es geht um den aktuell behandelten Antrag, das ist der WP 036 und das Modul 4.2 aus dem gerade eben beschlossenen WP 004. Wenn ihr das als konkurrierend anseht, also der WP 036, das Modul 4.2 überschreiben soll, bitte die blaue Karte. Wenn ihr es als Ergänzung seht und das zusätzlich drinstehen soll, bitte die rote Karte. Das ist sehr deutlich rot, das heißt, ihr seht das als nicht konkurrierend ab. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den WP 036. Wer dafür ist, dass er zusätzlich in das Wahlprogramm aufgenommen wird, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Und die Karten haltet mir bitte mit der geraden Seite nach vorne hin, ansonsten werde ich sie nicht sehen können. Das ist eine Zweidrittelmehrheit, damit ist er angenommen. Der nächste Antrag ist der Wahlprogrammantrag 035. Spekulationen mit Nahrungsmitteln, Wasser und Agrarrohstoffen verbieten. Der ist konkurrierend. Der ist zurückgezogen, weil der sich schon doppelt. Möchte den jemand übernehmen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Wahlprogrammantrag 023. Europäische Drogen- und Suchtpolitik. Der ist ebenfalls zurückgezogen, weil Doppelung. Möchte den jemand übernehmen? Auch das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu WP 047. TTIP, nein danke, transatlantische Partnerschaft geht anders. Der Antragstellende, die Antragstellende, bitte nach vorne. Bruno Gerdkram, Birgit Piepgras, Sabine Martini, Pirat Parzival und Johannes Pornada sind die Antragstellenden. Irgendjemand davon bitte zur Antragsvorstellung hier vor. Bruno ist im Anflug oder so. Ja, hallo ihr Lieben, sorry, dass ich gerade vorne noch war. Aber ja, TTIP-Antrag, dieses Positionspapier ist das Positionspapier, was von gut 30 NGOs in Deutschland zu den gemeinsamen Protesten gegenüber TTIP entworfen wurde. Da ist Kampag dabei, da ist Attac dabei und viele, viele andere Organisatoren und NGOs. Dieses Papier entspricht in den wesentlichen Punkten natürlich dem, was wir Piraten auch fordern. All die Giftpunkte, die in TTIP drin sind, werden hier kritisiert. Und deswegen waren wir der Meinung, hinsichtlich dessen, dass im Mai vor den Wahlen zum EU-Parlament auch die großen Proteste stattfinden werden, die großen Demonstrationen, dass wir uns da natürlich anschließen und auch letztendlich die erste Partei sind, die dort mitmacht. Und ich hoffe, ihr könnt das auch unterstützen. Dankeschön. Gibt es Fragen dazu? Ich sehe keine Fragen. Gibt es Pro- oder Contra-Beiträge dazu? Auch die sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Abschlussstatement. Oh, da ist jemand. Entschuldigung. Ja, und hallo. So, ich finde absolut richtig, TTIP gehört abgelehnt, ganz klar, aber das ist ein Positionspapier, das wir uns ins Wahlprogramm schreiben würden, was entwickelt wurde von NGOs und ich finde es nicht angemessen, irgendwie zwei, vier Seiten Positionspapier, das sprachlich entwickelt worden ist, eben von NGOs, so wie wir das unterstützen können, ins Wahlprogramm zu schreiben. Deswegen finde ich das an der Stelle als Wahlprogrammantrag unangemessen. Und würde das gerne ablehnen. Dann ein Pro-Weitrag. Ich möchte ausgesprochen dafür werben, diesen Antrag anzunehmen. Wieder mal in meiner Position als ehemaliger Koordinator Wahlprüfsteine, wofür ich mich soeben auch für die Wahlprüfsteine zur EU-Wahl zur Verfügung gestellt habe gegenüber dem Bufo. Denn das ist ein Thema, das wird tatsächlich sehr stark nachgefragt werden. Wir brauchen dort eine eindeutige Positionierung, die auch tatsächlich programmatisch hinterlegt ist. Das ist mit der wichtigste Antrag, der überhaupt noch nach dem gemeinsamen Antrag zur Abstimmung steht. Dann ein Kontrabeitrag, falls da einer ist. Ja, entscheide dich. Wie gesagt, die Ablehnung ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass es zwei DIN-A4-Seiten sind eines Positionspapiers einer Sammlung von NGOs. Und ich denke, dass wenn zum Beispiel der Bufo sich dem anschließt, das unterzeichnet, als Unterstützer auftritt, reicht das völlig aus als Position. Und es muss eben nicht als zwei DIN-A4-Seiten in einem Wahlprogramm drinstehen. Dann ein weiterer Probeitrag. Ich möchte auf den ersten Kontrabeitrag eingehen. Ich kann es verstehen, dass das als nicht optimal angesehen wird, ein Papier von der NGO hier eins zu eins zu übernehmen. Aber ich sehe keine Alternative. Wir haben keinen Alternativenantrag, der das Thema TTIP behandelt. Und das Thema ist so wichtig, dass man das einfach in Kauf nehmen sollte und von der Sache her denken sollte. Und dann ist es bitte zu unterstützen. Danke. Da ist eine Frage. Ich hätte noch eine Verständnisfrage. Vielleicht kannst du die zwei, drei Giftpunkte, die du eben erwähnt hast, nochmal ein bisschen konkretisieren. So die wichtigsten Punkte. Das ist eine inhaltliche Frage und ich bin mir sicher, Bruno wird das in seinem Abschlussstatement beachten. Dann kommen wir zu einem weiteren Probeitrag. Ja, danke. Ich möchte auch darauf eingehen, auf die Kritik, dass ein Positionspapier, was von anderen verfasst worden ist, nicht in unser Programm gehört. Ich sehe es aber als Möglichkeit, als Piratenpartei eine erste strategische Duftmarke auch in der Abgrenzung zu den anderen Parteien zu sehen, gerade für die Europawahl. Ich sage nur, bitte annehmen. Das ist eine weitere Frage. Um das vielleicht entkräften zu können, ist das in Absprache mit den NGOs, dass das übernommen wird? Also wenn das in Absprache mit denen ist, ist die Kritik ja hinfällig. Jetzt darfst du antworten, Bruno. Gut, also ich versuche das jetzt mal alles zusammenzufassen. Nein, nur auf die Frage antworten. Okay, gut, ich antworte nur auf diese Frage. Natürlich haben wir nachgefragt und natürlich wird es mit großer Begeisterung aufgenommen. Dankeschön. Ein weiterer Probeitrag. Ja, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Vielleicht die kleine Ergänzung in der englischen Presse. Findet man genau Inhalte, die hier als Gegenargumente angeführt werden, als besonders kritisch. Und ich weiß, dass jetzt auch für die deutsche Presse Artikel in Vorbereitung sind. Und es soll doch nicht nachher wieder heißen, so etwas Wichtiges und die Piraten haben nichts dazu gesagt. Dankeschön. Und ein letzter Probeitrag. Ich finde diesen Antrag suboptimal. Aber dennoch ist er so wichtig. Und wir haben keine Chance, es anders noch ins Programm zu bekommen. Lasst uns das Ding annehmen. Ich bitte drum. Danke. Dann, Bruno, hast du jetzt Zeit für ein Abschlussstatement. Gut, noch mal kurz die Fragen von vor auch aufbereitet. Was steht drin? Natürlich all die wesentlichen Punkte, die wir über TTIP wissen oder zumindest ableiten können aus dem, was wir haben. Seien es Punkte wie die regulatorische Kooperation, die quasi großen Konzernen die Möglichkeit gibt, Gesetze, lange bevor sie überhaupt in den Gesetzgebungsprozess in Europa oder in den USA gehen, selbst zu beschließen. Das wird kritisiert, aber ganz genauso die Bereiche Genfood. Wir kennen alle dieses Beispiel des Chlorhühnchens. Wir kennen das Beispiel der Hormonmilch. Wir wissen auch, dass Arbeitnehmerrechte ausgehebelt werden können. Es wird immer darüber diskutiert, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Es werden aber nur Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor entstehen. Und den Rest, das Aufstocken, wird dann unsere Gesellschaft bezahlt. Und all diese Punkte sind da drin enthalten. Um noch ein bisschen darauf einzugehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir so einen Antrag übernehmen. Ich hatte mit unserem Bufo, das war zu der Zeit noch die Kata, gesprochen. Es ging um TTIP. Ich habe mich da sehr stark involviert und engagiert. Auch jetzt einige Videos dazu veröffentlicht. Und dann ging es darum, wir müssen wieder Kontakt zu unserer Peergroup, zu den NGOs finden, mit denen wir gemeinsam ACTA gekippt hatten. Und deswegen hatte mich Kata gebeten, Kontakt aufzunehmen. Und es war ein langer, harter Weg, dort wieder dieses Vertrauen auch zu gewinnen. Und wir haben dieses Vertrauen gewinnen können. Ich hatte als genialen Partner mit dabei, den Johannes Ponada, der mir auch mitgeholfen hat. Wir haben gemeinsam diesen Kontakt aufgebaut. Wir sind die einzige Partei, die bei diesem Bündnis als Angegliederte mit teilnehmen dürfen, weil keine einzige andere Partei dabei ist. Und ich glaube, wenn man das alles so zusammenfasst, wird einem klar, wir müssen dieses Papier mit übernehmen, weil es wird ein wesentlicher Punkt in unserer Europawahl. Zwei Wochen vor der Europawahl werden wir europaweit auf die Straße gehen und gegen TTIP in bester ACTA-Manier demonstrieren. Ich danke euch. Dankeschön. Ich entschuldige mich, dass ich dich aus Versehen unterbrochen habe, weil ich das Mikro so versehentlich nicht ausgeschaltet hatte. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer dafür ist, dass der Antrag angenommen wird, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, die rote Karte. Es handelt sich um den WP 047. Das ist mit sehr vereinzelten Nein-Stimmen angenommen. Dann kommen wir zum WP 010, Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens auf europäischer Ebene. Der ist wegen Doppelung zurückgezogen. Möchte den jemand übernehmen? Dann kommen wir zum WP 014, Transparente Produkte und verbindliche Werbung. Auch der ist wegen Doppelung zurückgezogen. Möchte den jemand übernehmen? Das ist auch nicht der Fall. Dann gibt es WP 026, Transparenz und demokratische Kontrolle des ESM. Auch dieser ist wegen Doppelung zurückgezogen. Möchte ihn jemand übernehmen? Ich sehe niemanden. Dann kommen wir zum WP 013, Europa als Wertegemeinschaft, Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Den Antragstellenden bitte auf die Bühne. Liebe Piraten, dieser Antrag WP 013 ist die Weiterentwicklung des ehemaligen Programmantrags 444, den wir vor gut einem Jahr hier in Bochum die Kurzfassung beschlossen haben. Die Kurzfassung hieß damals, die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialordnung soll allen Menschen und der Gemeinschaft dienen. Die Piraten bekennen sich zu einem Europa als gelebter Wertegemeinschaft. Unser Leitbild ist eine Ordnung, die sowohl freiheitlich als auch gerecht als auch nachhaltig gestaltet ist. Da Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit universelle Grundwerte sind, wollen wir auch über den europäischen Rahmen hinaus auf die Berücksichtigung dieser Werte hinwirken. Diesen Teil haben wir schon im Grundsatzprogramm. Meine Bitte ist, dass wir das auch ins Wahlprogramm übernehmen und auch die Erweiterung zur Langfassung, die im Grunde genommen dann präzisiert, was wir Piraten unter Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit verstehen. Danke. Dankeschön. Nur zur Ergänzung, dieser Antrag wurde im WIKI Arguments mit 74% Zustimmungen erhalten. Dankeschön. Gibt es Fragen zu diesem Antrag? Ich sehe keine. Doch da sprintet jemand. Wenn du sagst, 74% Zustimmung, bei wie vielen abgegebenen Stimmen? Das kann ich dir leider nicht sagen, weil diese Zahlen nicht veröffentlicht wurden, beziehungsweise mir nicht bekannt sind. Aber ich kann dir in Ergänzung, weil, um deine Frage zu beantworten, der ursprüngliche Antrag PA 444 wurde einstimmig von der AG Wirtschaft, AG Geldordnung und AG Finanzpolitik und weiteren Piraten angenommen. Das heißt, er wurde in Hunderten von Stunden erarbeitet und auf einer sehr, sehr breiten Basis dann zusammengestellt. Weitere Frage. Hallo, ich wollte mal wissen, an welcher Stelle der gut eingefügt werden könnte. Steht der dann ganz vorne oder so? Der Antrag, ich würde das denen überlassen, die gewissermaßen für das Gesamtprogramm für die Gestaltung dann zuständig ist. Aber er würde natürlich als Präampel, als Ergänzung zur Präampel, an dieser Stelle wäre er sehr gut geeignet, weil er gewissermaßen die übergeordnete Vision zeigt, wo wir dann in die Details gehen durch die einzelnen Punkte. Ich glaube, Sylvie kann die Frage mit den abgegebenen Stimmen beantworten. Also auch nicht konkret, aber wir gehen nach der Reihenfolge der Zustimmung in BPT-Arguments. Die Liste ist auch auf der Tagesordnungsseite veröffentlicht und dort findet ihr übrigens auch, falls euch das ein bisschen schnell geht mit den Anträgen, noch einmal die Liste, wie wir mit diesen Anträgen vorgehen. Die steht unten drunter, da stehen alle Anträge drauf. Es werden halt einige aktuell immer noch zurückgezogen, weil sie in dem Gesamtantrag enthalten sind. Aber prinzipiell gehen wir nach dieser Liste vor. Danke für diese Ergänzung. Eine weitere Frage? Ja, warum ist dieser Antrag nicht schon bei WP004 mit eingeflossen? Warum der nicht beim WP004 eingeflossen ist? Das kann ich dir jetzt im Moment gar nicht sagen. Möglicherweise, weil ich zu wenig darauf gedrängt habe. Ich kann es dir nicht sagen. Dankeschön. Eine weitere Frage? Arne, ist irgendwas am Inhalt geändert worden, seitdem wir, also da sehen wir das Ding, das wir das letzte Mal hier besprochen haben, also an dem Teil, was wir abgelehnt haben, ist da irgendwas im Wortlaut, in was auch immer geändert worden? Es ist so. Es ist praktisch eine Überarbeitung des ursprünglichen Antrags. Ich bin da auf Argumente eingegangen, die damals geäußert wurden und die auch immer wieder dann geäußert wurden. Und deshalb denke ich, es ist minimal, die Änderungen sind minimal. Dankeschön. Eine weitere Frage? Ich möchte nur ergänzen, es haben 26 Teilnehmer an der Umfrage mitgemacht. Das war keine Frage. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zu Pro und Contra. Ein Contra-Beitrag, bitte. Hallo. Ja, ich möchte dafür werben, dagegen zu stimmen, weil sich die Präambel dieses Wahlvorschlags oder des Wahlprogrammvorschlags ähnlich liest wie die Präambel des Koalitionsvertrags. Wir hätten gerne, dass alles für jeden überall ganz toll und rosa wird mit Ponys und Sternchen. Ich glaube nicht, dass das in einem Wahlprogramm der Piraten was zu suchen hat. Ich danke euch trotzdem für eure Arbeit. Ein Pro-Beitrag wäre dran. Da steht niemand. Dann ein Contra-Beitrag, bitte. Nur eine Frage. Also, ich würde das Ding ablehnen, weil wir das schon vor einem Jahr abgelehnt haben und wenn sich daran nichts geändert hat, dann sehe ich keinen Grund, warum das, was vor einem Jahr schlecht war, jetzt gut sei. Dankeschön. Ich sehe einen Pro-Beitrag. Ich möchte euch bitten, diesen Antrag anzunehmen. Auch wenn Piraten nicht immer einer Meinung sind und das vielleicht durchaus oberflächlich rüberkommt, aber wir sind eine Partei. Wir möchten das auch an Leute verkaufen, die sich nicht intensiv mit Politik befassen. Das heißt, unsere Absichten, die durchaus lauter sind und was ich auch glaube, das müssen wir irgendwie auch in Worte fassen, sodass es jeder verstehen kann. Und aus diesem Grunde müssen wir diesen Antrag eigentlich annehmen, weil unsere Werte, die wir in unseren Gedanken haben, damit eigentlich ausgedrückt werden. Dass wir nicht die neoliberalen Leute sind, die die Masse versuchen auszubeuten. Danke. Dankeschön. Ein weiterer Contra-Beitrag. Ich habe zwei Punkte. Zum einen ist das textliche Fassung, wie du schon gesagt hast, grundsatzprogrammähnlich, beziehungsweise existiert bereits im Grundsatzprogramm. Das hat einen Grund, warum wir unterschiedliche Detailtiefen für Wahlprogramme beziehungsweise Grundsatzprogramme haben. Und für ein Wahlprogramm ist mir das eben entsprechend nicht konkret genug. Und das andere ist, dass die Präambel, die jetzt ja drinsteht, beziehungsweise das Modul 1 heißt ja dann auch Präambel, sich ja letztlich beißen würde mit der Präambel, die wir schon mit dem WP 004 beschlossen haben. Danke. Dankeschön. Ein weiterer Pro-Beitrag. Das heißt, Europa als Wertegemeinschaft. Und Werte sind sehr, sehr schwer in den Antrag zu fassen. Aber es geht im Grunde genommen um Werte. Und deswegen bin ich dafür, dass wir den Antrag auf jeden Fall annehmen. Dankeschön. Ein weiterer Contra-Beitrag. Ja, also zwei Punkte. Hier ist ja eben kurz vorher das Argument gekommen, dass wir irgendwie attraktiv sein müssen für Leute, die sich nicht so viel mit Politik befassen oder nicht so im Detail. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso das Argument dafür ist, dass wir uns noch mehr Krempel in unser Programm schreiben. Insbesondere welches, was nicht so besonders gut auf den Punkt kommt. Das ist das eine. Also ich fand das Argument einfach unlogisch. Wenn die Leute sich besser und besser auf den Punkt informieren können sollen, müssen wir da weniger Sachen reinschreiben und die müssen knackiger sein. Und dieses Argument ist aber auch nicht neu, weil wir haben uns schon ganz, ganz häufig gegen irgendwelche Anträge ausgesprochen, die in irgendeiner Art Präambeln sind, wo sowas steht wie, was vorher schon gesagt wurde, alles wird schön und alle bekommen Ponys. Und Präambeln sind nicht besonders präzise. Die erklären den Leuten nicht besser, wer wir sind oder was wir machen. Meiner Meinung nach. Deswegen würde ich mich auch dagegen aussprechen. Danke. Danke schön. Es ist niemand an der Po-Schlange. Deswegen ein weiterer und auch letzter Kontra-Beitrag. Ja, ich wollte bloß noch mal darauf hinweisen, dass wir eigentlich einen Teil dieses Antrages ja schon in unserem Programm als Partei zu stehen haben, wenn ich mich recht erinnere. Und da frage ich mich, warum wir schon wieder irgendwas doppelt irgendwo hinschreiben wollen. Wir produzieren Papier, wir produzieren Programme und produzieren nicht sinnvolle Sachen, um wirklich vorwärts zu kommen. Danke schön. Dann frage ich die Versammlung. Findet ihr, dass dieser Antrag mit ausreichend Pro- und Kontra-Argumenten versehen wurde? Dann bitte die blaue Karte, wenn ihr weiter diskutieren wollt, bitte die rote Karte. Das ist deutlich der Fall, dass ihr nicht weiterreden wollt. Dann hast du jetzt ein Abschlussstatement. Ja. Um auf die Antwort von Jill einzugehen oder die Frage von Jill einzugehen. Der Antrag hat die Zweidrittelmehrheit verfehlt, aber war deutlich über die Hälfte. Das heißt, einfach zu sagen, er wurde abgelehnt und zwar handelt es sich um die Langfassung. Es ist auch nicht richtig, dass er nicht präzise wird. Der Antrag wird gerade in der Langfassung, gerade im Modul 2, wird er sehr präzise, sehr konkret und zeigt beispielsweise, wo der Unterschied der Freiheit liegt, den die FDP beispielsweise vertritt und die Piraten. FDP-Freiheit heißt Freiheit und die Macht des Stärkeren. Freiheit bei den Piraten heißt Freiheit und Verantwortung und ich glaube, diese Klarheit sollten wir bei so wichtigen Begriffen wie Freiheit machen, die wir vertreten und deshalb ist die Langfassung die gute Ergänzung. Er ist ja auch modular aufgebaut. Wem es stört, dass die Kurzfassung, die ich vorgelesen habe, nicht mit aufgenommen werden will, kann das sie ablehnen und dass die Langfassung dann dazu kommt. Aber ich bitte darum, dass der gesamte Antrag angenommen wird, um ins europäische Wahlprogramm zu kommen. Dankeschön. Dankeschön. Dieser Antrag ist modular. Ich frage euch also erst, ob ihr ihn im Gesamten annehmen wollt. Wenn das nicht der Fall ist, frage ich nochmal die einzelnen Module ab. Möchtet ihr den WP013 Europa als Wertegemeinschaft im Gesamten annehmen? Dann bitte die blaue Karte. Wenn ihr ihn ablehnen wollt, bitte die rote Karte. Das ist deutlich keine Zweidrittelmehrheit. Dann frage ich für Modul 1. Möchtet ihr das Modul 1 annehmen oder nicht? Bitte die blaue bzw. rote Karte. Das ist abgelehnt. Möchtet ihr das Modul 2 annehmen? Dann bitte die blaue. Möchtet ihr es ablehnen? Bitte die rote. Auch das ist keine Zweidrittelmehrheit. Damit ist der Antrag gesamt abgelehnt. Wir kommen zum WP024 Grundsätze für Handelsabkommen. Ein. Ah, okay. Ich sehe schon Leute sprinten. So, danke, dass du mitkommst. Hallo. Ich nochmal. Also, wir haben schon den Antrag zum TTIP ins Wahlprogramm aufgenommen, aber wir haben keinen Antrag da drin, der halt auch grundsätzlich regelt, wie wir mit Handelsabkommen umgehen wollen. Also nicht immer nur an ein Abkommen uns knüpfen wollen, sondern es werden ja diverse Handelsabkommen auf europäischer Ebene behandelt und uns da Grundsätze zu geben, wie wir als Piratenpartei mit diesen umgehen wollen. Und das ist das Ziel dieses Antrages. Sechs Unterpunkte der zwölf, die ihr da drin seht, sind auch Bestandteil des gemeinsamen europäischen Wahlprogramms geworden. Darauf konnten sich die europäischen Piraten einigen. Aber die anderen sechs Punkte, drei davon sind neu und drei wurden halt von den schwedischen Piraten abgelehnt, weil diese im Wirtschaftsteil halt nichts dazu haben in ihrem Programm. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr die für den deutschen nationalen Programmteil eben auch annehmen würdet, weil wir dadurch halt eine Handlungsempfehlung auch für die Abgeordneten im Parlament abgeben, generell mit Handelsabkommen umzugehen. Das war's. Fürs Erste, ihr könnt mich gerne noch Sachen dazu fragen. Dankeschön. Dann habe ich erstmal eine wichtige Durchsage. Marco Golpert soll sich bitte schleunigst bei der Akkreditierung einfinden. Alles klar. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu Fragen zu dem Antrag. Hallo Martina. Sehe ich das richtig, dass wir damit dann Modul 16.1 Prinzipien für Handelsabkommen überschreiben? Was unterschreiben? Überschreiben. Also wir haben ja ein Modul 16.1 beschlossen, Prinzipien für Handelsabkommen. Wir fordern für die Aushandlung von Handelsabkommen durch die Europäische Union die Einleitung von Rahmenbedingungen, die mit unseren Prinzipien und Überzeugungen übereinstimmen. Überschreiben wir den damit oder ergänzen wir den? Wir ergänzen immer nur, also überschreiben tun wir ja nichts, wir schließen ja zusätzlich im Moment. Das andere Programm ist ja nicht abschließend gewesen, es geht ja immer zusätzlich. Okay, gut, danke, reicht mir. Weitere Fragen? Wir haben doch schon das Wahlprogramm der Europäischen Piraten übernommen, wenn ich nicht richtig entsinne. Die Punkte stehen da auch mit drin, dann hätten wir die ja auch ebenfalls alle doppelt in unserem Wahlprogramm. Ist das richtig so? Das habe ich im Einleitungstext geklärt, dass diese redaktionell entfernt wird, weil es war noch nicht klar, wie die Struktur letzten Endes aussieht des Wahlprogramms. Ich weiß nicht, was ihr jetzt angenommen habt bei der Strukturdiskussion, ob das kombiniert werden soll oder einzeln gefasst und von daher habe ich das erstmal, damit man überhaupt sieht, wie das als Ganzes aussehen würde, das zusammengeschrieben, aber wenn man das gemeinsame Programm extra hat, dann würden diese Punkte wahrscheinlich auch rausfallen. Es sei denn, es wird sich entschieden, dass man das auch trotzdem nochmal als Doppelung drin haben möchte, um das in einem Punkt zu sammeln. Aber wie gesagt, ich wollte es halt offen lassen, das habe ich im Einleitungstext deswegen auch so formuliert. Dankeschön. Weitere Fragen? Keine? Dann bitte einen Kontrabeitrag. Ich finde das einen hervorragenden Beitrag für ein Grundsatzprogramm, aber nicht für ein Wahlprogramm. Wir haben den TTIP-Teil im Wahlprogramm drin und ich glaube, dass jeder Abgeordnete der Piratenpartei und jeder Wähler die kognitive Leistung aufbringen kann, aus den TTIP-Forderungen das Gedankengut, was wir dahinter stehen haben, abzuleiten und damit schon klar ist, wie wir grundsätzlich dazu stehen. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir den Spezialfall schon so deutlich beschrieben haben, nochmal von den allgemeinen Fallen nochmal dazu schreiben müssen, das ist in meinen Augen eine unnötige Aufblähung und überflüssig. Dankeschön. Ein Probeitrag? Ja, hi. In Anbetracht der Reichweite von internationalen Handelsabkommen und dem Verlust, den wir dadurch erleiden an eigener Rechtsstaatlichkeit, ist es nicht richtig zu sagen, wir richten uns nur auf TTIP und leiten daher das große Ganze her, sondern wir brauchen insbesondere auch zu diesen Handelsabkommen, egal ob es TTIP oder andere sind, eine klare Regelung, die weitergeht als das, was wir jetzt zu TTIP sagen. Gibt es weitere Pro- oder Contra-Reden? Ich sehe K.A., da läuft jemand. Ich sehe diese Wichtigkeit auch, dieses Handelsabkommens und dieser Regelung, aber wir sollten uns langsam mal daran gewöhnen, dass wir das auch dahin schreiben, wo es hingehört. Und für mich gehört das dann ins Grundsatzprogramm. Dann sollte man auch den Mut haben, dafür den Antrag zu stellen, weil es was Grundsätzliches ist. Es hat nicht was mit dieser Wahl allein zu tun. Also wir sollten uns mal langsam gewöhnen, auch was dort hinzuschreiben, wo es hingehört und nicht immer dort, wo wir es gerade untergebracht kriegen. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine. Dann habt ihr ein Abschlussstatement. Okay, ich möchte dann zu den anderen Stellen noch sagen, also internationale Handelspolitik ist genuin europäische Politik. Da hat nur die EU eine Kompetenz. Vom Allgemeinen zum Speziellen, was das Abkommen TTIP betrifft, sehe ich das genau andersherum. Wie gesagt, das TTIP ist nicht das einzige Abkommen, das von der EU verhandelt wird. Es werden eine Unmenge von Handelsabkommen von der EU verhandelt. Sei es im Rahmen der WTO, sei es jetzt auch CETA-Merkursur mit Japan oder Indien. Und wir brauchen eher eine grundsätzliche Handlungsanweisung, auch in einem Wahlprogramm. Denn ich denke, es geht hierbei nicht um nur Grundsätze für ein Grundsatzprogramm, sondern um auch eine Wahlprogramm-Empfehlung letzten Endes an die Abgeordneten, wie sie sich in dem entsprechenden Ausschuss verhalten sollen. Danke. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Entschuldigung. Wer für respektive gegen diesen Antrag ist, hebe bitte die blaue beziehungsweise rote Karte. Bitte mal nur die blauen Karten, nur die blauen Karten, mal nur die roten Karten, beide. Haltet die mal oben. Genau, das ist die Gymnastik, schmeißt Miriam mir gerade zu. Sie hatte ja heute keine Gelegenheit dazu. Nochmal einzeln bitte, nur die blauen, nur die blauen Karten. Jetzt nur die roten Karten. Alles klar, Dankeschön. Wir sehen zu dritt eine Zweidrittelmehrheit, damit ist der angenommen. Ich habe einen Geschäftsordnungsantrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Gregory, möchtest du den selber vorstellen? Entschuldigung dafür, schon mal vorweg. Wir wollen gerne den WP030 als sonstigen Antrag, also als Positionspapier beschließen. Und dafür ist leider eine Geoschlacht notwendig. Wir müssen die Geschäftsordnung ändern, weil nach 15 Uhr sonst keine Änderungen der Tagesordnung möglich sind. Das heißt, wir haben jetzt eingereicht, dass nach 17.30 Uhr noch die Tagesordnung bis 17.30 Uhr geändert werden kann. Und entsprechend den Antrag eingereicht und den jetzt auf der TU-Gest zu setzen. Vielen Dank. Ihr habt es gehört, gibt es Gegenrede? Ist das formell oder begründet? Eine begründete Gegenrede? Es ist Sonntagnachmittag, es ist Bundesparteitag und jeder will noch dringend den allerwichtigsten Antrag der Welt behandelt wissen. Aus genau diesem Grund haben wir diesen Passus drin in der Geschäftsordnung, dass Änderungen der Tagesordnung ab 15 Uhr nicht mehr möglich sind. Ich erinnere an Parteitage, wo wir diesen Passus noch nicht drin hatten und dann Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr gefühlt 90 Prozent des Parteitages mit Geschäftsordnungsanträgen zur Änderung der Tagesordnung drauf gingen. Ich fände es jetzt nicht wirklich klug, das Spiel um 17.30 Uhr nochmal aufzumachen. Alles klar. Ihr habt sowohl den GO-Antrag als auch die begründete Gegenrede gehört. Wir kommen zur Abstimmung über diesen GO-Antrag. Wer dafür ist, dass in der GO die Stelle § 17n Abs. 4 15 Uhr durch 17.30 Uhr ersetzt, wird hierbei bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist die rote. Das ist sehr deutlich negativ ausgefallen. Damit ist der abgelehnt und auch der weitere GO-Antrag damit hinfällig. Dann kommen wir jetzt zum Wahlprogramm-Antrag 042 Sicherheit in Freiheit. Ja, hallo liebe Piraten. Der Antrag Sicherheit in Freiheit zeigt, wie wir in Europa eine freiheitsfreundliche Innenpolitik machen wollen. Und es handelt sich hier um ein Update zu dem Punkt 11.3 aus dem gemeinsamen Wahlprogramm, was wir schon beschlossen haben. Drei Punkte sind aktualisiert. Erstens wird ausdrücklich klargestellt, dass wir das Fluggastdaten- und Bankdatenübermittlung ablehnen. Zweitens wird klargestellt, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika als Staat ohne wirksamen Daten- und Grundrechtsschutz ansehen, an denen wir keine Daten mehr ausliefern wollen. Und drittens wird klargestellt, dass wir an die Stelle der bisherigen Finanzierung von Überwachungstechnologien, wie zum Beispiel Indect, ersetzen wollen, dass Datenschutztechnologien finanziell gefördert werden von der EU. Und ich glaube, dass wir mit dem Antrag ein ganz starkes Zeichen gegen Überwachungswahn auch von Seiten der EU setzen können. Das war's. Dankeschön. Dann Fragen zu dem Antrag. Keine Pro- oder Kontrabeiträge. Ist das eine Frage, die sich da hinten gemeldet hat? Ich finde es übrigens immer sehr hübsch, wenn Leute hier vorsprinten. Ich mag das. Hallo. Ist dieser Antrag nicht schon in 004 verabschiedet worden, irgendwie so Modul 11 irgendwo oder so? Der Antrag ist ein Update dazu und er ersetzt den Punkt 11.3 aus dem gemeinsamen Antrag. Die Antragskommission stimmt dieser Aussage zu. Neues Info für euch. Weitere Fragen? Hätte das denn nicht ein Alternativantrag sein müssen? Nein. Das ist das geänderte Vorgehen bei Gesamtanträgen. Weitere Fragen? Dann Pro- oder Kontrarede. Ich sehe keine. Ah, doch, da sprintet wieder jemand. Dann Kontra, bitte. Genau. Also, ich bin gegen diesen Antrag, weil er Sachen nochmal beschließen lassen will, die wir sowieso schon beschlossen haben, an einzelnen Stellen, aber einfach vom plumpen Anti-Amerikanismus trieft. Und ich weigere mich, plumpen Anti-Amerikanismus zu beschließen. Wenn ihr in Modul 3 exzessive Überwachung aufhebt, einen Quatsch reinschreibt, wie wir weigern uns, Daten an Staaten ohne Grundrechtsschutz wie den USA auszuliefern. Das ist purer Anti-Amerikanismus. Sowas können wir nicht machen. Danke. Dankeschön. Gibt es weitere Pro- oder Kontrareden? Kontrareden? Ich sehe keine, dann hast du Zeit für einen Abschluss. Ah, doch, da. Eine Pro-Rede. Ja, ich möchte kurz eingehen auf die Kontrarede. Grundsätzlich bin ich pro-amerikanisch eingestellt, was die Amerikaner angeht, aber das kann man, glaube ich, wirklich nicht als Anti-Amerikanismus bezeichnen, wenn man behauptet, dass der Grundrechtsschutz in den USA nicht erfüllt ist. Wenn die USA eben überwacht und Menschenrechte damit nicht einhält, dann ist das einfach das Grundrecht nicht erfüllt und dann muss man das auch so beim Namen nennen. Dankeschön. Dann ein weiterer Kontrabeitrag. Ich konkretisiere das noch mal. Grundrechtsschutz für Bürger der Bundesrepublik Deutschland gibt es in den USA nicht. Das ist richtig. Das steht da aber nicht drin. Da steht drin, es gibt in den USA keinen Schutz durch Grundrechte, nämlich keinen Grundrechtsschutz. Und das impliziert auch für Amerikaner. Das stimmt aber so nicht. Das ist eine Falschbehauptung. Wir können nicht mit solch einer Falschbehauptung in den Wahlkampf gehen. Danke. Alles klar, danke schön. Ein weiterer Prometrag. Ich weise noch mal darauf hin, dass Pro und Contra nicht dazu gedacht sind, in Zwiegespräche zu verfallen. Ja, es tut mir leid. Der Redner hat ja recht, der das gerade gesagt hat. Die Amerikaner haben einen Grundrechtsschutz, aber nur für Amerikaner. Für uns Deutsche gilt das nicht in Amerika. Und wenn unsere Daten nach Amerika verschleppt werden, dann haben wir keine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Deswegen gibt es keinen Grundrechtsschutz für aus amerikanischer Sicht Ausländer in Amerika. Deswegen ist das ein Staat ohne Grundrechtsschutz für einen Großteil der Bevölkerung. Dankeschön. Ein weiterer Contra-Beitrag. Dieser Antrag ist ja zum Großteil schon enthalten im angenommenen WP-004. Der Antragsteller hat jetzt gesagt, er will diesen Antrag updaten mit der expliziten Begründung von ihm, dass dort die USA explizit als Unrechtsstaat bezeichnet werden, umschrieben, wie es mal gesagt. Du willst diesen Punkt ändern, dass die USA explizit als Staat ohne Grundrechtsschutz bezeichnet werden. Der Punkt ist der, und den müssen wir jetzt hier auch ausdebattieren, ob dieses Update notwendig ist oder ob uns die erste Version reicht, in der die USA ja auch schon vorkommen. Und eigentlich ist es auch nicht ganz optimal formuliert. Und in der neuen Version wird die USA als einziger Staat weltweit als Staat ohne Grundrechtsschutz genannt im Antrag. Das ist oder wird niemand anderes aufgezählt. Und das ist dann schon ein Punkt, den man eindeutig anti-amerikanisch interpretieren kann, weil es gibt weltweit noch viele andere Länder, in denen der Grundrechtsschutz nicht wirksam ist, zum Beispiel Deutschland. Und dann nur ein Land zu nennen, ist anti-amerikanisch. Punkt. Dankeschön. Ja, genau zu dem Thema natürlich auch, als jemand, der selber amerikanische Kollegen hat, sich heute in den USA auffällt, nicht wirklich anti-amerikanisch ist. Aber liebe Leute, Menschenrechte? Fällt euch das auf? Fällt euch irgendjemandem was auf, was Menschenrechte bedeutet? Das bedeutet, es gilt nicht nur für Amerikaner. Es gilt für jeden Menschen. Und da sagen die Amerikaner sehr klar, nee, hier diese Abhörergeschichte, das ist nicht weiter schlimm, sinngemäß Barack Obama, das hat ja nur Ausländer betroffen. So, und damit ist der Grundrechtsschutz nicht mehr erfüllt. Ganz klare Geschichte. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber, über diese Geschichte. Dankeschön. Ein weiterer Kontrabeitrag. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass wir in den gleichen oberflächlichen, populistischen Wortfall einfallen, wie viele andere. Wir erwähnen hier die Amerikaner. Machen das mit, dass die Amerikaner, das ist darüber, vergessen wir mal wieder, dass die Briten gleich mit da vorne sind, dass die australische Regierung mitmacht, dass Neuseeland dabei ist, dass Kanada dabei ist. Wir machen dieses Spiel mit, konzentrieren uns auf die USA, damit der ganze Rest schön unentdeckt bleibt. Das ist, also es ist Quatsch. Die Aussage ist in dem 04er schon drin. Man kann nochmal ein bisschen mehr auf den USA rumhacken und den Rest weglassen, aber geholfen ist damit keinem. Es gibt einen weiteren Probeitrag, bevor der letzte Kontrabeitrag in diesem Borg kommt. Also da scheint sich ja alles um diesen Passus mit der USA zu handeln. Und hier steht nun so wunderschön, warte mal, wo war es denn? Auslieferung von Personendaten an die USA und andere Staaten ohne wirksamen Daten- und Grundrechtsschutz. Dass der Grundrechtsschutz in den USA momentan nicht wirksam ist, hören wir, glaube ich, jeden Tag. Da können wir uns durchaus für einsetzen, dass das auch weiter erkannt wird. Und wie gesagt, es ist nicht nur auf die USA bezogen, sondern beispielsweise auch, wenn die Grundrechte dort nicht eingehalten werden, auf Großbritannien oder Timbuktu oder was weiß ich, wo auch immer. Von daher ist dieser Antrag meiner Meinung nach ganz locker und lässig anzunehmen. Dann kommt jetzt der letzte Kontrabeitrag. Ich muss mal was Trauriges sagen. Bedauerlicherweise gibt es auch hier in Deutschland danach keinen Grundrechtsschutz. Jedes Grundrecht oder fast jedes Grundrecht ist durch Gesetze einschränkbar. Und auch der BND hat die Ermächtigung im Ausland, Daten zu erheben und Daten beliebig weiterzugeben. Und genau das tut der BND auch. Das tun alle Geheimdienste auf der Welt und das ist nun mal leider die Natur von Geheimdiensten. Deshalb wollen wir sie auch abschaffen. Aber deshalb zu behaupten, dass in Staaten, weil sie genau dasselbe tun, wie alle anderen Staaten, auch kein Grundrechtsschutz oder kein effektiver Grundrechtsschutz existieren würde, ist schlichtweg Bullshit. Und deshalb bitte ich, diesen Antrag abzulehnen. Danke schön. Dann ein weiterer Pro-Beitrag. Danke sehr. Um auf den Beitrag gerade einzugehen, die deutschen Grundrechte gehen ein Stückchen weiter. Es wird durchaus darüber geredet und es wird auch durchaus angenommen, dass die auch Auswirkungen auf Nicht-Deutsche und Nicht-in-Deutschland-Lebende haben. Insofern trifft das nicht ganz zu. Der deutsche Grundrechtsschutz ist besser. Ganz davon abgesehen möchte ich einmal aus WP004 zitieren. Da steht nämlich, wie die USA sowie allgemein die Auslieferung von Personendaten an Staaten ohne wirksam Grundrechtsschutz. Patrick hat hier nur eingeführt, ohne wirksam Daten und Grundrechtsschutz. Das mit dem Grundrechtsschutz haben wir schon beschlossen. Danke. Dankeschön. Das war auch der letzte Pro-Beitrag. Deswegen frage ich die Versammlung. Findet ihr, dass dieser Antrag ausreichend Pro- und Kontra-Argumente auf sich vereinigt hat? Wenn ja, dann bitte die blaue Karte. Wenn ihr noch weiter diskutieren wollt, bitte die rote Karte. Mehrheitlich seid ihr der Meinung, ihr habt genug diskutiert. Deswegen bekommst du jetzt ein Abschlussstatement. Lasst mich kurz zu den Fakten nochmal etwas sagen. Erstens, dieser Antrag, so wie wir ihn hier zur Diskussion vorliegen haben, steht in unserem Bundestagswahlprogramm drin. Dort sind die USA auch angesprochen. Zweitens, die Formulierung lautet, wir lehnen es ab, Personendaten an die USA und andere Staaten auszuliefern, in denen es keinen wirksamen Daten- und Grundrechtsschutz gibt. Und warum ist das gerade im Fall der USA tatsächlich so? Es ist schon gesagt worden, die USA erkennen Grundrechte außerhalb ihres Territoriums nicht an. Deswegen ist sowas wie Guantanamo überhaupt nur möglich. Und das ist kein wirksamer Grundrechtsschutz, wenn man eine solche Verfassung hat. Zweitens, man kann deswegen auch nicht vor die Gerichte ziehen, um dagegen gegen solche krassen Menschenrechtsverletzungen oder gar Spionageprogramme vorzugehen. Und das ist eben auch der Unterschied zu Großbritannien oder zu Deutschland. Wir haben Rechtsschutz und wir haben Grundrechte. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention, die alle auch gelten, wenn wir im Ausland Menschenrechte verletzen oder überwachen. Deswegen weigern sich ja die USA, den internationalen Pakt über politische und bürgerliche Rechte vorbehaltlos anzuerkennen, seit Jahrzehnten. Deswegen weigern sich die USA, die amerikanische Menschenrechtskonvention, die von sehr vielen südamerikanischen Staaten ja angenommen worden ist, weigern sich aber speziell die USA, dieser Konvention beizutreten. Deswegen ist es genau richtig und ich glaube, nichts kann es besser zeigen als der NSA-Überwachungsskandal, dass es in den USA keinen wirksamen Daten- und Grundrechtsschutz gibt und dass wir deswegen die Datenauslieferung an solche Staaten stoppen sollten. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag WP042, Sicherheit und Freiheit. Wer dafür ist, dass der angenommen wird, bitte die blaue Karte. Wer dagegen ist, bitte die rote Karte. Bitte mal nur die blauen. Und jetzt nur die roten. Das ist definitiv keine Zweidrittelmehrheit, der ist nicht angenommen. Und damit übergebe ich die Versammlungsleitung an Florian Bokor. Ich habe nämlich so leise gehört, wir hätten ein Ergebnis. Hallo Bundesparteitag. Ein vorletztes Mal auf der Bühne umziehen. Ich unterbreche hier mit dem Bundesparteitag. Und wir haben Aufstellungsversammlung. Es ist gerüchtet, es gibt ein präsentables Ergebnis. Es wird gerade noch hektisch kontrolliert. Ich übergebe an den Wahlleiter und danach an den Marco. So, ich habe ein Ergebnis für euch. Bevor ich dieses Ergebnis verkünde, bitte ich alle meine Wahlhelferinnen und Bereichsleiter aufzustehen. Und der Rest von euch sagt jetzt bitte Danke. Vielen Dank. Es sind 596 Stimmen abgegeben worden. Davon waren 595 gültig. Die einzelnen Punkte werden auf dem BIMA-Bild hinter mir erscheinen. Auf Listenplatz 12 ist Stefan Zirkowitsch. Auf Listenplatz 11 ist Martin Kliem. Auf Listenplatz 10 ist Patrick Schiffer. Auf Listenplatz 9 Martina Pöser. Auf Platz 8 ist Gilles Bordelais. Auf Platz 7 Jens-Peter Seipenbusch. Auf Platz 6 Gregory Engels. Auf Platz 5 Anne Helm. Auf Platz 4 Bruno Gerd Kramm. Auf Platz 3 Anke Domscheid-Berg. Auf Platz 2 Fotios Amanatides. Und eure Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf ist Julia Reda. Applaus Lass erst mal ein bisschen. Ja, ja, ich mach da nicht. Hol dir hoch. Liebe Kandidaten, hört ihr mir kurz zu? Doch, bitte. Ach, Menno. Also, liebe Kandidaten, ganz kurz eine Ansage von mir. Ihr sollt bitte alle nicht abhauen von euch allen. Wird noch etwas gebraucht. Und jetzt möchte ich kurz Julia haben. Hier oben auf der Bühne. Julia, bitte sag auch ein paar Sätze. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden das zusammen rocken. Wir sind die Partei. Wir stehen für ein gemeinsames Europa, für ein grenzenloses Europa. Und wir sind die, die gemeinsam für alle Menschen in Europa Wahlkampf machen. Und nicht nur für die Menschen in Deutschland. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Politik ist Vertrauenssache. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, wie auch für alle anderen Kandidaten, für euer Vertrauen, dass wir jetzt auch dem Wähler und dem Bürger wieder zurückgeben müssen. Das wird unsere Aufgabe sein in den nächsten Wochen. Und wir dürfen dabei auch nicht die vielen, vielen Piraten vergessen, die auf der Kommunalwahl in zehn Ländern aktiv sein werden. Und diese müssen wir auch unterstützen. Vielen Dank. Ich habe noch eine ganz kleine Korrektur. Wir hatten uns bei den abgegebenen und bei den gültigen Stimmen irgendwie das falsch ausgelesen. Es waren 632 gültige Stimmen. Ich mache jetzt eine Ansage erstmal. Okay. Ganz kurz. Jetzt um 17.45 Uhr findet drüben im Renaissance-Hotel Raum Rom die Pressekonferenz mit den Kandidaten statt. Den Raum Rom erreicht man am besten hier hoch in den Pressebereich. Im ersten Stock gibt es einen Durchgang ins Renaissance-Hotel. Also ich weiß, ihr seid alle schön müde. Es ist Sonntag. Es ist mittlerweile 17.41 Uhr. Wir müssen noch ein paar ganz kleine Kleinigkeiten machen. Und danach seid ihr auch entlassen. Ja, aber das ziehen wir jetzt schnell durch, so wie ihr jetzt das ganze Wochenende schön mitgemacht habt. Und zwar, ich muss euch fragen, ob irgendjemand Einwände gegen das Wahlergebnis erhebt. Wenn ja, dann bitte wedelt eure, ich möchte keine Karten umsinnen. Wenn ja, dann bitte hebt eure Karten und geht zu einem Mikrofon. Das sehe ich. Ist das eine Frage oder ist das eine Einwanderhebung? Es hat sich geklärt. Es hat sich geklärt. Danke. Also, ich sehe niemanden, der wild wählend durch diesen Raum springt. Das ist ein klares Nein. Damit gibt es keine Einwände und das Wahlergebnis hat Bestand. Dankeschön. Gut, jetzt bleibt noch eine Sache für die Aufstellungsversammlung heute zu tun. Ich schließe Sie hiermit. Dankeschön. So, wo ist der Florian Bokor? Du darfst dich wieder umziehen. Oder hast du schon geschlossen? Okay. Nachdem die AV jetzt vorbei ist, kann ich das einpacken. Ja, willkommen beim Bundesparteitag. Ja, natürlich ziehe ich den Bademantel an. So, jetzt habe ich einen Bademantel und ich brauche noch Versammlungsleiter auf der Bühne, an die ich übergebe. Der Marco macht auch den Bundesparteitag weiter. Sehr schön. Dann brauchen wir noch 30 Sekunden, um klar zu sein und es geht weiter. So, ich habe noch eine Durchsage. Also, das Übliche, wie bei jedem Bundesparteitag, die Orga. Bittet euch, dass ihr noch bitte mit da bleibt und ein wenig beim Aufräumen helft. Ja, das sind zwei Dinge. Einmal die Bestuhlung, Stühle mit und ohne Armlehnen separat aufeinander stellen. Ja, also schön getrennt. Und zum Zweiten, was das Netzwerk angeht. Netzwerk abbauen und Switches, Netz und Stromkabel vorne links vor die Bühne bringen. Also, das ist dann da, oder? Nee, da. So, hier. Also, wir werden dazu für alle, die helfen, auch einen... Was ist jetzt los? Einen Helfer... Was ist... Hallo? Geht's jetzt? Gut, nochmal. Für alle, die noch da bleiben, werden wir einen Helferpool einrichten. Wer sich an dem Tisch für den Helferpool auffällt, signalisiert damit automatisch, dass er beim Arbeiten eingeteilt werden möchte und aktuell nichts anderes zu tun hat. Für die Kabel wird das einen großen Haus... Das haben wir schon gehabt. Tische, wenn ihr die zusammenklappt, Tische maximal bis zu zehn aufeinander stapeln. Nicht mehr, nicht weniger. Und die Kabelschächte werden erst geöffnet, wenn die Freigabe von der Sicherheit erteilt ist und die Parteitagsbesucher alle die Halle verlassen haben. So, das war die Orga-Durchsage. Gut, wir haben einen vermissten, dunkelbraunen Ledergeldbeutel seit Freitag. Wenn ihn irgendjemand gefunden hat, bitte, bitte, bitte beim Awareness-Team oder Philou abgeben. Dankeschön. So. Herr Florian Bokor, Sie wollten auch etwas sagen. Gut, da der Bundesvorstand beschäftigt ist, jetzt das Übliche von mir. Ich möchte mich bedanken dafür, dass ihr ein so wahnsinnig wunderbar disziplinierter Bundesparteitag-Aufstellungsversammlung Europaliste wart. In der Vorbereitung haben wir uns wirklich viele Sorgen gemacht, ob es klappt oder nicht. Und es hat wunderbar geklappt. Ihr wart super, danke. Auch dieses Mal gab es weit über 200 Helfer, die ich nicht alle vorlesen werde. Aber ich möchte mich bedanken bei der Main-Orga, das ist Florinz Dölscher und Michi Ebner. Die knapp einen Monat nach dem letzten Bundesparteitag den nächsten gemacht haben. Dann bedanke ich mich bei der Netzwerktechnik, beim Video, bei Audio, beim Strom, beim Stream, bei der Vorort-Auf- und Abbau. Und ich bedanke mich ganz besonders bei der Sicherheit, weil die Security hat uns schon wieder zweimal den Arsch gerettet müssen. Ich bedanke mich bei dem Catering, das schon wieder so lecker war, dass die Versammlungsleitung die ganze Zeit am Rande des Suppenkommers war. Ich bedanke mich beim Awareness-Team, bei den ganzen vielen Leuten, die Pressearbeit machen, also der Pressesprecherin, der Presseleitung, Presseakkreditierung und der Assistenz für den Bufo und die Kandidaten, Content, Bilder und Betreuungsteam. Ich bedanke mich bei unseren internationalen Gästen. Ich bedanke mich bei den Leuten, die die ganze Zeit draußen im Foyer rumsaßen und von der Versammlung nichts mitbekommen haben, weil sie akkreditiert haben. Ich bedanke mich bei der Wahlleitung, die wirklich Großes geleistet hat und die es noch geschafft hat, während sie einen Wahlgang der einen Versammlung ausgezählt hat, eine Abstimmung einer anderen Versammlung auszuzählen. Das war einer der Fälle, die wir als GAU beschrieben hatten und die Wahlleitung hat es geschafft. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei der Antragskommission, die wieder Wunderbares gemacht hat zum Thema Anträge sortieren, Tagesordnung entwickeln etc. Und ich bedanke mich ganz besonders und persönlich bei dem Andreas Popp, der glaube ich seit einem halben Jahr sich einen Kopf drum macht, wie stellt man scheinlich eine Europaliste auf. Bei den Gebärdendolmetschern bedanke ich mich auch. Die habe ich vergessen, weil die nicht auf unserer Teamliste standen. Das tut mir leid. Und last but not least, ich bedanke mich bei meinem eigenen Team, das sowas von wunderbar selbstständig arbeitet. Super. Vielen, vielen Dank. Es gibt jetzt noch ein paar Worte vom Bundesvorstand. Davor, Caro, Caro, kurz warte. Es gibt eine Person, der wurde noch nicht gedankt und das ist der Herr Bokor. Ach, wolltest du das? Ich hätte es vorhin sagen sollen. Entschuldigung. Bitte einen ganz, ganz tollen Applaus. Er hat so viel abbekommen an diesem Wochenende. Er hat so wenig geschlafen. Das ist ganz große Klasse. Dankeschön. Dass ich nicht schlafe, da bin ich selbst schuld. So, Caro, jetzt darfst du. Danke. So, wir haben eine Liste, wir haben ein Programm und jetzt geht es für uns erstmal weiter. Und zwar haben wir Termine und für die Arbeit, die uns bevorsteht, sind diese Termine auch relativ knapp. Wir haben Europawahl, wir haben Kommunalwahl und wir haben in diesem Jahr auch drei Landtagswahlkämpfe. Liebe Kommunalwähler, wir wissen, welche Arbeit vor euch liegt und wir wollen unsere Europawahlkampfstrategie so aufbauen, dass sie euch in eurem Kommunalwahlkampf unterstützt. Wir werden euch keine Arbeit zusätzlich aufbürden, wir möchten euch von eurer Arbeit vor Ort nicht abhalten, sondern wir wollen euch dabei helfen. Wir haben euch im Dezember gesagt, dass wir mit drei Themenschwerpunkten offensiv in den Europawahlkampf gehen wollen. Welche das konkret sein werden, das sollte der Bundesvorstand festlegen, die Kandidaten und ihr. Die Kandidaten und der Bundesvorstand haben sich jetzt auf zwei dieser drei Themen festgelegt. Das ist zum einen die europäische Asylpolitik und zum einen Demokratieupgrade für Europa. In der kommenden Woche werdet ihr eine Einladung zu einer Lime-Survey-Umfrage erhalten, in der ihr dann euer Thema bestimmen könnt. Bitte beachtet dabei aber auch unser neues Europawahlprogramm und die Schwerpunkte unserer Kandidaten, denn die müssen das auch glaubhaft vertreten können. Habt das einfach mit dem Auge. So, jetzt möchte ich mich nochmal kurz bei der Orga bedanken, das hat Flo ja schon ausdrücklich gemacht. Ich möchte es nicht vergessen und ich möchte mich nochmal kurz beim Team Sicherheit entschuldigen, die wissen warum. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, kommt gut nach Hause, brecht euch keine Knochen, macht's gut und bis bald. So, ich möchte bitte nochmal erinnern, hilft der Orga beim Abbauen, die sind sehr nett, sie sind sehr freundlich. Es gibt noch zu essen, es gibt noch zu trinken für die Helfer, helft denen abzubauen, stellt die Stühle zusammen, die Stühle mit Armlehne auf den Stühlen mit Armlehne, die Stühle ohne Lehne auf die ohne Lehne. Tut die Netzwerke abbauen, tut die Tische zusammenklappen, ihr erspart damit der Orga Stunden an Arbeit mit wenig Personal. So, jetzt bleibt noch eines zu tun, ich darf es jetzt endlich auch mal, hiermit schließe ich diesen Bundesparteitag. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.